Dann begrüße ich alle im Livestream und auch die Zuschauer im Nachhinein auf YouTube zu Howie4Empire, einer Mod, die im Jahre 1699 beginnt. Dementsprechend befinden wir uns noch größtenteils im Zeitalter der absolutistischen Herrscher, auch so in Preußen mit Friedrich dem Ersten. Wir haben interessante Szenarien, also man sieht, das Ganze ist durchaus eher an EU4 angelehnt anstatt an Heu. Wir haben vor allem auch dieses klassische mächtige Spanien, das noch Frankreich bedrängt. Ihr seht also, da haben wir noch ganz andere Machtverhältnisse und vor allem von diesem Deutschland ist die mächtigste Nation, das man klassischerweise in Heu hat, zumindest noch Meilen weit entfernt. Wir spielen aber trotzdem Preußen, das zu dem Zeitpunkt noch nicht mal im Königreich war und müssen uns daher erst einmal behaupten und auch aufbauen. Das Ganze wird ein bisschen interaktiv sein. Ich habe für die verschiedenen Entscheidungen, die man hier treffen kann, Umfragen vorbereitet, die ich per Knopfdruck einfach starten kann. Das bedeutet, die Zuschauer können da später darüber abstimmen, wir können darüber diskutieren. Ansonsten für alle, die sich den Livestream deutlich später anschauen, im Nachhinein, wir befinden uns momentan drei Wochen vor der Bundestagswahl. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir ein bisschen über Politik reden. Aber jetzt erst einmal kurz zum Mod. Genau, die Osmanen sind auch noch sehr stark. Das ist sehr interessant, weil wir bekommen, glaube ich, je nachdem welchen Fokus wir nehmen, hier so Deus Vult-Style Anspruch auf Israel und so. Also aufs heilige Land. Ganz cool. Auf jeden Fall, genau, wir spielen im Jahre 1699. Das äußert sich vor allem in folgender Hinsicht. Unsere Panzer sind Pferde und sie essen Getreide anstatt Öl. Aber es funktioniert spieltechnisch genauso. Also ich meine, das ist auch die sinnvollste Art, wie man das umsetzen kann. Luftwaffe gibt es logischerweise keine. Und Flotte ist auch begrenzt. Ich wollte noch eine Star Wars Mod vorstellen. Das mache ich vielleicht auch demnächst. Da wird es ganz interessant, weil da ist Flotte essentiell. Also da muss ich mich dann auf jeden Fall mal reinarbeiten. Ich weiß nicht, wie war halt die Flotte hier. Krass relevant ist, vor allem als Preußen. Kann man sie, denke ich, mal größtenteils vernachlässigen. Falls der Livestream hier aber gut ankommt und wir sehr, sehr lange spielen, können wir natürlich versuchen, in den USA zu kolonialisieren, um unseren Weltmachtsanspruch zu unterstreichen. So, genau. Wir haben einige Unterschiede zum normalen Spiel in der Forschung natürlich. Wir haben ein Hauptaugenmerk auf Infanterie-Equipment. Wir haben verschiedenes Infanterie-Equipment, das wir uns im Detail noch anschauen werden. Wir haben weniger Spezialeinheiten. Wir haben klassische Support-Equipment mit seinen normalen Fähigkeiten, würde ich mal sagen. Da wird sich nicht viel geändert haben. Aus irgendwelchen Gründen ist der Schriftzug hier gelb. Ich weiß nicht, ob ihr den bei YouTube noch lesen könnt, weil ich kann ihn regelrecht nicht lesen. Ich werde ihn deswegen immer vorlesen. Falls ihr den nicht lesen könnt, ist das okay. Wir haben leichte Pferde, mittlere Pferde, schwere Pferde. Wir haben verschiedene Artillerie-Einheiten. Wir haben ganz normale Doktrinen, Naval. Das ist jetzt eben sehr interessant. Da haben wir die Expansion und ähnliche Aspekte, also Government Expansion. Eine Sekunde. So, da können wir eben so Dinge machen wie kolonialisieren. Und können auch die neue Welt entdecken und so weiter. Da eben in den Zeitaltern voranschreiten und bekommen dadurch meistens auch Forschungsboni. Da können wir eben anfangen, Amerika zu kolonialisieren. Ansonsten, die Manufaktur, also der Industriezweig ist ähnlich. Wir haben halt jetzt natürlich keine Elektrik. Also Elektrizität gibt es noch nicht. Beziehungsweise kann vom Menschen nicht genutzt werden. Das ist wahrscheinlich besser formuliert. Wir können deswegen de facto nur entscheiden, ob wir hier auf städtische oder ländliche Manufakturen gehen. Sprich zentralisiert oder eben dezentral. Da werde ich auch mal noch überlegen, ob wir das vielleicht ein bisschen historisch eher betrachten und nicht aus spieltechnischer Sicht. Ich weiß noch nicht, wie schwer die Mod ist. Ich denke mal, sie wird nicht unschaffbar sein. Die meisten Mods sind relativ easy, wenn man so ein bisschen gute Divisionen baut. Aber falls jemand Erfahrung mit der Mod hat, dann kann er sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben interessante Sachen. Wir haben eben unser Getreide quasi fürs Essen. Wir haben Pferde, Klamotten, haben wir Gunpowder. Also ja, dann Iron und auch Holz. Wir haben aktuell kein Holz. Wir brauchen aber auch keins. Wir brauchen ein bisschen Eisen. Wir brauchen einiges an Pferde. Ich denke mal, Pferde werden wir primär benutzen für die Kavallerie. Da bin ich auch jetzt mal gespannt, inwieweit sie das gelöst haben. Hier nämlich schwere Pferde. Okay, ich wollte schon sagen, sie können ja wohl kaum für die schweren Pferde, in Anführungszeichen, nur Pferde benutzen. Die brauchen aber was anderes. Tatsächlich benutzen sie Eisen, beziehungsweise Stahl. Genauso wie für Infanterie-Gebens bedeutet der Rohstoff natürlich sehr, sehr wichtig. Gunpowder brauchen wir für die Art. Er ist eigentlich sehr eingängig und logisch. Interessant ist, dass Support-Equipment so teuer ist, in Anführungszeichen mit Tuch oder Kleidung. Davon haben wir nämlich nicht so viel. Wir haben in Deutschland typisch sehr viel Iron und ich weiß nicht, wie typisch das für das deutsche Gebiet war, dass wir viele Pferde hatten. Aber ja, das ist, was man halt so von Deutschland erwarten würde. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir optimalerweise auch schwere Kavallerie gehen. Das würde sich lohnen, weil wir eben dieses Eisen haben und so ordentlich. Wäre so jetzt mal mein erster Plan. Space Marines mit Kutschenwagen. Okay, das ist natürlich, ich kononialisiere eher Afrika, oder? Stimmt, so ein Platz an der Sonne ist auch eine Option. Können wir natürlich auch machen. Das wäre aber später... Okay, wir können auch Nuklearwaffen bauen. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das Kolonialisieren vielleicht mit dem Knopf, hier ersetzt wurde, oder so. Genau. Die Mod heißt einfach nur Empire. Tatsächlich steht sie auch bei YouTube in der Beschreibung. Wachsinn ist für Eisens perfekte Ziel. Wir können ja tatsächlich mal schauen, wo welche Ressourcen rumliegen. Oh, 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 okay, ich sehe, was ich meine. Okay, das ist natürlich interessant. Wir haben aber auch eine echt ungleiche Verteidigung, oder? Es gibt hier Länder, die haben gar keine Ressourcen. Wir können, das kann ich euch gleich noch zeigen, tatsächlich Druck ausüben auf Polen und Litauen tatsächlich. Also da gibt es Möglichkeiten da, Punkte zu investieren, um den Einfluss zu erhöhen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sinnvoll das ist. Vielleicht hat jemand schon mal die Mod gespielt und kann sagen, wie wichtig das ist. Und dann haben wir hier noch den Einfluss unserer drei Stände, die man klassischerweise in dieser Epoche der Menschheit eben hatte. Und die können wir eben auch beeinflussen, beziehungsweise die werden auch beeinflusst über die Events und über die Foki und so weiter. Gut. Dann noch Hallo an alle, die neu dazukamen. Hallo Mr. Cookie. Kannst du schon mal gegen die kleinen Staaten Krieg rechtfertigen? Genau, die Sache ist die. Es gibt keine World Engine, die ausreichend groß ist. Aber je nachdem, welchen Fokus wir nehmen, kriegen wir da Möglichkeiten. Also, so wie ich das gesehen habe, kriegen wir quasi mit jedem Fokus irgendwo die Möglichkeit, irgendwo einzumarschieren. Müssen wir mal schauen, welcher Fokus da am besten ist. Also, ich habe jetzt mal den hier ausprobiert, bin da in die Richtung gegangen und wir werden wahrscheinlich irgendwann mal gegen Preußen auch kämpfen, beziehungsweise gegen Österreich kämpfen müssen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, waren Preußen und Österreich sehr lange in einem Krieg oder haben die ein paar Mal gegeneinander gekämpft. Aber die Geschichte mit Schlesien und so war eh deutlich später. Also, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, sich in die Epoche reinzufinden, weil die meiner Meinung nach nicht oft behandelt wird. Aber das wird schon werden. Genau. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal grundlegend mit der Forschung an. Das ist sehr typisch. Wir nehmen einfach natürlich einmal die Wirtschaftsforschung, Construction Speed und so weiter und würde ich jetzt tatsächlich Full Storage erhöhen, damit wir später unser Getreideeffizienter benutzen können, dass unsere Pferde davon, ja, länger laufen können. Dazu können wir ein paar tolle Sachen bauen. Wir können quasi die Infrastruktur ausbauen, so wie man es kennt mit diesem Schienennetzwerk, Militärfabriken, Zivilfabriken. Ja, für die Kolonien brauchen wir gewisse Sachen. Wir können unsere Forschung tatsächlich durch Universitäten boosten. Wir können unsere Manpower erhöhen. Also, es erinnert ein bisschen mehr an EU4 anstatt an EU4. Wir können tatsächlich Compliance senken. Okay, es ist sehr inspiriert von EU4. Shipyard natürlich ganz normal. Eine Farm, die tatsächlich Nahrung generiert. Dann noch Blacksmith, der eben uns Eisen gibt, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Das haben wir selber. Textilmanufaktor. Okay, das gibt es im normalen Spiel auch, dass man eben die einzelnen Sachen selber produzieren kann. Und da kriegen wir noch ein bisschen Holz und hier eben das Crane-Silo. Also, das, was man sonst normalerweise für Öl benutzt. Wir können tatsächlich Wald bauen. Nicht Wald, äh, Forest. Ich habe gerade eben Fotos. Das habe ich... Witzige Story. Ich habe mich nicht gerade verlesen, sondern ich habe mich letztes Mal verlesen. Das habe ich noch gewundert, für was man einen Wald bauen soll. Ähm, aber dann komplett verwirrt. Nein, es ist tatsächlich das Fortress. Ähm, und, äh, da haben wir eben verschiedene. Genau. Und das sind einfach nur die normalen Befestigungen. Aber gut. Ähm, Sachsen kann ich Richtung 17.1 angreifen. Null Uhr. Ähm. Ähm, okay. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Äh, genau. Ich habe, äh, tatsächlich sowas wie Religion. Also, ich habe hier, äh, Glauben. Und anscheinend gibt es auch noch irgendwo den Modifikator. Und, äh, vielen Dank fürs Verlauen. Irgendwo den Modifikator für die Religion, weil wir mit ab manchen Events Protestantismus zugewinnen oder verlieren. Ähm, ich habe noch nicht ganz gefunden, wo das steht. Ähm. Ähm, aber es wird garantiert irgendwo stehen. Wir werden das schon noch rausfinden. Aber gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir erst mal. Wir, 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 wir produzieren ein bisschen Dragona. Äh, damit wir einfach die schwere, also ich nenne sie jetzt halt schwere Kavallerie. Und Infanterie Equipment. Und wichtig ist natürlich eigentlich, dass wir diese Wegen hier noch produzieren. Aber uns fehlt Tuch. Da ist jetzt die Überlegung, dass wir vielleicht am Anfang die noch nicht produzieren, solange wir die Rohstoffe nicht haben, dass wir nichts einkaufen müssen. Und, ähm, Gunpowder und so haben wir nämlich auch nicht. Dass wir die jetzt erst mal produzieren, aber dann später mit mehr Militärfabriken, äh, weitermachen. Wie sieht China aus? Gute Frage. Die leben noch. So, China ist ja, sind auch sehr mächtig. Wobei ich nicht weiß, wie zentralisiert die zu dem Zeitpunkt waren. Ähm, ich kenne mich mit der chinesischen Kultur nur so in ganz groben Rahmen aus. Aber, äh, nicht, äh, jetzt explizit, was 1699 war, leider. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, ganz klassisch bauen wir erst mal ein paar Zivilfabriken, bevor wir irgendwas anderes machen. Äh, wir ziehen alle unsere Truppen zusammen. Das ist ja typisch, also da muss man jetzt nicht großartig viel nachdenken. Wir stellen sie ja schon mal aufs Prinzip an die Grenze zu Österreich. Nein, äh, wir können sie mal hier so ein bisschen aufstellen, so. Berlin, Neukölln. Wunderbar. 2L. Ist das beabsichtigt? Ist das ein Fehler? Naja. Ähm, wir haben hier Truppen, die noch beim Feind stehen. Wahrscheinlich, weil wir hier Gebiete verloren haben an Schweden. Da habe ich schon was gesehen, da gibt es später ein Event, wo wir die quasi, äh, rausholen können. Ähm, naja, die kann man da auch perfekt nachlaufen, die ihr raus. So. Wir haben kein Template für die Kavalerie, das ist aber nicht schlimm, wir produzieren die einfach mal trotzdem präventiv. Und jetzt beim nationalen Fokus, ähm, können wir überlegen, was wir als erstes machen, äh, gehen wir auf Arm Experience. Ein bisschen früh, ich würde tatsächlich erst mal sagen, okay, wir wollen jetzt die politische Power holen uns ein, zwei Berater. Und dann gehen wir auf Wirtschaft ein bisschen, ähm, also vielleicht mal die zwei Zivilfabriken mitnehmen und dann gehen wir auf die politischen Sachen. Müssen wir mich ja eh abstimmen lassen, wie, wo, was. Neukölln wird mit 2Ls geschoben. Echt? Tatsächlich? Okay, wusste ich tatsächlich nicht. Äh, ich spiele jetzt im Singleplayer, ich weiß gar nicht, ob die Mod überhaupt Multiplayer-tauglich ist. Vor allem, weil sie ja auch über ziemlich viele Jahre spielt. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich Phasen haben, wo ich auf 5 durchlaufen lasse und über irgendwas diskutieren. Ähm, aber ja. So. Forschung, ein Archimist, sollst du rote Haare haben, wird die Curry dich dafür auf ein Podest stellen. Glücklicherweise habe ich das nicht, ähm. Aber ja, ich kenne mich in Berlin nicht so gut aus, tatsächlich. Äh. Weil ich da verhältnismäßig häufig war. Wenn ich mal mit Freunden drüber rede, die waren immer so einmal in Berlin und ich war gefühlt da schon 10 Mal, weil ich da irgendwie immer hinkomme. Irgendwie egal. So wie Hamburg. Ist jetzt nicht so, als ob ich unbedingt nach Hamburg will, aber ich land da einfach einmal im Jahr. Ich meine, das ist schön, aber, ja. Was ist denn das hier für ein Land? Das stimmt. Und, äh. Aber schön, dass, äh, Baden größtenteils noch, äh, zu Österreich gehört. Aber das waren die guten Zeiten damals. Die Zeiten waren nicht gut damals. Waren wir uns nicht. Ähm. Also ich kenne ja noch meine Familiengeschichte. Die kommen ja auch schon seit ein bisschen länger von hier. Also eigentlich, soweit wir zurückrechnen konnten, äh, kommen die hier aus dem Schwabenländle. Und da war es früher richtig schlimm. Also wenn da der Winter ein bisschen härter war, dann scheint man das halbe Dorf verhungert. Das war, ich weiß gar nicht, warum man da freiwillig gelebt hat. Aber, ähm. Meine Familie hat es wohl ziemlich lange durchgehalten. Württemberg ist ein eigenes Land, ja. Traditionell gehört die Region Schwaben ja nicht zu Württemberg. Weil es wäre ja auch cool, wenn, äh, die Schwaben überall vereint wären. Und das kann man natürlich nicht machen. So, falls ihr irgendwie im Hintergrund Hundebellen hört oder Autos fahren, äh, könnt ihr mir jetzt kurz in die Kommentare schreiben. Ich habe nicht mein Fenster offen, weil es ist Sonntagmittag. Ähm. Aber es könnte auch ein bisschen lauter werden. Dann mache ich es zu. Ja, genau. Also so viel wird jetzt nicht passieren. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir quasi immer, also wir spielen quasi 5 und Stopp. Ähm. Osmanenreich und die heilige Liga. Ah, okay. Okay, okay, ich verstehe. Ähm. Bin ich mal gespannt, wie die Osmanen sich da verhalten werden. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wann haben die so die Spitze ihrer Macht erreicht. War das quasi ihr Höhepunkt? Weil, ich denke, da geht noch ein bisschen was, oder? Die waren ja relativ langmächtig. Weiß es gar nicht, wie lange noch so, weiß ich nicht, nur 100 Jahre oder so. Also im 20. Jahrhundert waren sie komplett lost und am Arsch. Und da waren sie auch schon eine Weile bankrott. Ich dachte, das wäre so 1850 oder so gewesen, wo die bankrott gegangen sind. Ähm. Also das mit dem 30-Jährigen Krieg. Tatsächlich habe ich auch mal in der Präsentation über den 30-Jährigen Krieg gehalten. Und der war halt politisch komplett aufgeladen. Also das hatte nichts mit Religionszugehörigkeit zu tun. Da sind die Leute dabei gedreht, wo es halt gepasst hat. Ähm. Das ist ganz wichtig. Das so, das Wichtigste, was man immer aus dem 30-Jährigen Krieg, äh, ausnehmen muss. Also wenn auch der Lehrer fragt oder so. Immer sagen, okay, das hatte, war ursprünglich vielleicht mal ein, äh, religiöser Konflikt. Aber das war es danach, ähm. Also am Ende auf keinen Fall mehr. Ähm. Okay. Ähm. Jemand ist gestorben. Poison, bla bla bla. Ich will das jetzt nicht immer vorlesen. Oh, okay. Spanien hat, genau. Das ist nämlich auch ein Szenario hier in dem Spiel. Spanien hat quasi keinen, äh, Drohnenfolger in der Hinsicht. Und, ähm, deswegen gibt es jetzt ein bisschen Stress. Und jetzt will der Bayer den Drohnen erst... ...klimmen, ähm, so richtig verstanden hat. Oder warte. Ah, Bayern und Spanien. Okay, okay. Okay, okay. Also. Spanien hat keine richtig legitimen, äh, Drohnenfolger. Deswegen gibt es da jetzt Probleme. Und, äh, da gibt es, glaube ich, später auch einen großen Krieg, in den wir uns einmischen können. Also ihr seht, wir haben hier ziemlich viel gescriptete Kriege. Das wird auf jeden Fall ganz gut. Ja, genau. Ich glaube, damals war es so, der 30er-Krieg lässt sich irgendwie in vier Phasen oder so, äh, definieren. Ähm, es war ja auch so, dass sie teilweise zwischendurch nicht so ganz gekämpft haben. Ähm, also mal mehr, mal weniger. Aber, ähm, ja, am Anfang war es vielleicht noch redigöser, dann ziemlich schnell nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, aufgrund der Musik werde ich dieses Video mal wieder nicht monetarisieren können. Aber gut, wir haben 150 politische Power. Ich habe schon geguckt, wir können uns hier ein Silent Workhouse. Natürlich holen, um die politische Power zu erhöhen. Das ist natürlich sehr angenehm. Ähm. Hm. Die ganze Welt gloppt sich um Spanien. Ich schicke Freiwillige, um Arm Experience zu farmen. Hauptsache, Britannia Rose Waves läuft da. Ich glaube, ich muss mal mein Spielauto machen, ich höre das ja gar nicht, glaube ich. Ja, das, äh, tatsächlich im Unterricht haben wir uns mal angehört. Das ist zu laut, oder? Eindeutig. Äh, weil, gibt's da diese Night of Proms oder irgendwie so und da war unser englischer Lehrer und da war man ganz stolz drauf. Deswegen hat er da mal Videos von gezeigt. War damals jung, aber prinzipiell ist das bestimmt beeindruckend. Und das ist natürlich die Frage, wie schnell können wir auf neue Kablere gehen? Okay, gar nicht. Das heißt, wir bleiben bei den Dragonern so ungefähr relativ lang. Oder wollen wir zwischenzeitlich auf die mittleren gehen? Uff. Das muss man jetzt natürlich überlegen. Aber gut, ähm, wichtig ist natürlich, dass wir erstmal die Wirtschaftsforschung hier weiter ran, dran treiben. Ähm. Immer das hier. Also ihr erwähnt, ups, ihr sagt mir, wenn, wenn das Spiel ein bisschen zu laut ist oder ähnliches. Ähm, Preußen hat es sogar auch um den spanischen Drohnen eingemischt, aber, ähm, ja. Also ich meine, es hat sich in Europa quasi immer jeder, ähm, das ist echt viel zu laut, ähm, eigentlich immer jeder eingemischt. Aber, ähm, die Frage ist halt, wie realistisch die Chance war. Das ist auch immer geil, wenn Leute sagen, ja, so eine Monarchie oder so, das wäre ja voll stabil und viel besser als unsere Dinge. Demokratie, naja, neulich auch ganz geil, hat jemand in meinen Kommentaren geschrieben, so wie blöd ich denn wäre. Weil ich gegen die Monarchie wäre und wer gegen die Monarchie ist, der kann ja nur keine Ahnung haben. Äh, das war so ein klassischer Fall von jemandem, der quasi auch immer nur so das Gang gehört hat, so wie den Beispiel halt. Dann dachte er, er scheint intelligenter als alle anderen, hat sich irgendein Thema rausgepiekt und, äh, das sich da dann vertieft und hat dann so die zwei, drei Argumente gegen Monarchie genommen. Und dann die, seiner Meinung nach, entkräftigt und jetzt denkt er, er ist total krass. Ähm, das passiert eigentlich vielen Leuten häufig, ähm, ich meine, kein 15-, 16-Jähriger, der sich effektiv in Politik auseinandersetzt, sagt, er ist gemäßig der Sozialdemokrat, zumindest die wenigsten. Die meisten haben da eine ganz komische Anschauung. Aber auf jeden Fall hat er mir dann auch erklärt, äh, wie stabil es denn ist, ähm, so eine Monarchie zu haben und, äh, eine Demokratie, die Machtübergabe ist ja total kompliziert. Ich so, alter, hast du jemals ein Geschichtsbuch aufgeschlagen und hier angeguckt, wie die Machtübergabe in einer Monarchie abläuft? Aber gut, ich würde tatsächlich auf konzentrierte, ähm, Industrie gehen. Zum einen, weil die Preußen ja sehr gut darin waren, äh, Berlin zu einer sehr wichtigen Stadt auszubauen, einer sehr großen Stadt. Deswegen finde ich es da historisch recht sinnvoll, das quasi zu konzentrieren, Anführungszeichen, auch auf Berlin. Ähm, und zum anderen produzieren wir eben diese schwere Kaballerie jetzt sehr, sehr lange. Das bedeutet, es ist wichtiger, dass wir höheren Output haben und nicht, dass wir diese Flexibilität besser nutzen können, weil die brauchen wir nicht unbedingt. Ähm, ah, die hätten das fast geschafft, okay. Die waren angetan von den Hohenzollern. Ja, das ist natürlich, äh, ja, den Schwedentrunk kenne ich, der war nicht so nett. Genau, so, wir können aber tatsächlich mal unsere Truppen, äh, trainieren lassen. Gibt es eigentlich generelle hier, die irgendwie, ah, Urban Assault, okay. Das ist immer ganz cool, wenn sie quasi, ähm, andere Generäle haben. Das müssen sie ja auch haben. Infantry Defense, okay. Finde ich jetzt nicht so geil. Also diese Durchbruchssache, die brauchen wir auf jeden Fall für unsere Kavallerie. Ähm, aber für unsere normale Armee würde ich tatsächlich den verwenden. Und hier nehmen wir eben diesen Kollegen mit Durchbruch und so weiter. So, also wir können vielleicht tatsächlich später noch mit dem Generellen ein bisschen arbeiten. Ähm, aber ich denke nicht, dass wir die total, äh, perfektionieren müssen. Jetzt mal erzählen, um deinen Zuschauer anzuhegeln. Es gibt so gewisse Dinge, die sollte man in Infovideos, äh, in Livestreams nicht sagen. Und das sind wahrscheinlich, äh, sollte man keine Foltermethoden vortragen. Auf allem, ähm, habe ich selber gerade immer schon gegessen. Deswegen wäre das vielleicht nicht so gut. So, wir bauen, wie erwähnt, Berlin weiter aus. Ähm, bauen Manufakturen auf. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Preuze damit angefangen hat. Aber es war tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man eben im ganzen Land Manufakturen aufgebaut hat. Ähm, muss jetzt auch nochmal, glaube ich, nebenher. Jetzt, das ist nicht, dass ich was ganz Peinliches sage. Und dann machen mich alle aus. Ähm, ja genau. Also es war noch weit vor Adam Smith, also ich dachte mir schon, aber Adam Smith kam halt erst so 50, 60 Jahre später. Aber der hat ja das dann auch mit den Manufakturen weiter, ähm, ja, fortgeführt. Und da kann man dann irgendwann aber so langsam auch sich auf die Idee, hey, wir könnten ja mal wirtschaften. Die Wirtschaftspolitik von manchen Monarchen war halt einfach nicht existent gefühlt. Also es ist echt richtig schlimm. Ähm. Ähm, genau. Hier haben wir noch, äh, andere Ausrüstungen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die anders produzieren müssen. Okay, die geht auch mit Gunpowder. Das ergibt meiner Meinung nach nicht so ganz viel Sinn. Ähm. Aber das ist quasi so der Konter gegen Infanterie und, äh, alles. Also wir haben hier auch Heart Attack mit dabei. Also Heart Attack von 15 oder 18. Soft Attack von 14. Also es sieht für mich, und Piercing, es sieht für mich ein bisschen nach Panzerabwehr aus, würde ich mal sagen. Also in dem Fall Kavallerieabwehr. Ähm, müssen wir nicht unbedingt bauen, wenn wir selber Kavallerie haben. Ähm, deswegen würde ich, äh, hier natürlich erstmal schauen, dass wir möglichst mal auf die Wirtschaftsforschung gehen, so weit es geht. Ähm, und da können wir unsere Ressourcen noch weiter ausbauen. Ähm, um dann quasi relativ zeitnah die Sachen hier durchzuforschen. Genau, 150 Tage. Ich denke, das kommt ganz gut hin eigentlich. Äh, wir können tatsächlich inzwischen auch schon unsere Steuerlasten erhöhen. Ich habe das mal angeguckt, ähm, das bringt keine größeren Nachteile. Wir verlieren ein bisschen Stabilität. Aber, ähm, ansonsten verlieren wir auch diese plus 30 Prozent, also die minus 30 Prozent Construction Speed auf Zivilfabriken. Deswegen müssen wir das unbedingt hochdrehen. So. Also, der Soldatenkönig dann, der so viel Wert auf Wirtschaft gelegt hat. Auf jeden Fall, einer musste es machen, ähm, weil eben das Land so wirtschaftlich ruiniert war. Aber ich weiß nicht, ob der Soldatenkönig nicht auch nochmal richtig, äh, Schulden gemacht hat. Ich meine, es würde sich halt anbieten, wenn er einfach nur seine Armee hatte, um sie da zu haben. Oh ja. So. Ja gut, ähm, ja, in der Zeit gab es primär Söldnerheere und wir erwähnen, so ein stehendes Heer war auch eher untypisch und kam auch erst so 50 Jahre später. Ähm, aber ich denke mal, das, äh, muss man, man muss in gewisser Weise die Realität immer abstrahieren, um es in einem Spiel umzusetzen. Und, ähm, da muss man halt, äh, manchmal so ein bisschen, und also ein paar Einschnitte. Und die haben wir hier eben in der Form, dass wir auch immer ein stehendes Heer haben. Wobei man hätte natürlich irgendwie so eine Mobilisierungsmechanik einsetzen können, so wie sie bei Victoria genutzt wird. Aber, ähm, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. So. Aber ich sehe schon, die Mod läuft erstaunlich gut. Also wir kommen hier richtig schnell durch, wenn wir das durchlaufen lassen. Ähm. Vielleicht jetzt die Frage, ob wir, ja okay, das würde ich tatsächlich, boah, das gibt nochmal richtig viel. Also der Wirtschaftsfokus ist schon sehr nice. Wir nehmen jetzt mal einen, ähm, politischen. So. Genau. Äh, da werdet ihr in wenigen Sekunden die Möglichkeit haben, mit Vote 1 oder 2 folgendes zu wählen. Das Kurfürstentum oder, ja quasi, ähm, mehr oder weniger teutonische Orden. Ähm. Wo sind meine Puls? Hier sind meine Puls. Ähm. Umfrage ist gestartet. Ihr könnt in den Kommentaren, so wie der Bot das vorgibt, mit Vote 1 oder Vote 2 abstimmen. Also hier haben wir eben das Kurfürstentum. Also hier ist der Fokus, die ich ehrlich gesagt relativ kurz. Ähm. Wird aber eher in Richtung, wir werden sehr religiös und erobern das Heilige Land gehen. Ähm. Ja genau, wir werden auch die... Okay. Also da kriegen wir natürlich auch Kriegsziele gegen so ziemlich, äh, alle anderen Länder hier eben gegen, äh, in der Region Palästina. Ähm, hier kriegen wir einen Kriegsgrund gegen, oder beziehungsweise Polen-Litauen hat da die Möglichkeit, uns das Gebiet zurückzugeben. Ich weiß noch nicht, wie die KI darauf reagiert. Und hier haben wir eben den großen Fokus-Tree, wo wir dann eben nochmal unterscheiden können zwischen, äh, aufgeklärter, äh, Monarch, mehr oder weniger, und Zentralisierung der Macht. Ähm, dann haben wir hier nochmal ein paar Möglichkeiten, wie unsere Regierungsform aussehen soll. Parlament oder Junker-Parlament oder, ähm, ja, ihr seht's ja. Ähm, je nachdem geben wir dann eben, äh, den König, also, dass wir eben zum König werden. Allerdings, was war das, der König in Preußen oder so? Das war doch die komplizierte Geschichte, wenn man Preußen nicht zum Königreich erheben konnte im Heiligen Römischen Reich, weil das war ja damals ganz weird, dann hat man sich König in Preußen genannt, statt von Preußen. Ähm, genau. Dann haben wir hier eben die Möglichkeit, Druck auszuüben. Ich denke mal, das hier ist eher der historische Tree, so wie ich mir das Größte als angeguckt habe. Und, ähm, da können wir uns dann auch ins Weltgeschehen einbinden. Hier haben wir eben Möglichkeiten, uns prinzipiell auszubreiten. Und, ähm, da können wir schauen, wie wir eben mit Schweden umgehen. Vielleicht kriegen die unsere Sachen, äh, geben die aus unserer Provinz zurück oder halt auch nicht. Ähm, genau, hiermit können wir dann auch, äh, Volunteers senden. Aber es haben bis jetzt, äh, die Leute ziemlich einstimmig abgestimmt. Na, da müsste man ein Ausrufezeichen davor machen. Okay, dann dachte ich mir dann auch, dass der Soldatenkönig nicht gut gewirtschaftet hat. Das kommt aber dann auch ziemlich gut hin, weil nach dem Soldatenkönig gab es dann ja auch die Adam-Smith-Ökonomie, also wo die Leute dann angefangen haben, wirklich effektiv zu wirtschaften. Ähm, das passt dann eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Zuschauerzahl für einen spontanen Stream. Ich bin tatsächlich auch sehr begeistert, ähm. Welterschaft Langfristig, war das eins oder zwei? Äh, ich weiß nicht, ob ich denke mal, äh, die Abstimmung ist so eindeutig, dass wir da jetzt nicht weiterlaufen lassen müssen. Es gibt auch noch ein paar mehr, wir werden später noch mehr machen. Aber, das ist cool, dass es jetzt gut geklappt hat. Hallo, Lord Hero. Ich spiele Singleplayer. Einfach nur eine Mod-Vorstellung, ganz klassisch. Die Mod ist auch ein bisschen schwierig im Multiplayer zu spielen. Weiß nicht, wie gebalanced die ist. Du weißt, manchmal ist es schon cool, wenn wir noch ein, zwei Leute mitspielen, aber dieses Fünf- und Pause-mäßige ist halt ein bisschen schwierig im Multiplayer. Und wenn wir das auf vier spielen und wir wollen da kann nur zehn Jahre spielen, brauchen wir halt ewig und das ist natürlich ungeschickt. So, leider haben sie die Sounds nicht geändert. Ich habe mich sehr gefreut, wenn da jetzt ein Pferd gewirrt hätte, so anstatt, äh, so ein Panzer-Sound. Aber, naja, was wir mal machen. Okay, meine Truppen sind schon alle trainiert. Ich habe mich schon gewundert, warum da niemand trainiert. Okay, jetzt müssen wir einmal kurz schauen. Ich dachte, ich hätte, ähm, die Abstimmung schon gemacht. Okay. Äh, Politik. Ähm, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, aufgeklärte Monarchie zu wählen. Also, mit Vote 1 oder wir haben die Möglichkeit, Zentralisierung der Macht. So, ich erzähle euch, sobald der Poll startet, was was bringt. Es kann sein, dass da jetzt ein rechter Fehler drin ist. Ich habe das gerade ziemlich schnell runtergetippt. Also, ähm, wenn wir das hier auswählen, haben wir später die Möglichkeit von den drei. Wenn wir das hier auswählen, können wir auf jeden Fall, äh, das hier dann wählen. Weiß nicht, wie weit die anderen noch möglich sind. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, hier natürlich eher auswählen. Aufgeklärt, also, aufgeklärter König. Also, immer noch keine Demokratie prinzipiell. Äh, das können wir dann vielleicht danach wählen. Vorteil ist, wir kriegen mehr Stabilitätskosten, so politischen Einfluss. Und hier eben, ähm, klassisch Absolutismus, ähm, was auch unter dem Absolutismus, äh, als politischer Kraft eben Bonus gibt. Ist nämlich so, dass wir ihn unbedingt brauchen, weil egal, wie wir weiter fort, äh, schreiten, wir werden ziemlich viel auf Absolutismus verlieren mit der Zeit. Und das hier ist quasi die einzige Möglichkeit, wie wir den Absolutismus, ähm, ja, quasi, äh, aufrechterhalten können. Genau. So. Okay, bis jetzt hat noch niemand großartig abgestimmt. Dann wählen wir zwischendurch mal, äh, und lassen uns einfach eine Weile laufen. Noch ein bisschen Militär-Fokus. So. Ähm. Peter Schnabel meint, äh, dass es immer ein bisschen blöd war, wenn ich so wenig gemacht habe. Erstes Problem war halt, ähm, dass Johannes da schon irgendwann mal seine Ideen hatte, wie er das Land zu führen hat. Und, ähm, ich dann bemerkt habe, er hat auch begrenzt manchmal doch nicht so viele Ideen. Ähm, ja, es war halt ein bisschen schwierig, weil er sich eben mit allen immer abgesprochen hat, wenn ich nicht da war. Und wenn ich da jetzt einfach reingegangen wäre, irgendwas gemacht hätte, dann, äh, hätte sein können, ich hätte den Plan komplett durchkreuzt. Und wir haben ja sehr, sehr mächtige Gegner. Und da hätten wir halt gar keine Chancen mehr gehabt. Genau. Ähm, ich bin natürlich, ich tendiere schwer dazu, dass wir, ähm, ja, die, äh, das Bürgertum auch ein bisschen boosten. Das ist jetzt, also, dummerweise eher so ein Nebeneffekt davon, aber eben diese 10% auf Zivilfabriken ist natürlich relativ nice. Ähm, wir können auch sagen, okay, ähm, wir nehmen das hier, es gibt eben 5% weniger auf, äh, Consumer Goods. Ich würde aber eher tatsächlich die Zivilfabriken bauen und sie dann später freistellen quasi. Das wäre wahrscheinlich deutlich sinnvoller. Ähm, deswegen würde ich hier den Captain of Industry nehmen. Und wenn wir Richtung aufgeklärte Monarchie gehen, wie es aktuell aussieht, aber es haben auch nicht so viele Leute abgestimmt, oder es ist einfach Ausrufezeichen Vote und dann 1 oder 2 in den Chat, genauso wie es in der Klammer steht. Ähm, ja, wird das eh dementsprechend relevant werden. Aber gut, jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Stabilität, weil wir haben eh nicht so viel. Und dadurch bekommen wir auch ein bisschen weniger politische Power und das ist nicht gut. So. 0,27 Jahre kann man meiner Meinung nach gut vorausforschen. Heißt, da werden wir jetzt auf jeden Fall, ähm, die nächsten Wirtschafts, äh, Wege nehmen. Wir haben nämlich keinerlei Luftwaffe oder so, die wir erforschen müssen, auch die Artillerie wird einfach erst in zwei Jahren relevant. Die Panzer in Anführungszeichen gar nicht. Hier haben wir auch das Wichtigste schon. Aktuell besetzen wir ja kaum was. Und, ähm, relevant wäre auch erst hier die Infanterie in dreieinhalb Jahren. Das heißt, äh, der Fokus auf Wirtschaft, äh, geht nur auf YouTube echt. Auf Twitch, äh, auf Twitch hat es eigentlich auch immer funktioniert. Beziehungsweise interessanterweise hat es eine Zeit lang nur auf, äh, Twitch funktioniert, nicht auf YouTube. Ähm, ist ein bisschen blöd, aber ihr könnt, ach, kann es sein, dass der Bot gar nicht da ist. Das ist natürlich, äh, jetzt ein bisschen blöd. Ähm, nochmal ganz kurz auf Twitch wechseln. Dann einmal den Bot freischalten. Weil es der das nämlich nicht macht, wie er das sollte. Okay, ne, der ist schon ein Mod. Keine Ahnung. Ah, ich sehe ja, wer zuschaut. Das ist ja ganz praktisch. Ähm. Gut, kann sein, dass der Bot gerade eben nicht online ist, weil prinzipiell müsste er eigentlich die Berechtigung haben, alles zu machen. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd für den Livestream, weil ich schon viel darauf ausgelegt habe. Aber gut, äh, schade. Aber wir gehen auf jeden Fall Richtung aufklärte Monarchie. Das, damit kann ich absolut leben. Das habe ich zwar mal mit dem Testrun so nicht gemacht. Ähm, oder kommt der Bot nicht hinterher auf YouTube? Ich glaube auch nicht, dass alle Stimmen genommen werden tatsächlich. Äh, dann lassen wir uns jetzt noch ein bisschen laufen. Kann sein, dass der Bot mal wieder ein bisschen Probleme macht. Der macht auf das mal leichtere Probleme. Meine kurze Frage. Lohnt es sich, eine technische Heufrage, jetzt noch die 30 Tage da durchlaufen zu lassen und dann die Forschung zu wählen? Gibt es da Vorteile, wie wenn ich sie jetzt quasi auswähle und dann einen größeren Malus in Kauf nehme? Ich meine, das dürfte jetzt kein krasser Effekt sein, aber wenn der da ist, dann könnte man den ja schon natürlich ein bisschen ausnutzen. Ähm, so. Damit würden wir auch Berlin, Neuköln und Berlin umbenennen. Oh, was ist denn da die Geschichte dahinter? Weiß das niemand? Mir wäre nicht bekannt gewesen, dass Berlin früher mal einen anderen Namen hatte. So, genau das hier lassen wir jetzt noch eine Weile durchlaufen. Lohnt nicht, okay. Alter, das falsche Ergebnis. Tatsächlich haben ziemlich viele Leute abgestimmt im Chat, sehe ich. Und gefühlt haben nur 13 Leute irgendwas gemacht. Ähm. Ihr müsst übrigens so voten, also vote 1 zum Beispiel. Hey, bei mir hat es jetzt funktioniert. Okay, die meisten Leute haben halt falsch abgestimmt. Also ihr müsst Ausrufezeichen vote zusammengeschrieben, Leerzeichen, dann die Zahl. Kein Leerzeichen zwischen Ausrufezeichen und vote. Kein größer, kleiner Zeichen. Ähm. Genau, einfach so wie der Bot das auch in der Klammer geschrieben hat. Ah, okay. Okay, okay. Gut. Nehmen wir jetzt den Bonus. Oder halt den Malus ein bisschen in Kauf. Hauptsache die Wirtschaft läuft. Ich glaube nicht, dass unter Scholz eine GroKo geben wird. Ich meine, äh, wenn, wenn die Umfragen weiter so sind, wie sie jetzt sind, dann gibt es da am Ende noch Rot-Grün oder so. Ähm. Weil eine weitere GroKo, ich glaube, das, äh, würde die SPD nicht überleben. Vor allem müsste ja aktuell die CDU als, ähm, als kleiner Partner in die GroKo und das würde sie auf keinen Fall machen. Okay, hier gibt es eben das Bündnis von Frankreich. Eine Namensänderung würde dieses Loch nicht besser machen. Okay, jetzt haben tatsächlich 23 Votes gezählt. Lagt es darum, weil ich nochmal erwähnt habe, wie das Ganze funktioniert, oder? Oder? Oh gut, wir sind jetzt gleich dann durch. Ist doch, äh, sehr knapp geworden mit der Abstimmung. Dann würde ich, äh, tatsächlich noch, den Resort, den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, tatsächlich hier diesen Bonus noch mitnehmen, die 35 Tage, und habe da jetzt noch, äh, eine Minute länger Zeit, zu entscheiden, was wir hier machen. Währenddessen, äh, überlegen wir mal, ob wir hier irgendwas Cooles einstellen können. Ähm. Ja, okay, da gibt es zwar War Support und so weiter. Hilfe of Army ist, denke ich mal, später ganz wichtig, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Ähm. Wir haben jetzt schon, okay, wir sind jetzt schon auf 5% und haben, ähm, Moment. Nur 50... 50k Manpower, aber, äh, wir können ja auch mal schauen, in so einer Division mit, äh, 30er Frontbreite, äh, mit 18er, wie komme ich jetzt auf 30? Mit 18er Frontbreite haben wir auch nur, ähm, 2400 Mann Manpower drin. Es kann also sein, die haben die Manpower in Summe runterskaliert, einfach weil dort damals, also, deutlich weniger Menschen gelebt haben. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, das Runderskaliert ist. Gut, äh, was natürlich immer Sinn ergibt, ist, jemanden zu nehmen, der, äh, wir sind aktuell auf, was ergibt Sinn? Wir könnten auch auf Free Trade hochgehen, weil wir aktuell die Ressourcen eigentlich im Überschuss haben. Also, wir legen jetzt maximal Wert auf Wirtschaft. So, wenn ich jetzt zu wenig Ressourcen habe, kurz sehe ich, okay, sieht gut aus. Ähm, genau, ich denke, das würde helfen, um die Wirtschaft so schnell wie möglich zu boosten. Na, super. Ich bin jetzt echt bei 26 Votes und haben... 13 gegen 13. Ähm, ja, gut. Ähm. Okay, äh, danke, äh, live, live sucks, wirklich? Ich sprich mir nicht so aus, ich bin so gewollt, ja. Ähm, das ist aber, ich muss mir jetzt auch mal anschauen, wie das berechnet wird, dann kann man das vielleicht mal nachrechnen, aber, okay. Äh, ich wollte euch eigentlich abstimmen lassen, damit ich diese Entscheidung nicht mehr treffen muss. Und jetzt lasst mich hier mit einem 13 zu 13 stehen, das finde ich ehrlich gesagt nicht fair. Aber, ähm, Ausrufezeichen war 2, wie jetzt schon habe ich übrigens. Es bringt übrigens nichts, wenn ihr mehrfach abstimmt. Ähm, Laschets Team, habe ich tatsächlich, also es wurde vorgestellt, gerade in der Zeit, in der ich die ganze Zeit was zu tun hatte, ich habe tatsächlich nicht so viel davon mitbekommen. Ich habe mal kurz mit jemandem drüber geredet, der meinte, sei ganz okay. Ähm, oh ja. Oh, da gibt es großen Krieg. Wir können leider keine Volunteers oder so senden. Ähm, aus mehreren Gründen. Aber das ist jetzt natürlich spannend. Moment, äh, Moment, Kurland war doch hier oben, oder? Okay, Kurland hat zusammen mit Polen, Litauen, Schweden den Krieg erklärt. Äh, Dänemark ist auch mit dabei. Und Holstein ist quasi auf der anderen Seite mit dabei. Ah, das ist so richtig schön 18. Jahrhundert. Inzwischen kann ich es ja sagen, 18. Jahrhundert, äh, Krieg. So, irgendwie ganz weird. So, aber es gibt halt kleinere Kriege. Also, sind es bei 29 Bots. Spielt ihr jetzt das, äh, wir lassen das alles auf, äh, einer Zahl stehen, oder? Ähm, naja. Wir müssen uns jetzt im nächsten Mal festlegen, halt. Okay, weiß nicht, wenn der 30. Vote kommt, ähm. Ähm, na, super. Ah. Ja, gut. Das ist jetzt echt unschön. Warum macht denn ihr sowas? Ich kann jetzt natürlich auch eine Münze werfen. Habe ich hier Geld? Tatsächlich nicht. Ähm. Ja, komm, dann nehmen wir die Zentralisierung der Macht, äh, einfach weil es, äh, auf diesen Herrscher realistischer war. Ähm. Ja, hat jetzt dann auch gewonnen, tatsächlich. Schnellding und Paul beenden, bevor was anderes passiert. Äh, wir gehen auf Zentralisierung der Macht. Ähm. War einfach auch ein bisschen historischer, aber, ähm, ich hätte auch natürlich mit beidem, also mit beidem leben können. Ähm. Wünsche mir, dass, äh, weder die FDP noch die Linke an Bord werden müssen. Ähm, doch, also ich bin eigentlich sehr glücklich, wenn die FDP dabei ist, dann kann nichts allzu dummes passieren. Ähm. Das ist immer wichtig. Äh, okay, also, da können wir jetzt das hier weiter boosten. Das ist nämlich deutlich zu weit in der, äh, Zukunft. Ähm, was brüchten wir denn um die schwere Kabel? Ah, Leute, wir haben echt zu wenig Eisen jetzt. Beide zu wenig. Ähm. Da war das dann vielleicht doch nicht so gut mit dem Handel. Das mit dem, äh, Exportfokus. War dann ein bisschen übereifrig. Und da wäre vielleicht die Idee, dass wir noch irgendwas produzieren, das weniger braucht. Ähm. Das hier, da bräuchte man ein Tuch für und Tuch haben wir halt auch nicht. Könnten aber natürlich, ähm, noch eine Tuchfabrik bauen, um das jetzt so ein bisschen zu modifizieren. Ähm. Und das hier wäre natürlich auch ganz gut. Hm. Das hier ist schon nicht so wichtig, dass wir da quasi mehr rausbekommen. Das wurde ja später im Krieg relevant. Das können wir mal kurz schauen, ob wir auch was anderes... Wobei, ja, komm, geh mal, geh mal, ähm. Da müssen wir ziemlich schnell draufgehen. Dann würden wir nämlich mehr Ressourcen bekommen. Das heißt, wir können das eigentlich ignorieren. Ähm. Ich würde trotzdem... Komm, wir nehmen jetzt das hier. Brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber besser als nix. Ich muss hier gar nicht so viel Micron so relevant sein. Ich glaube gar nicht. Ich habe immer unterschiedlich abgestimmt. Es ist tatsächlich so, dass deine Abstimmung, ähm, dann hin und her springt. Also ich kann noch kurz einen Poll completen, dann kommt jetzt auch eine Nachricht. Es hat tatsächlich Zentralisierung der Macht gewonnen. Ähm. Und die Mod heißt Empire. Wenn ich, ja. Richtig im Kopf war. Ähm. Das ist jetzt natürlich echt ärgerlich. Aber gut, ich meine, dass wir ein bisschen zu wenig Kavallerie produzieren, ist jetzt auch kein Weltuntergang. So. Ähm. Und jetzt müssen wir hier unbedingt mehr Ressourcen rausholen, weil wir haben ja prinzipiell Iron bei uns. Äh, wir kriegen nur zu wenig raus. Oder? Ja, genau, da oben. Und wenn wir da 10% mehr rauskriegen, dann reicht es ja schon. Und das dauert jetzt halt noch, äh, 140 Tage. Ähm. Ja. Moment. Ich glaube, da haben ein paar Leute Frieden geschlossen. Aber nicht alle. Ein bisschen Krieg ist noch. Ähm. Ja, ich werde schon irgendwann mal meine Nachbarn fragen, was sie eigentlich davon halten, zusammenzuarbeiten und ganz eng zu kooperieren. Ähm. Das, äh, werden wir dann schon noch machen. Müssen wir halt schauen, wie wir was. Oh, hier können wir, äh, tatsächlich aufsteigen. Ähm. Brauchen wir noch fünf, also brauchen wir noch 30 Fabriken, um zum Königreich aufzusteigen. Interessant. Ob wir eine Division bauen können, die nichts davon dabei hat. Aber das ist auch unwahrscheinlich. Das ist natürlich ärgerlich. Das bedeutet, wir müssen eigentlich relativ zeitnah jetzt auf Port Equipment und auch auf Artillery gehen. So gesehen. Auf beides. Ähm. Bei Support Equipment haben wir schon. Ähm. Aber dafür haben wir zu wenig Rohstoffe. Haben wir jetzt noch nicht. Wir müssen noch nicht sofort ein Militär aufbauen. Ich denke mal, wir sind, äh, auch mit unserem jetzigen Militär deutlich größer als die meisten Länder. Weil die KI ja meistens nicht markt schon kann. Erhöhe die Steuern. Es, äh, gibt tatsächlich aktuell keinen Sinn, die Steuern zu erhöhen. Weil, ähm, also es gibt ein bisschen was, weil wir eben fünf Prozent Consumer Goods frei kriegen. Aber, ähm, dafür verlieren wir auch Stabilität, was uns politische Power kostet. Und, ähm, wir bekommen nur einen Bonus auf, ähm, Militärfabriken zum Bau. Das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ähm. Ja, okay, wir haben schon einen großen Teil Consumer Goods, muss man schon sagen. Ja, vielleicht ein Argument. Das noch weiter runter zu bringen. Ja, für 100? Ich weiß es nicht. Ähm. Was haben wir denn hier noch? Supply. Okay, wir können schon die höheren Steuern nehmen eigentlich. Das bringt uns jetzt nicht so einen krassen Bonus, aber die Consumer Goods, fünf Prozent, sind schon nicht schlecht. Wobei es hier, glaube ich, auch irgendwo einen gab, der die Consumer Goods reduziert hat. Ähm, ja, wir müssen halt auf unsere Stabilität aufpassen. Ich weiß nicht, wie es in der Mod ist. Irgendwie da, ähm, jetzt, äh, wie das ausschaut. Okay, also, Junker-Parlament, äh, States General oder Rule by Royal Decree. Ähm. Muss ich gerade selber überlegen. Vielleicht nehmen wir irgendwas, dass das Ganze erhöht. Also, jetzt sind wir schon auf Zentralisierung der Macht gegangen, deswegen würde ich das hier vielleicht lassen, weil wir da, ähm, indirekt halt, äh, Absolutismus verlieren. Ähm. Hier bekommen wir ziemlich viel Militär, aber auch Aristokraten. Und das wäre jetzt natürlich, ähm, der definitiv, ähm, anarchistischste Weg. Ähm. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, komm, wir müssen da eine Abstimmung drüber starten. Ich meine, ihr wisst ja inzwischen, wie es funktioniert, oder? Können wir das ja mal, äh, Startsform einmal machen. Also, wir haben die Option Junker. Kommand 1, das kommt gleich. Äh. 1, äh, oh, ups. 2 und dann noch, äh, Royal. Schon richtig, ich habe die ganzen Abstimmungen eigentlich vorbereitet gehabt, aber die sind jetzt irgendwie verschwunden. Keine Ahnung, aber hier habt ihr eure Abstimmung. Okay, so dann machen wir halt wieder Wirtschaft. Äh, nehme ich jetzt, äh, auch mit. Ähm. Okay, das kostet uns 5% Consumer Goods. Ähm, das, ich wollte es gerade eben schon nehmen, weil ich den Consumer kurz gelesen habe und dachte, boah, voll geil. Aber, ähm, nehmen wir aber nicht, kosten unnötig viel. Äh, auf Navy weiß ich nicht, ob ich gehen würde. Ähm, Control Baltic Trade, okay. Baltic Trade, sorry. Ich will jetzt aber tatsächlich erstmal das Eisen hier mit, was wir da genügend haben. Ich meine, wir kriegen jetzt gleich mehr als genügend. Das ist so typisch, wie manche, ähm, Spieleentwickler irgendwelche Spiele fixen. So, eine Waffe ist zu stark, dann wird sie erstmal schlechter gemacht, und den Counterpart auch noch besser, und am Ende haben wir dasselbe Problem noch andersrum. Aber gut, ähm, ich fühle mich irgendwie so schlecht, weil ich hier gar nichts mache. Wir könnten tatsächlich mal, äh, auf Mobile Warfare gehen, weil ich eben primär, ähm, auf diese schwere Cavalry gehen möchte. Ich weiß nicht, ob wir eine Agency gründen sollen. Also wir haben halt aktuell nur fünf Zivilfabriken, und wenn wir die jetzt für 30 Tage da, äh, rausnehmen, wird ein bisschen blöd. Ich würde es wahrscheinlich später gründen. Was wird besser? Noch fünf Consumer Goods bei 28% verlangt. Okay, wir können unsere Truppen an deren Konkurrenze, äh, interessant. Weiß wir jetzt nicht, warum, aber wir können das. Also hier ist natürlich Mod-typisch ziemlich viel gescriptet. Ach, guten Tag, Huttgi. So, wie sieht denn die Abstimmung aktuell aus? Ähm, gut, ist sehr knapp aktuell. Ihr wollt mich doch nur ärgern, oder? Wieso frage ich euch eigentlich, ob ihr mir bei der Abstimmung helft, wenn ihr dann jedes Mal alle Optionen schön gleichmäßig votet? Ähm, Wie heißt das Lied gerade? Moment. Marsch, okay, irgendwas Französisches. Ja. So. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich noch nicht. Das sind die YouTube-Typen. Okay, also, Juncker gewinnt aktuell gerade. Hallo, Peter. Ja, okay, es kann echt sein, dass Twitch mal wieder rumbugt. Das ist bei dem, äh, Bot einfach manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht auch noch eine Sache, die ihr wissen müsst, wenn wir, ähm, einen von den beiden nehmen, dann müssen wir, äh, den Österreichern 8000 Mal Manpower geben, und da fucken wir die Überschrecher komplett ab. Ja. Wir sind bei 24. Echt jetzt? Wirklich? Mach davon jetzt ein, ich mach davon jetzt ein Screenshot und poste sie einfach auf dem Discord in den Memes-Channel. Nee. So, übrigens, wer nicht auf dem Discord ist, der, ähm, darf sehr gerne dem Discord joinen. Ähm, wir haben da einen Memes-Channel erst gut. So. Ich hab mich heute noch gar keine Discord-Werbung gemacht. Gut. Ähm, ich seh schon einige Leute, stimmen tatsächlich ab. Ich seh mich nicht, wie ihr abstimmt. die Commands werden bei mir rausgefiltert. Ähm, gerade jetzt ein bisschen wie die Österreicher ärgern. Ja, das, äh, hab ich nämlich auch so im Kopf. Hab tatsächlich bei meinem Testrun das hier genommen, aber das ist jetzt tatsächlich nicht so schlimm, als dass das auch gerade nicht relevant ist. Okay, also. Ähm, wir sind bei 25 Votes und es steht 889. Hm. Äh, würdest du denken, dass Europa von 1940 vom Krieg bis heute in seinen Staatsgeheimen ganzen überlebt? Boah, das ist sehr schwierig, sowas zu beantworten. Ähm, wenn ich Royle nehme, da wird er mich zu legen. Okay, aber es sieht tatsächlich gerade so aus, ähm, dass es doch ziemlich eindeutig zu Vot 3, äh, tendiert, mit zwei Stimmen Abstand. Ähm, da nehmen wir das tatsächlich jetzt, weil sonst die Abstimmung zu lange dauert. Ihr könnt übrigens euer Vot noch ändern, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Also, ihr könnt prinzipiell auch strategisch abstimmen. Ähm, also quasi sagen, okay, meine Option gewählt eh nicht, aber ich finde die andere Option ganz blöd. Und dann, äh, könnt ihr noch, äh, wechseln. Genau, also nochmal, alle Twitch funktioniert aktuell aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, also, geht einfach auf YouTube, wenn ihr abstimmen wollt. Aber ich glaube, der Bot tut generell überhaupt nicht auf, auf Twitch. Das dürfte das Problem sein, ähm, ähm, äh, dann poste ich hier mal kurz alles, äh, händisch. Also, hier habt ihr einmal den Discord-Link und den Livestream dürftet ihr auch finden, sobald ich, so, ihr habt übrigens gerade gehört, der Delay ist halt legit bei einer Sekunde oder so. Das ist wahrscheinlich der kurze Delay, den ich jemals hatte. Also, das funktioniert aktuell wohl ganz gut. Aber ist Königsberg die Hauptstadt? Ähm, das war doch damals so, oder? Also, die Preußen kamen ja von da drüben. Boah, da habe ich mir neulich mal was durchgelesen, wo die Preußen ursprünglich herkamen, weil ich Crusader Kings 3 gespielt habe und da quasi mit dem ursprünglich preußischen Volk angefangen habe. Das war aber übel schwer, sonst hätte ich das ganz gerne mal in einem Livestream gemacht. Aber gut, wir machen jetzt halt keinen Kompromiss mit den Österreichern, was gut ist, weil wir behalten dadurch 8000 Manpower, was verdammt viel ist. Ähm, so, auf Vortex können wir doch gar nicht gehen. Äh, Chef Diplomat, da können wir noch mehr Political Power rausholen. Oder wir, ja, das Political Power macht wahrscheinlich im meisten Sinn. Spy Master brauchen wir nicht, Military High Command brauchen wir auch nicht. Das wäre vielleicht noch gut, dass wir Land Doctrine bekommen und Army Experience. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall als nächstes. Das ist ganz interessant, ich habe mal vor einer Weile eine Doku zu Berlin angeguckt, also das war ja mal eine Zeit lang eine der größten Städte der Welt, beziehungsweise auch schnell wachsenden Städte. Wobei das der Welt finde ich immer ein bisschen schwierig, weil meistens betrachtet man damit ja nur europäische Standards. Das kann sein, irgendwie hatte woanders in der Welt viel krassere. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber gut, 10% Land Doctrine ist natürlich nice, wenn wir selber Land Doctrine benutzen und die Army Experience ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, wir haben freie Zivilfabriken. Wunderbar. Ja, wir bauen natürlich jetzt erstmal Berlin weiter aus, so wie es traditionell auch gehört hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so Berlin-affin bin in in einem Spiel. Auf jeden Fall, wir können ja in Berlin die Zivilwirtschaft ausbauen, in Königsberg, in Militärwirtschaft. Das wäre dann irgendwie ganz cool, weil mit Preußen verbindet man ja schon ein bisschen Militär. Gut, mit Berlin verbindet man jetzt nicht unbedingt eine produktive Wirtschaft, aber anderes Thema. Da haben wir nämlich auch einen Grund, Königsberg zu verteidigen. Das will ich natürlich aus RP-lichen Gründen definitiv machen. Also wir müssen die auf jeden Fall verteidigen, auch wenn es ja spielerisch immer ein bisschen schwierig ist da drüben. Doku Berlin-Aufwerte, das war nicht, das ist lange her. Das war auch eine Zeit lang, gab es ziemlich viele Dokus über die Weimarer Republik und in der Phase habe ich mir das angeguckt. So. Brandenburg-Prussia, wir werden eben zu Preußen werden und wir ändern unsere Hauptstadt zu Berlin und wir werden zum Königreich, was sehr gut ist, weil es uns ziemlich viele Boni gibt und wir erklären uns damit eben zum Königreich. also wir steigen Zwischneider auf aktuell. Genau, da können wir uns mal die genauen Unterschiede anschauen. Das sind schon gravierend, wir kriegen ordentlich mehr politische Power. Wir haben weniger maximale Fabriken in der Stadt. Okay, weird. Construction Speed geht hoch bzw. der Malus von 10% fällt weg. Wir haben Research Speed 3 anstatt 1, höheren Planungsspeed oder? Planungsspeed? Ne, wir haben niedrigeren Planungsspeed aber dafür höherer Max-Planungswert. Ja, dieser Planungswert ist eh. Also ich will nicht sagen, dass er irrelevant ist, weil er kann ziemlich reinhauen, aber ich meine, ob man jetzt ein bisschen schneller plant oder nicht, vor allem gegen KI, ist ziemlich irrelevant. Berlin verbinde ich drei Wörter, Mauer, Ghetto, Hartz, 4, uff. Der gute Spartakusbund. Tatsächlich damals meine Ex-Freundin, die hat fürs, hat auch Geschichts-Abi geschrieben und hat eine Ausarbeitung für Geschichte schreiben müssen. Da habe ich sie in gewisser Weise unterstützt und ich glaube, der ging jetzt auch im Spartakusbund. Ich habe da sogar mal eine wissenschaftliche Ausarbeitung drüber. Unterstützt, unterstützt. So. Wir könnten natürlich den Deutschland-Move bringen und das jetzt einfach auswählen, aber was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist Military Police irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob wir mit Fiat-Hospitäler forschen sollen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel Manpower das ist. Also, es wirkt für mich als sehr, sehr wenig. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Frische Force ist auch nicht. Können wir die Soft-Attack plus 5% nehmen. Das klingt eigentlich ganz gut. Maurice, wie lange geht das streamen? Ja, schon guten Tag. Weiß ich noch nicht. Also, das ist jetzt so eine spontane Geschichte. Ich streamer meistens so vier Stunden rum. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie weit es geht. Also, der Forschungstree geht ja, wie wir hier sehen, bis 1708. Mal schauen, wie es den Zuschauern gefällt und so weiter. Okay, da gibt es jetzt richtig Krieg. Also, Schweden gegen quasi den Rest hier. Und wir können Schweden sogar ein Attaché senden. Das ist natürlich praktisch, weil zum einen können wir dann zuschauen, zum anderen sehen wir mal, wie viele Truppen die anderen so haben. Und wir kriegen natürlich Arme Experience, was von Vorteil ist. Ich wollte gerade eben schon sagen, was verkacken die KI da, aber die haben ihre Truppen schon ganz gut da stehen. So, wir werden gerade eben zum Königreich rum, sind jetzt eben das Königreich Preußen, was natürlich nur Vorteil hat. So, dann werden wir zum Empire. Hier ist da auch noch ein bisschen. So, wie können wir weiter fortfahren? Oh, wir haben zu wenig Manpower auf dem Feld. Fuck. Ich weiß, wir können nur hier links entlang gehen. Ja, und das bringt auch nicht so viel. Ähm. Wir werden wir erstmal das hier ausheben, damit wir relativ schnell unsere, unser Militär aufbauen können, weil wir haben aktuell, boah, 30.000 Mann auf dem Feld. Scheiße. brauchen aber echt die Arm-Experience. Wir müssen eine Division bauen, die keine, ähm, Support-Sachen braucht. Dann können wir da richtig schnell was ausheben. Hast du dieses Video gesehen? Äh, tatsächlich nicht, nein. Ähm, welches? Ich weiß auch gar nicht immer, wie relevant die sind. Äh, der macht ja öfters mal welche. Wir müssen ja jetzt de facto duplizieren und das zweimal entfernen, das steht richtig teuer. Hm, hm, hm. Oder wir produzieren erstmal das Infanterie, äh, Support-Equipment deutlich früher. Wir kriegen jetzt ja zwei Militärfabriken. Vielleicht können wir tatsächlich mal kurz zwischendurch, ähm, wie gesagt, Königsberg, bauen wir zwei Militärfabriken. Fuck, okay, es hat so nicht funktioniert, wie ich das wollte. Okay, müssen wir das halt jetzt so machen und bauen in der Aschmark hier noch ein bisschen was. Weiß macht gar keinen Sinn. Okay, wir lassen das jetzt so laufen, ähm, bauen die schnell runter und passt das. Ähm, bei der Artillerie haben wir eben Feldartillerie und Haulzer. Okay, da muss ich jetzt richtig in einen Bildschirm ran. Ich kann es mich kaum lesen. Okay, links 15 Defense, rechts 12. Softattack 30 und 28. Durchbruch 7 und 9, glaube ich. Hardattack 2 und 3. Direktionskosten 8 und 6. Piercing 5. Okay, äh, für mich gibt es hier keinen größeren, besseren Grund, auf die schwere Artillerie zu gehen. Vielleicht später mal, aber ich würde es tatsächlich die, äh, ah, können es eh noch nicht machen. Wobei, 185 Tage. So viel ist es eigentlich gar nicht. Und da wir fokussiert haben, macht es, glaube ich, schon durchaus Sinn. Wir erforschen das jetzt früher, weil wir ja konzentrierte Wirtschaft haben. Das bedeutet, wir müssen relativ früh anfangen, das zu produzieren. Ja gut, ich meine, Rezo macht regelmäßig Videos über Politik. Ähm, was hier in aller regelmäßigen. Ich habe einmal, ich habe einmal, ich habe einmal ein komplettes Video zu ihm gemacht, tatsächlich. Und da ging es auch ein bisschen darum, dass er prinzipiell, er übernimmt, ne, wir werden natürlich unseren Attaché sowas von dort lassen. Ähm, er übernimmt natürlich schon einen wichtigen Job, weil er eben auch vor allem jungen Leuten Politik näher bringt. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, ja, manchmal finde ich seine Methode, wie er das tut, sehr kritisch. Vor allem er nutzt halt dieses auch so, ja, solange ich eine Quelle habe, um es zu belegen, dann muss es ja stimmen, weil so lernt man das halt in der Schule. So Hauptsache, man kann alles belegen, aber so funktioniert in der Politik nicht. Wenn er da halt irgendwie einen Zeitungsartikel verlinkt als Quelle, wo ein Journalist seine Meinung geäußert hat, dann, ähm, ist das halt keine Quelle. Also wenn ihr das bei einer wissenschaftlichen Ausarbeitung machen würdet, ähm, die würde man eigentlich komplette Ausarbeitung um die Ohren hauen. Also ich fand, seine Methode war natürlich schon gut und für ein YouTube-Video absolut überdurchschnittlich. Das war jetzt nicht so, als ob er, ähm, da quasi Dinge erzählt hätte, die übel krass wären und wo es keine andere Meinung zu geben kann, wo auch die Faktenlage so total eindeutig ist und so weiter. Also soll ich das alles nicht. Ähm, und, äh, ja, vieles von dem, was er erzählt hat, äh, kam auch so ein bisschen so rüber, als ob das jetzt so voll krass wäre. Dabei, ähm, war das eigentlich so Zeug, dass jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Politik auseinandergesetzt hat, schon längst wusste und es wurde dazu verkauft, als ob er das jetzt aufgelegt hätte. Also da wurde ja auch viel reininterpretiert und, äh, ich denke nicht, dass er das persönlich, äh, so hat darauf ankommen lassen. Das konnte ja auch keiner absehen, wie, wie, was für große Wellen das geschlagen hat. Aber ich fand die Methode manchmal ein bisschen schwierig. So, jetzt verlieren wir noch mehr Stabilität. Langsam wird es echt schwierig. Ähm, aber wir brauchen da unten die drei Zivilfabriken. Das ist ganz wichtig. Ja, äh, zum Thema Krieg. Es ist, äh, liegt ziemlich am Fokus-Tree, dass wir Krieg machen können. Es ist nicht so, dass ich hier, äh, einfach irgendwas gar, also ich kann niemandem manuell den Krieg erklären. So, wir produzieren jetzt Support-Equipment und Artlet. Ah, das war dumm. Wir produzieren, komm, wir müssen wahrscheinlich eh gleich Tuch einkaufen. Produzieren wir lieber Support-Equipment. Dann können wir nämlich hier, quasi die Artillerie removen, soweit wir zehn Army-Experience haben. Also, jetzt. So. Und, damit können wir jetzt dann quasi ziemlich viel Infanterie produzieren. Und sogar sagen, dass wir jetzt alles, was an Militärfabriken reinkommt, hier reinkaufen und wir sogar, um das zu erhöhen, Tuch einkaufen beziehungsweise nee, das wäre, glaube ich, besser. Fuck. Zweimal forschen. Einmal forschen, dann kann man spawnen. Okay, gut. Die sind wirklich schon durch? Okay. So, damit hätten wir 750.000 Mann auf dem Feld. Wir brauchen aber 50.000. So, das reicht. Hallo an alle. Jetzt wird es hier langsam sicher interessant. Der Bündnis hier. Oh, mein, äh, da können wir hören, Research. Ah, genau, wir wollten die drei Zivilfabriken haben. Wie viel habe ich verpasst? Achso, ähm, noch nicht viel. Also wir haben jetzt Preußen prinzipiell erstmal aufgebaut, wir waren zum Königreich. Ähm, ich habe, äh, die Berater eingestellt, wir haben ein bisschen die Armee umstrukturieren müssen, weil unsere Wirtschaft das nicht so ganz hergibt, dass wir so teure Einheiten bauen. Wir brauchen aber unbedingt eine gewisse Anzahl von Leuten auf dem Feld. Wir haben eine viel zu teure Ein... Oh, die Divisionen sind viel zu teuer. Boah. Das ist echt übel. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir, ähm, wobei, ne, wir müssen tatsächlich die Infanterie jetzt hier behalten, weil die Schlicht und Greifung deutlich billiger ist als alles andere. Ähm, auch wenn der Hardness-Faktor natürlich nicht so gut ist, aber wir gehen hier natürlich wie immer auf Secret Police. Ist der Frankreich 10 stabil genommen? Warte, was meinst du genau? Also stabil wird Deutschland oder egal, wir eben bleiben. Division Attack ist natürlich cool. Ähm, Befestigung brauchen wir eigentlich kaum. Wir haben jetzt einen Theoretiker schon dabei, das... Hier haben wir noch Research Speed 5%, das können wir natürlich mitnehmen, das ist gut. Wie weit haben wir und wie viel haben wir jetzt bei Forschung? Plus 25%, ist doch nice. Achso, die Huguenotten, jaja, das fand Frankreich nicht so gut, aber ich glaube, sie mögen mich noch. Bei mich hat es tatsächlich auch ein bisschen, also mir hat es Stabilität reingedrückt und die haben quasi minus 10 Meinungen. Ich glaube nicht, dass es die Stabilität gekostet hat. Wir müssen es eben machen, weil wir dadurch jetzt zum einen 5% Forschungsbonus bekommen und eben 3 Zivilfabriken und wenn man bedenkt, dass wir aktuell quasi nur 19 haben, dann ist das ein nicht zu verachtender Wert, den wir unbedingt anstreben sollten. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob wir irgendeinen von... ja, wobei wir nehmen jetzt den Forschungsgebiet nehmen oder wir müssen jetzt auch uns demnächst schon um die Weltpolitik kümmern. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, wir unterstützen prinzipiell Frankreich gegen Österreich, weil das so ein bisschen der Erbfeind aktuell. Ähm, Liberate Sexton hier. Okay, wir könnten aber auch den Fokus nehmen und ziemlich schnell jetzt mal Sachsen angreifen. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Dann unterstützen wir nochmal die Schweden. Ähm, ja, das sieht gut aus. Die Schweden können wir unterstützen. Ich glaube nicht, dass es unter Baerbock einen Bürgerkrieg gibt. Ich meine, die meisten Leute wird es... Also ich meine, A, es ist unrealistisch, dass Baerbock, äh, Bundeskanzlerin wird, aber man muss auch sagen, dass sich bei dieser Wahl so viel ändert. Also tatsächlich, ähm, ich habe meine Briefwahlunterlagen tatsächlich schon jetzt eine Weile, also seit ein, zwei Tagen, ähm, da so rumliegen. Ich werde vermutlich so spät es geht erst wählen, damit, äh, nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert und ich dann quasi eine Partei gewählt habe, die dann doch irgendwas noch geändert hat. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich finde, dieser Wahl ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir, so, meine Familie und ich, ähm, doch ins Wahllokal gehen sollen. Wir sind zwar auch alle geimpft und so, aber gerade mit Omas und so weiter und die hätten dann eh Briefwahl machen müssen und dann, aber wie gesagt, gut, dann machen wir halt nochmal Briefwahl. Äh, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die meinten, ähm, so, sie wählen jetzt irgendwie so gefühlt das zehnte Mal und waren nur einmal in ihrem Leben in einer Wahlkabine. Äh, so geht es mir gefühlt auch. Wobei ich damals Glück hatte, ich halt mit 16 waren direkt Wahlen, wo ich mitmachen konnte. Und dann, als ich gerade 18 war, war glaube ich Bundestagswahl oder 19. Also 19 war Bundestagswahl. Ich habe schon relativ häufig gewählt, seitdem ich 18 bin. Da habe ich auch schon wieder eine Wahl daher. So, können wir da inzwischen was auswählen? Noch 0,6 Jahre. Weil, ähm, können wir das nicht mal noch, weil diese Supply-Bonus sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, auf jeden Fall kommen die Linken in den Bundestag. Ich weiß nicht, ob wir so eine hohe Wahlbeteiligung haben. Ich habe halt auch mit vielen Leuten, es ist jetzt nicht so wie in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, dass man wirklich sagen kann, ihr müsst jetzt wählen, weil sonst kommt die AfD an die Macht und da sind sich dann alle einig, dass man das tun muss oder so. Ähm. Na, wir könnten mal pro Sachsen. Ähm. Also ich weiß nicht. Also prinzipiell ist die Wahlbeteiligung generell ja abnehmend. Und die Wahl ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber der Wahlkampf wurde halt schwierig geführt ohne größere, also es gab halt ziemlich wenig Inhalte und so. Es kann also schon sein, dass, ähm, da, ähm, ein paar deswegen nicht unbedingt wählen wollen. Aber kann wir hier, machen wir das mal so, zwei Provinzen und dann Spährangriff auf Dresden. Genau. Äh, ich mach das, weil dieser Planungsbonus ist erst nicht zu unterschätzen. Wir könnten jetzt natürlich noch Tuch einhandeln im Ayutthaya. Ähm, auch wenn es natürlich recht teuer ist, aber wir brauchen unbedingt die Truppen, dass wir da eben weitermachen können. Wir haben definitiv zu wenig Support Equipment. Uns fehlt so viel, dass wir dafür noch, okay, noch 58 Tage. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist die Frage, ob wir hier vielleicht irgendwo weitermachen müssen, ob wir langsam sicher auch den nächsten Forschungspunkt brauchen. Hier nehmen wir auf jeden Fall mal das Militär mit. und dann würde ich tatsächlich, äh, vielleicht sogar demnächst noch den Forschungsslot hier mitnehmen, weil wir dann die Wirtschaft wussten können zum Licht nochmal. Ich bin seit ich 18 bin Wahlhelfer, da wählt man halt selbst, wenn man schon da ist. Ja, okay, ja, klar, natürlich. Ähm, ich fand das tatsächlich, dass ich nicht zum Wahlhelfer berufen würde, also, ähm, im Regelfall schickt da ja jede Partei welche hin und die Leute sind meistens sehr alt und ich bin noch sehr jung, ich könnte das machen, aber naja. Ähm, genau, wir wollten Richtung Schweden gehen, da würde ich jetzt aber tatsächlich, äh, erst mal die Forschung noch mitnehmen. Oh, nice, 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 nice. Weil ich glaube, so wichtig ist die gar nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir gleich, so, ich wollte gerade eben sagen, wir hätten da vielleicht nicht auf unendlich gehen sollen. So, jetzt sind wir bei Army 72.000, das passt ja optimal. Da kann man hier gleich sagen, bitte einmal hier rein, danke. Okay, ich denke mal, das reicht dann aber auch an Support Equipment und wir können danach mal anfangen, die bessere Artillerie zu produzieren. und wir müssen glaube ich echt langsam auch sicher mal, äh, auch mehr auf Militärfabriken gehen. Wir machen jetzt nämlich ein Slot voll. Dann boosten wir hier mal, wobei wir boosten dann erst, äh, Brandenburg fertig, weil wir da eben die bessere Infrastruktur haben. Was sind Wahlen? 1701 die Königsberg, ja stimmt, wir haben keine Wahlen. 5 ist angenehm zuzuschauen. Was weiß ich mit 5, also die Geschwindigkeit auf 5, oder Wernburg, die, oh lol, die existieren ja auch noch. Ah, Leute sind in einem Bündnis mit, äh, der Antischwedischen Koalition, okay, muss mal aufpassen. So, jetzt können wir auch langsam mal in Richtung, ähm, Division Attack gehen. Oh, okay, wir sind also quasi jetzt, äh, langsam sicher im Bereich, wo der Krieg starten könnte. Habe ich vielleicht ein bisschen spät angefangen, ähm, Militärfabriken zu bauen. Generell hätte ich mir Militärfabriken bauen sollen, weil wir ja obern ja ziemlich viel. Oh gut, ich fühle mich halt echt ein bisschen schlecht mit der Anzeige hier. Ähm. So, jetzt haben wir unsere Division hier durch, da könnten wir jetzt noch Cavalry reinpacken, weil Cavalry tatsächlich keine Pferde kostet, das ist ja schön. Ähm, und könnten damit unsere Truppen nochmal ein bisschen verbessern. So, da haben sie zwar nicht die volle Stärke, das ist wahrscheinlich ordentlich, was ein Support Equipment kostet, aber das holen wir ja gerade schnell auf, weil wir ja da einen guten Fokus drauf gelegt haben, dass wir das machen können. So. Oh, da fällt mir ein, wir wollten noch viel handeln wie gerade ein Tierstück. Dann können wir uns nämlich die zwei sparen. Ähm, Textil. Oh, das hier in der Ostmark. Zwei Stück. So, dann können wir die runter produzieren und dann eben auf Militärfabriken gehen. Bayerler kapituliert, warte, was? Können die überhaupt? Das ist schon Arcelerio forscht. Äh, ja. Aber wir produzieren sie aktuell nicht, weil ich habe echt wenig Militärfabriken, wobei wir jetzt dann demnächst damit anfangen. Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, das klingt doch mal noch nach was. Sind wahrscheinlich nur nirgends mal in der Efficiency-Ker... Ah, doch, tatsächlich. Ähm, Factory-Output ist aber auch höher. Nehmen wir erstmal den Factory-Output. Ah, in Bayern ist Maria Theresiana Mar... Warte, was? Wo? Wo? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Ähm, oh Leute, wir haben einen nationalen Fokus. Den sollten wir immer noch auswählen. Jetzt können wir nämlich, äh, Crater Prussia machen. Juhu, wir haben Infanterie-Schwerter erforscht. Wunderbar. Und hier kriegen wir nochmal einen Bonus. Die Grand Alliance ist ja, äh, quasi die Gegenoption zu dem, was wir hier gewählt haben. Ähm, wir könnten jetzt natürlich, wir könnten das hier annehmen. Und dann würden wir wahrscheinlich das hier alles skippen. Aber das machen wir lieber mal nicht. Und die Schweden, die mögen uns ja prinzipiell. Da haben wir bis jetzt ja alles in die Richtung gelenkt. Das ist schon wahrscheinlich ziemlich dumm, dass wir hier Crater Prussia nehmen, bevor wir, ähm, bei denen im Bündnis sind. Wir sollten vielleicht, oh, bei denen im Bündnis, gar nichts. Hm, hm, hm. Okay, gegen was haben wir jetzt alles einen, äh, Kriegsgrund? Sehen wir das überhaupt hier? Weiß nicht. Also wir können jetzt auf jeden Fall, äh, Dinge claimen, ziemlich zügig. Und wir haben prinzipiell noch gegen niemanden, oder was, kriegen wir da, wir gehen, äh, claimen, anhalt, Skidansk und keine Ahnung was alles. Können den aber trotzdem keinen Krieg erklären. Okay, wir haben quasi erst Ansprüche und Retail Corset. Okay, wir müssen uns quasi jetzt manuell fingieren. Okay, okay, okay. Also können wir jetzt mal schauen. Ähm, das wird von Österreich garantiert. Okay, hier garantiert Österreich quasi alles. Bedeut, wir können quasi nichts machen, ohne richtig hart zu eskalieren. Das heißt, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas erobern, müssen wir so oder so uns bei den Schweden einschleimen. Verdammt. Ach, Lord Clash, du musst jetzt nicht beleidigen. Mir ist schon natürlich bewusst, dass es gegen Frankreich geht, aber spieltechnisch haben wir die Wahl eben pro Schweden oder anti Schweden. Das hat ja jetzt nichts mit dem politischen oder historischen Aspekt zu tun. Es ging mir darum, ob ich den linken oder den rechten Fokus wieder mit runtergehe. Also bitte nicht anfangen, Leute zu beleidigen. Das ist ein bisschen unnötig. Ich will ja gegen Österreich gehen. Das war ja Sinn und Zweck des Ganzen. Oder bringe ich jetzt irgendwas durcheinander? Also wie ich das verstanden habe, ist ja Schweden gegen Österreich. Ähm, genau. Okay, ich dachte mir hat jetzt jemand den Krieg erklärt, aber ich glaube die Türken haben mal wieder einen Bürgerkrieg. Schade, wir haben nicht genügend Truppen für... Wie viele Divisionen haben wir? Wir haben 24. Das ist natürlich ärgerlich. Wir können auf jeden Fall nochmal 2 produzieren, dass wir eben auf 24 kommen. Dann können wir hier noch definitiv den Infanterie, äh, mit der Liste nehmen. Äh, ich glaube, Anhalt kann ich tatsächlich, äh, gegen die muss ich gar nicht kämpfen, um sie zu puppeten, so wie ich das gesehen habe. Ah, nee, es war Ansbach, die wir... Okay. Ich muss mal schauen, was wir da puppeten. Das Problem ist, wie erwähnt, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wenn ich da jetzt einmarschiere, habe ich dann einen riesen Krieg-Trigger und gegen alles und jedem Krieg bin. Und, äh, das überhaupt nicht in den Griff bekommen. Pod French Claims. Ah, da können wir eben den Bündnis joinen, das war der Tree runter, oh lol, okay. Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es langsam wieder. True Britannia in Dauerschleif. Nee, tatsächlich nicht. Es wirkt nur tatsächlich so, ähm, ich spreche das tatsächlich mal ab. Aber was Dummes passiert. Ähm, dass es hier wohl sehr häufig vorkommt. Ich weiß auch gar nicht, welches Sound-Ding da jetzt ersetzt wurde. Kann aber ein paar reinmachen wieder. So. Aber es kam tatsächlich schon ziemlich häufig heute, das stimmt. Können wir raus für eine Attacke. Wir können tatsächlich mal kurz, äh, angreifen und eben schauen, was passiert. Dafür gibt es ja Save-Schneiden, wir spielen ja nicht in Multiplayer. Bei einer Mod kann man sowas ja auch mal ausprobieren. So, wir haben gleich unser Tuch durch. Das bedeutet, wir können mal aufhören, das, äh, einzuhandeln. So, so. Achso, hä? Da haben wir jetzt nur eins gebaut, oder wie? Da haben wir in zwei gebaut. Und die wiederum kämen jeweils zwei. Ich muss mal Nummer eins bauen. Die Zerstörung des polnischen Staates ist, äh, unvermeidbar. Ja, gut. Das wird jetzt so schief gehen. Das wird jetzt schon kommen. Jetzt haben wir unser Stockpile hier. Oh, Frankreich hat geklärt. Aber es sieht jetzt nach keinem. Ah! Okay, das bedeutet, wir können uns den Fokus-Studio wahrscheinlich gleich sparen. Tatsächlich. Aber wenn wir da jetzt reingehen, das müssen wir nämlich, glaube ich, gar nicht machen. Weil, wenn wir da jetzt, äh, die werden uns eh ins Bündnis einladen. Da geben wir noch Claims auf Sachsen. Das ist gut in Sachsen. Ich ziehe ja nach wie vor immer noch nach Sachsen im Oktober. Und, ähm, meine, so unabhängig voneinander haben jetzt irgendwie die letzten drei Tage wieder angefangen, mich alle deswegen zu mobben. Das ist sehr freundlich von meiner Familie. Ich war gestern auf einer Feier von Verwandten und die haben mir dann auch erklärt, dass es echt problematisch wäre, wenn ich eine Sächsische heimbringe. Ähm, meine beste Freundin hat, äh, sich drüber lustig gemacht, was passiert, wenn ich eine Sächsische Freundin hätte. Und meine Mutter hat es generell einfach mal so ganz per se als Vaterlandsverrat bezeichnet, dass ich Baden-Württemberg verlasse. Es ist wunderbar. Okay, ja, alles gut, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich in Prinzip ja Angst vor Krieg hätte. Es ist nur eher so, dass, äh, wir bauen jetzt schon hier Army Factories, okay. Es ist nur so, dass, ähm, ich jetzt Angst vor unkontrolliertem Krieg habe, wenn hier irgendwas so richtig Schlimmes schief geht. Moment, ich kann Sachsen fragen, ob sie mir, müsste ich quasi gar nicht erobern oder wie? Gucken wir mal machen, auch die 35 Tage, wenn sie ablehnen, dann, ähm, nee, nee, ich habe schon seit ein paar Monaten keine Freundin mehr. Aber irgendwie haben alle die Befurchtung, dass ich quasi nach Sachsen gehe und instant eine mit nach Hause bringe. Das war ja damals auch so, ich bin nach Stuttgart gezogen, hatte quasi zwei Wochen später dann meine damalige Freundin kennengelernt. Witzigerweise nicht mal dort, sondern in der Heimat, aber, ähm, ja. Gut, wir können tatsächlich mal die bessere Infanterie produzieren, weil, ähm, wir haben von der Alten jetzt mehr ist genug. Und ich bin nicht der Punkt, weil ich checke halt jetzt nicht, mit wem ich da dann im Krieg bin. Okay, also ich bin mit Polen mit im Krieg. Okay, so. Oh, das ist jetzt wie folgt. Und, äh, dann nehmen wir noch einen kleinen Teil. Und mit dem auch einfach nur folgendes. Wir halten quasi Königsback. Das ist jetzt zwar strategisch nicht so oder nicht sinnvoll. Aber es ist wichtig, dass Königsback gehalten wird. So. Jetzt warten wir aber noch, bevor wir den Krieg erklären, weil vielleicht geben die uns das ja freiwillig. Sag's nicht, weiß nicht. Wobei, bei mir ist eher wahrscheinlich, äh, ich hab so ein bisschen meine... Ultimatum, deklares Warren, Fürstentum. Okay, also sie haben quasi abgelehnt. Okay, gut zu wissen. Sie haben abgelehnt. Jetzt sind wir mit Polen im Krieg. Mit wem sind wir sonst noch im Krieg? Okay, prima mit Polen. Gut, und Polen ist aber auch ein Krieg mit Schweden. Wunderbar. Ähm. Genau, so, perfekt. Und jetzt können wir hier den Einheiten da rein. Da fällt mir ein, haben wir überhaupt die richtige Frontbreite? Oh nein, haben wir nicht. Verdammt. Das hätten wir schon vor langer Zeit reinmachen. Oh, was ist denn bei denen? Da brauchen wir... Okay, das ist eine normale Infanterie. Ja, okay, die hätten wir da vielleicht reinpacken sollen. Das war jetzt ein bisschen dumm. Und bei der Kabellerie... Oh nein, wir haben hier... Ist das echt die Kabellerie, die wir da haben? Oh nein. Oh fuck. Okay, dann wird das jetzt richtig unschön. So, dann müssen wir jetzt noch eine Geschwindigkeit herunter. Und, äh, da müssen wir jetzt eben schauen, was passiert. Wir haben hier auf jeden Fall... Okay, da habe ich noch ein paar Truppen übrig. Da kann man aber so auf jeden Fall hier reingehen. Müssen wir aufpassen, dass niemand weiteres bei mir reingeht. So, die könnten mir helfen. Mal Richtung Personalunion gehen. Müssen wir jetzt aufpassen, wie realistisch das ist, dass wir da wirklich verlieren. Aber meine Truppe haben ziemlich hohe Verteidigungswerte. Ich würde tatsächlich dann auch mal, ähm... Max Entrenchment bringt mir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Boah, das ist natürlich ganz nice. Tag plus eins. Aber, das ist natürlich auch gut. Also, wie kämpft ihr jetzt primär dafür? Oh Leute, Moment. Hä, ist das mein Field Marschall? Okay, egal. Nehmen wir mal alles mögliche, was wir halt nehmen können. Die Kamblerie, die ist zwar gut und so, aber... Da habe ich, äh, ganz merkwürdiges Template. Okay, da haben wir jetzt halt alles am Boni rein, was wir haben. Ah, wir haben zu wenig, äh, okay. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir da irgendwo durchkommen. Okay, die 10 als Panzer immerhin. Und dagegen kann sie nicht piercen. Wir haben einen sehr hohen Durchbruchwert. Also, kann schon sein, dass wir damit auf jeden Fall durchkommen. Und wenn die jetzt halbwegs anständig reinforcing... Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Reinforced-Wert von quasi null. Ähm... Gut, da halten wir das auch. Kann sein, dass wir hier tatsächlich eine Einheit abziehen. ...die das hier oben hält. So, ob ich auf Kriegsindustrie umstellen kann? Ja, wäre tatsächlich langsam sinnvoll. Brauchen wir noch ein paar... ...Political Power. Aber Königsberg bleibt bestehen, das ist wichtig. Ah, lol, die greifen hier an. Ups. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, ich glaube, wir verkacken das schlicht und ergreifend. Ja, okay. Ah, okay, 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 okay. Warte mal, das sind... Ne, das sind alles Truppen von Kurfürchen. Ah, der Österreicher hat hier seine Truppen mit dabei, oder? Ne. Hat er nicht. Hat der Freiwillige dort stehen? Ja, ich habe wahrscheinlich eh gleich den Selbstständen neu laden müssen, weil ich hier komplett verkackt habe, weil ich maximal unterschätzt habe, wie schlecht die Einheiten sind. Das ist ja mal weird. Wir können hier übrigens den Preußen... Ah, wobei, wir kriegen hier einen Circle Man Penalty. Okay, das habe ich nicht ganz durchdacht. Der ist natürlich problematisch. Mhm. Naja, gut, jetzt schauen wir mal, wie es weiterläuft. Äh, ne, heute ist, äh, kein klassischer Community-Leist. Okay, ich lade den Selbstständen von gerade eben nochmal. Ich kann da nicht angreifen. Ich muss da quasi, äh, stehen bleiben. Äh, das geht jetzt schneller, als da irgendwas zu probieren. Äh, ich muss da quasi verteidigen primär. Dann hoffen, dass irgendwelche Verbündeten kommen. Hey, das ist schon weird. Also, dass meine Einheiten überhaupt nicht durchbrechen. Ist ein bisschen problematisch. Ähm, das bedeutet halt, also auf jeden Fall, dass wir mit den Einheiten nicht kämpfen können. Das ist sicher. Das ist aber nicht schlimm. Das bedeutet, wir müssen jetzt, äh, dann halt gucken, dass wir Artillerie-Einheiten rankriegen. Und dafür müssen wir eben schauen, dass wir genau das machen, was wir bis jetzt eben auch machen. Dass wir eben die Militärfabriken bauen, um, ähm, auf Artillerie zu gehen. Um da einfach, äh, tatsächlich offensive Werte zusammenzubekommen. So, das bedeutet, wir müssen leider Ostpreußen komplett aufgeben. Wir haben dafür zu wenig Truppen, das ist, äh, sehr ärgerlich. Aber wir können das da drüben eh nicht halten. Ähm, vielleicht auch, dass wir da drüben nichts mehr bauen sollten. Also, wir müssen natürlich, das hat eine hohe Priorität, das zurückzuobern und so. Aber, ja. Die Kamelerie dürfen auch nicht überschätzen, die ist nicht krass. Äh, wir haben genügend Ausrüstung, um die trainieren lassen zu können. Wir brauchen definitiv mehr Kleidung. Was auch zu, zu spät, die Templates. Ja gut, aber ich hab die, ich hab die ja nicht geändert, sodass die da jetzt irgendwie zehn, also die hatten, ja, keine, zwei Soft Attack mehr oder so. Das hätt's nicht rausgerissen. Ich brauch mit ziemlicher Sicherheit die Artillerie tatsächlich. Also ohne die Artillerie sind wir ja ziemlich lost, aber ich hab halt keine Artillerie. Also wir müssen auf jeden Fall schon, dass wir da auf Artillerie gehen. Ähm, das bedeutet, wir müssen jetzt, äh, vielleicht sogar wirklich sagen, okay, wir haben jetzt Konzentrierte genommen, deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber, wir brauchen jetzt auf jeden Fall, ähm, Artillerie um jeden Preis. Egal wie. So schnell wie möglich. Und dann müssen wir die da reinpacken und dann wird das schon werden. Ähm, hab ich noch irgendwas Wirtschaftliches, wo wir Militärfabriken bekommen. Sieht nicht so aus. Kriegen wir Claims of Sachsen. Ja genau, haben wir, haben wir das hier vorhin gemacht und jetzt können wir mal ausprobieren. Ich versuche nochmal die Sachsen zu annektieren. Ähm. So. Geht den Militärtree runter. Der Militärtree bringt uns ja, äh, bringt er uns. Weniger Wirtschaftsleistung, bisschen mehr, äh, äh. Ah, wobei, ja okay, hast recht, der gibt ganz schön einen Bonus hier auf, äh, Divisionsattack und so 10%. Das ist eigentlich untypisch, aber guter Hinweis. Boah, okay, 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 ich sehe, ich sehe, ich sehe. Der gibt uns tatsächlich Boni auf, auf die Truppen selber. Ist natürlich, ähm, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ja, definitiv. Ja, wirtschaftlich wichtig, langfristig. Ähm. So. Dann müssen wir jetzt halt, äh, definitiv die Produktion hochfahren. Und auch hier die Artillerie anpassen. Dann kriegen die noch mal ein bisschen was. Ah, ich kann auch eine, stimmt, ich habe vergessen, Doktrinen zu forschen. Ärgerlich. Aber, ähm. Nehmen wir hier die Doktrinen mit. Wobei die natürlich primär auf Panzer ausgelegt ist. Während wir die kaum haben. Also die bricht mir jetzt halt auch richtig viel. Also das Ziel ist, dass wir jetzt vielleicht in den Krieg gleich reingehen. Und dann einfach uns eingraben. Und das halten. Und dann, wir können vielleicht auch sagen, okay, wir wählen hier dieses Max Entrenchment tatsächlich aus. Und, ähm. Dieses Reinforce. So. Weil das brauchen wir, glaube ich, kaum. So. Und, äh, nehmen wir das hier. Ja, das nehmen wir so weit, wenn wir die Punkte haben. Dann graben wir uns ein. Lassen die gegen uns anrennen. Und, ähm. Sammeln halt Army Experience. So, dass wir dann auch mal unsere Kavallerie, unsere schwere Kavallerie, die wir ja schon die ganze Zeit produzieren, auch mal aufs Feld bringen können. So, jetzt haben wir aber gleich ja schon die zehn Army Experience zusammen, die wir unbedingt brauchen. Ähm, um hier eine neue Division zu machen, mit Artillerie, die deutlich stärker ist. Ähm. Da ändern wir das hier mal, äh, zum klassischen Beteiligungs-Symbol und das hier, lassen wir da drauf. Und, da können wir jetzt ja mal anfangen, ähm, die, die quasi auch schon fertig sind, um zu wandeln. Dazu. Und, wir haben sogar genügend Artillerie dafür. Jetzt jetzt sehe ich ja eine Infanterie, ähm, Support-Equipment. So. Okay, wir haben, wir haben genügend Artillerie dafür. Das erhöht nämlich jetzt gerade unsere Schlagkraft, äh, quasi ums Doppelte. Also, wir wechseln hier auch noch nach. Also, eigentlich haben wir wahrscheinlich gleich das Ganze ändern können. Ja, okay, jetzt reicht's erstmal. Wobei, eigentlich ist es egal. Eigentlich können wir gleich alles ändern. Das waren jetzt, ich wollte jetzt nur nicht die komplette, äh, den kompletten Einheiten-Typ ändern, weil am Ende brauchen wir so viel Artillerie. Okay, Gains Perpet-Focus. Okay, schade, ja. Ich hab' gar kein Bündnis aktuell. So, Ansbach, Moment, äh. Moment, wo, wo, Ansbach? Warte, die waren doch da unten, oder? Ja, hier. Dann kann ich eh nicht einmarschieren, scheiße. Lass' wir das. Genau, jetzt nehmen wir auf jeden Fall den, äh, Militärfokus hier. Der ist sehr wichtig. Das hätte ich definitiv früher machen müssen. Ähm, Infanterie, Infanterie. Ähm, das brauchen wir nicht um, ah, das hier brüchten wir noch. Das wär' gut. Ja gut, aber das mit dem Bündnis, wie erwähnt, das läuft ja überhaupt hoch hier. Also, sobald ich, äh, in den Krieg gehe, werd' ich wahrscheinlich in den Bündnis eingeladen. Ist ja hier alles gescriptet, also da muss man nicht so viel Wert drauflegen. Okay, da haben wir ein bisschen Claims auf, äh, die Niederlande, weil die ja damals gefühlt überall war. So, jetzt ist die Frage, haben wir inzwischen genügend Kleidung? Ne, haben wir nicht. Aber wichtig ist, dass wir jetzt militärische Stärke bekommen. Also hier nochmal Soft-Attack rum drauf. Ist, glaub ich, gut. Ah, fuck, ich wollte, ich wollte auf Link-Forschung gehen. Na, egal. Alles, was wir machen, ist auch militärisch sinnvoll. Ähm, Bärtschnabel, ich weiß nicht, inwieweit du gerade irgendwas mitbekommen hast, aber vielleicht hast du bemerkt, dass meine Truppen keinen Meter vorangekommen sind und prinzipiell alles sehr langsam war. Aber gut, dass die da jetzt richtig Action haben. Also hier sind noch die Alten, ups, ich habe mich schon gewundert. So, habe ich da eigentlich schon alles geändert? Okay, ja, das passt. Wir werden sowas von nicht den Kollegen zurückziehen. Und hier gehen wir jetzt erstmal auf Kriegsindustrie, weil wir brauchen die Military Factory, also den Bonus, die zu bauen. Um jeden Preis. Ah, da können wir noch mehr bauen. Heiß. Oder? Nee, kann man nicht. Paul & Silver Edition. Ja, das ist natürlich geil, weil der Bürgerkrieg alles und jeden mitzieht. Ähm. Und ich glaube irgendwie die Warsaw, also die Warschauer Konföderation wird das nicht so lange überleben. Ja, genau. Also es gibt ziemlich Minusstabilität, aber die Stabilität ist ja jetzt nicht so wichtig, weil die Stabilität brauchen wir prinzipiell nur für die politische Power. Die brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir ja eh schon alles hier ausgegeben haben, was wir ausgeben wollten. Und, ähm, ja, wenn die bei uns einmal stehen, haben wir eh verloren. So, jetzt müssen wir kurz schauen, was können wir, können wir hier noch, ups, bei den guten Einheiten können wir hier noch irgendwas machen. Okay, da haben wir jetzt alles drin, was wir haben wollen. Die haben auch deutlich mehr Soft Attack und, äh, können sich ziemlich gut eingraben. Das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir, ähm, optimalerweise irgendwie, und da brauchen wir richtig viel Army Experience für. Ähm, weil sie hier diese Heavy Tank Einheit, äh, reinbekommen. Aber die produzieren wir auch schon seit Ewigkeiten. Ja, wirklich zu wenig, zu wenig Iron. Wo ist denn das passiert? Ja, okay. Ich weiß, wo es passiert ist. Ähm. Ich würde tatsächlich auch das mal hochfahren. Ähm, auf drei vielleicht. Das lassen wir auf zwei. Sieht's gut aus. So, da kriegen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Also, hier können wir jetzt nochmal Heavy Tank und hier auch. Aber dann können wir die demnächst mal umwandeln. Ähm. Weil wir halt quasi keine Light Tanks haben. Ah ja, und hier brauchen wir auf jeden Fall den Bonus. Genau, da kriegen wir nämlich den 10% Verteidigungsbonus. Und dann können wir quasi, ähm, mal auf Ding gehen. Also, wir haben hier, glaube ich, soweit ich weiß, Take Claims, genau. Ähm. Das können wir eigentlich jetzt schon machen, damit es auch nicht so langweilig wird. Und dann versuchen wir das mit der Strategie mal. Also, dass wir uns hier quasi Vollgas eingraben. Und, ähm, dann hoffen, dass die KI sich an uns totläuft. Genau, jetzt haben wir auch noch die verbesserte Engineer Company. Doch mal einen Plan. So. Ähm, ne, Heu 4 ist nicht kostenlos. Aber es kostet nicht viel, wenn man es dementsprechend kauft, wenn Angebote sind. Ich habe gerade eine unfassbar, ja, war ja klar, das war nicht sonderlich lang. Ähm. Irgendwie nicht sonderlich lang der Krieg. Äh. Ich habe eine sehr relevante Nachricht bekommen, weil ich wurde gefragt, welche Pizza ich möchte. Darauf muss ich antworten. So. Preußen, der sich einkriegt. Er weiß gar nicht dafür, wenn mir die halbe Welt den Krieg erklärt. Ähm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich als Preußen quasi zu wenig auf Militär gegangen bin. Das ist schon ein Verbrechen. Das ist schon richtig. Ich hätte quasi den Fokus hier durchziehen müssen. Aber ist egal. Dadurch, dass wir eben so viel Wert auf Wirtschaft gelegt haben. Ähm. Was haben wir jetzt nur noch? Achso, weil wir Zeug eingehandelt haben, oder? Ich handel doch nur eine Zivilfabrik. Wir hatten doch gerade eben noch mehr. Und ich bin jetzt sogar auf Kriegswirtschaft gegangen. Aber wieso sind Consumer Goods so hoch? Was hat die Consumer Goods erhöht? Okay. Ähm. Keine Ahnung. Irgendwas hier auf jeden Fall. Das kostet uns wirklich Consumer Goods? Boah. Okay, wir haben einmal alles. Das heißt, wir können tatsächlich noch mal die Vision ausheben. Den hier. Das sieht ganz gut aus. Ich denke mal, da können wir noch mal... Ah, nee. Wie weit können wir gehen? So acht Stück ausheben. Ganz gut. Das wir kriegen ja auch gleich noch mal Manpower. So, jetzt gehen wir in die Landdoktrine entlang. Da gibt es nochmal für Infanterie, Defense, äh... Fünf Prozent sieht natürlich gut aus. Leikam Samtschnecht ist jetzt nicht so wichtig. Ähm. Wie sieht es wie so in so einem Tuch aus? Da fehlt immer noch eins. Richtig Riese. Vielleicht habe ich das System auch nicht ganz verstanden. Oder es ist noch ein bisschen verpackt. Dann ignorieren wir das an der Stelle mal. Und erhöhen tatsächlich die Ressourcen. Das brauchen wir nämlich ganz dringend. Weil wir haben ja auch genügend Eisen prinzipiell. Nur, äh, ist zu viel davon auf dem Markt. Achso, das hier ist jetzt sehr spontan. Hä, aber wenn man das Militärbudget erhöht, dann hat man ja weniger Consumer Goods. Also wir sind ja von 25 auf 20 runter. Das bedeutet, wir müssen ja mehr Zivilfabriken übrig haben und nicht weniger. Wir sind ein Sekt, das Ganze. So, wie macht man das hier überhaupt? Tragisch, ob wir vielleicht sogar das hier halten können, so. Von der Linie quasi. Aber dann kriegen wir keinen Encirclement Malus. Muss mal aufpassen. So, Research, Doktrin. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay, das ist alles Research, Doktrin. Und da müssen noch mehr Soldiers runter. Das bedeutet, wir nehmen Artillerie. Brauchen wir erstmal noch nicht. Infanterie ist aktuell wichtiger. Wir gehen jetzt Infanterie-Zweig runter und das andere können wir im Nachhinein immer noch runtergehen. Ah, perfekt. Und da können wir jetzt auf die reine schwere Cavalry gehen. Heavy Tank. So, wunderbar. Und die können wir jetzt auch produzieren. Uns fehlt dafür nur Support-Equipment. So. Die können wir gleich mal auf das hier stellen und auf höhere Prio. So, und dann kriegen die das Support-Equipment bitte gleich. So, da haben wir auch alles erhöht. Gehen wir nochmal Defense. Und da speichern wir das jetzt ab. Und schauen wir mal, ob die Strategie diesmal besser funktioniert. Aber wir haben uns ja wirklich schwer eingegraben und alles. Das heißt, die werden da nicht durchkommen. Ah, ja, okay. Königsberg ist halt lost. Genau. Hm, wir hätten interessanterweise tatsächlich von Polen Gebiete erobern können. Vom Rest weiß ich nicht, inwieweit das quasi gut gehen würde. Oh, da können wir noch einen Artillerie-Kollegen reinpacken. Ah, stimmt. Der Focus-Tree. Stimmt, stimmt, stimmt. Danke. Der war wichtig. Okay, wir halten hier schon mal. Es ist nur die Frage, inwieweit wir angreifen sollten. Wir brüllen das jetzt mal aus. Weil primär geht es mir ja auch um eben Oh, nice. Darum, dass ich hier Army Experience bekomme. Die brauchen nämlich ganz dringend. Und es sieht so aus, als ob wir tatsächlich mit der Artillerie, die auch standardmäßig drin ist. Das war wahrscheinlich dann der große Fehler von mir. Dass ich da quasi ohne Artillerie rein bin. Jetzt müssen wir das gleich weg rollen. Ja, perfekt. Haben wir erobert. Genau, das war quasi der große Fehler, dass wir das gemacht haben. Okay, wir sollten vielleicht noch fünf spielen. Sondern wir laufen hier jetzt nach Dreschen rein. Perfekt. Und dann würde ich generell mal sagen, wir lösen hier mal kurz alle Frontlinien auf. Weil das hier ist mehr als übertrieben, was wir da in Truppen haben. Ich gehe hier jetzt hier rüber. Und schau mal, was die für eine Stabilität haben. Die haben 39%. Das bedeutet, die sind schon bei der Hälfte beim Kapitulieren. Und leider ganz so krass ist das noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch ziemlich... Okay, wir können da jetzt also keinen einfachen VP-Rush machen. Die Idee ist aber. Dass wir jetzt quasi hier rein rennen. Und da drin so viel wie möglich Truppen in Dreschen sammeln. So dass der Gegner da quasi sich dran tot rennt. So, okay, perfekt, perfekt. Jetzt bleiben wir hier auch stehen, dass die eben nicht entzirkelt werden oder so, Späße. So. Dreschen ist damit jetzt auf jeden Fall in unserer Hand. Und ich hoffe, ich habe den Bonus hier nicht verloren. Ah doch, habe ich scheiße. Jetzt kriegen wir gleich nochmal 10%. Läuft doch schon mal viel, viel besser als gerade eben. Ändere deine Kraftdivision. Ja, so schnell. Ich habe jetzt ja gerade die Punkte zusammen. Jetzt haben wir hier nämlich Heavy Tanks. So. Warte, habe ich davon nur eine? Okay, okay, mehr haben wir nicht. Engineering Company. Ich weiß nicht, wie die dringend für die brauchen. Die kostet uns, glaube ich, nicht so viel. Ein Durchbruch, okay, das ist schon nice, aber. So, was fehlt es uns denn? Also, das erforschen wir gerade noch. Talmobilmachung, das können wir, glaube ich, vergessen. Da gehen wir, da gehen wir hops. Das können wir auch nicht machen. Also, da sind wir schon am Limit, was noch irgendwie möglich wäre. Aber wir können auf jeden Fall den Artillerie-Spezialist noch reinnehmen. Ja, genau. Also, die hier werden wir auch später. Also, ich habe die jetzt halt noch dabei, weil wir diesen Elite-Status haben. Und wenn ich dann irgendwas ändert, verlieren die den halt. Das ist, hier haben wir Hills. Bedeutet, sobald die sich hier erholt haben, könnten wir vielleicht versuchen, die eine Provinz hier anzugreifen und die damit ein bisschen zu ärgern. Wie viel Frontbreite haben wir? Wir haben 20. Das bedeutet, wir können mit 4 angreifen. Das ist gut. Dann warten wir jetzt, bis der Planungsbonus oben ist und dann gehen wir da Vollgas rein. Ich meine, wir werden die aber noch KI-Tot kriegen. Mach doch einen Kessel. Ja, das ist auch jetzt der Plan. Das ist der Planungsbonus. Das ist der Entrenchment-Bonus. Wir können vielleicht tatsächlich, das macht das normalerweise nie, aber Landing-Speed plus 400%. Also, der ist ungeduldig. So, und jetzt gehen wir rein. Genau, jetzt nehmen wir nämlich die eine Einheit und greifen damit hier unten an. Damit die da nicht reingehen. Und hier greifen wir an, dass die da nicht reingehen. Wir haben da zwei Einheit mit 35 Frontbreite. Oh, vielen Dank an L1722 und Pix3214. Klingt ein bisschen generisch, aber okay. Vielen Dank fürs Verlauen. Okay, weird, dass wir da durchkommen. Das ist so natürlich nicht geplant gewesen. Wie gesagt, wir hatten vorher so krasse Probleme, da durchzukommen. Das ist echt die Art, die macht so einen Riesenunterschied. Okay, aber das sieht gut aus. Ich glaube, wir kriegen die auf jeden Fall locker kaputt. Oh, oh. Müssen wir jetzt rechtzeitig zurück, dass wir noch über den Fluss verteidigen. Perfekt. Damit zwar kein Entrenchment und nichts, aber... Ich glaube, die Einheit steht auch offen. Die können wir reinschicken. Äh. Silberrable134. Vielen Dank fürs Verlauen. Da freuen sich die Twitch-Statisting, so wie sich das aktuell entwickelt. Die waren ja nicht so gut. Wettnismäßig. Ich denke mal, hier können wir auch vorrücken, weil da können wir nämlich, ähm... Wir können hier noch eine Einheit abziehen und damit angreifen. Hier greifen wir von der Seite noch an. Wir haben zwar eine ziemlich geringe Reinforce Rate. Okay, die ist wirklich zu niedrig. Wir machen das Folgendes. Äh, wir warten noch, bis die Einheit da ist. Und, ähm, 2% ist halt echt übel. Deswegen müssen wir das jetzt so machen, dass wir mit allen gleichzeitig angreifen. Und da sind ja auch alle gleich im Gefecht drin. Und das hat einen riesen Unterschied. Also, das ist ein gigantischer Unterschied, der ist nicht ansatzweise zu unterschätzen. Ähm. Ne, ja, durch das Verändern der Templates geht, soweit ich weiß, nur die Stärke runter. Aber das hat sich ja nichts geändert. Ich habe ja die Werte gesehen. Wir haben halt quasi keinen Schaden gemacht. So, jetzt, äh, die KI scheint sich ihrer Niederlage bewusst zu sein. Weil die KI gerade eben auch damit angefangen hat, über den Fluss anzugreifen. Und das... Ah, Leute. Ähm. Das macht die KI nur, wenn sie weiß, dass sie komplett am Arsch ist. Ähm. So, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir weitermachen. Ich hoffe, dass wir das da drüben einfach gar nicht erobern müssen. Dann müssen wir nicht über den Fluss drüber. Können wir hier direkt hier angreifen? Ne, ich glaube nicht. Ähm. Wir können hier angreifen. Oh, fuck. Okay, okay, stopp. Das ist ein blödes Timing. So, jetzt angreifen. Jetzt sind alle drin. Auch wieder 100 auf Frontbreite gegen... So, ihr müsst immer mit Maximum, was möglich ist, angreifen. Weil ihr dann eben den Verteidigungswert des Gegners am eh schon überschreitet. So, hier ist jetzt natürlich ärgerlich. Da haben wir, weswegen... Ah, scheiße, es gibt auch noch Wetter. Da ist Wetter uns gerade nicht sonderlich wohlgesinnt. Also, wenn wir das jetzt wirklich bis zum Ende Micron würden, dann müssten wir, ähm... Jetzt warten, bis das Wetter besser wird, bevor wir weiter angreifen. Da ist ja auch noch Nacht. Da läuft es gerade nicht optimal. Wobei, stopp. Wir müssen ja... Genau. So. Ein, eineinhalb Plasma stehen. So, gehen wir da rein. Ah, nein! Die... Genau, genau. Das ist nämlich jetzt dumme. Die KI verkackt das jetzt natürlich zu einer gewissen Weise. Okay, wir könnten da jetzt das Infanterie-Equipment komplett, ähm... vorpushen. Aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Wichtig ist ja, dass wir, ähm... Darauf forschen wir jetzt mal noch die bessere Kavalerie. Das ist nämlich demnächst sehr, sehr wichtig. Und dann machen wir gleich den, äh... Ding weiter. Wir brauchen Luftunterstützung! Ja, damals gab es noch nicht mal Ballons oder so. Es gab es ja den Napoleonischen Kriegen tatsächlich schon. Aber, ähm... Hier nicht. Wir haben hier zu viele Einheiten. Wir sollten zwei davon Warnerschen schicken. Aber irgendwie, die haben keine Hauptstadt, oder? Oder das ist ein Anzeigefehler? Interessant, interessant. Okay. Damit hören wir auf, hier anzugreifen. Und hier bewegen wir die Kavalerie rein. Ja, wenn der Gegner über den Fluss angreifen will, der soll das ruhig machen. Vielleicht dann fallen niemals, wenn der Fehler begeht. Aber... Ah, die sind da drüben gekesselt. Perfekt. Okay, die Einheiten chillen. Ähm... Ich würde jetzt mal kurz warten. Also, wenn die eh gekesselt sind, müssen wir da jetzt nicht unnötig angreifen. Und hier findet Trish nur ziemlich hohe. Sagen, wie weit denn alles entspannt ist, äh... Vomindest müssen wir uns da jetzt nicht, äh... mehr stressen, als notwendig. Fragen ist er, Ben, wie den Krieg, wenn wir da drüben alles tot machen? Ähm... Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen früher oder später darüber. Und darüber gehen wir am ehesten auf diese Provinz. Da stehen nämlich nur zwei Einheiten. Und wir gehen zwar über den Fluss, aber... Ja, okay, ist nicht optimal. Okay, wir müssen... Wir lassen jetzt da drüben noch kurz laufen. Solange bis wir auch hier unsere Sachen haben. Solange können wir die... die Version hier vielleicht noch auf 20er Breite hochbringen. Ah, nee, das ist nicht. Aber wir können mal die Engineer Company... Weiß nicht, nee, wir brauchen die nicht, oder? Oh, wir haben eine Orga von... Oh, oh. Wir brauchen unbedingt... Moment, kann es sein, dass wir, äh... was Grundlegendes noch nicht erforscht haben? Nämlich diese... äh... quasi motorisierte Infanterie... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Moment, Kavalerie. Wie bekomme ich hier... Orga in meine Kavalerie-Einheit? Ne, wohl kaum normale Infanterie reinpacken, oder? Ach, hallo, äh... Hallo, Henry. Schön, dass du da bist. Hm. Okay. Das wird weird. Vielleicht weiß es einer. Musketen... Ja, die habe ich drin. Ja, das... Es gab ja diese eine Heu-Mod, äh... wo das da tatsächlich mehr oder weniger Fall war. Quasi die weirdesten Einheiten da angreifen. So, jetzt machen wir hier kurz einmal... Gehen alle rein. Ja, 140 Frontbreite. Sollten die nicht so neulich lange überleben. Da sind die nämlich gleich tot. So, bevor das jetzt weitergeht, äh... Wo muss ich dann gleich... Lassen wir die stehen. So. Und genau, jetzt greifen die uns an. Was natürlich total optimal ist. Damit lösen die quasi ihren eigenen Kessel auf. So, genau. Damit sind die tot. Wir können die Truppen hier reinschicken. Und einmal ab nach Bautzen. So, jetzt greifen die auch noch an. Okay, die KI versagt gerade auf voller... voller Linie. Ähm... Hat ein bisschen Glück noch wegen Wetter. Aber wenn sie da jetzt bei der Orga... Ja, ja. Genau, jetzt lösen sich die Truppen auf. So. Da kriegen wir eben noch die 2% Manpower oben drauf. Und jetzt muss man überlegen. Wo kriegen wir denn jetzt sowas wie... Eine mobile Einheit her. Wir haben die Kavalerie... Also ich mein, die haben ja auch... Ach, kein Mensch, nee. Wer auch immer sich das überlegt hat. Und wir haben hier, ähm... Ja, das... Ich dachte, das wäre quasi unsere mobile Infanterie. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Ich mein, wir könnten natürlich auch einfach in das... Template hier Infanterie reinstellen. Ich mein, die sind auch nicht arg viel langsamer. Und damit kriegen wir übrigens die Orga hoch. Aber das würde ich natürlich, wenn möglich, vermeiden. Die Vereinigung der deutschen Staaten. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Hallo, X-Tatum da. Perfekt. Neue Einheiten. Es sind relativ viele, wenn ich das richtig sehe. Was nehmen wir denn hier? Eigentlich egal. Stehen da bayerische Truppen? Nein, wir müssen auf jeden Fall demnächst was gegen, ähm... Polen, äh... machen. Das heißt, wir können hier schon mal anfangen, unsere Gebiete zurück zu erobern. Nach Königsberg zurück. Also, wir sind ja mit denen da oben verbindet. Also, vielleicht können wir hier irgendwie so das verbinden mit den Schweden. Und hoffen, dass die KI uns ein bisschen hilft. Und ja, ich weiß, wie naiv das klingt. Ähm... KI wird uns nicht helfen. Die KI hilft nie. Die KI steht immer nur im Weg rum. Ähm... Efficiency Cap. So, jetzt endlich. Ja, die Vereinigung dauert noch ein bisschen, tatsächlich. Ähm... Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir den Krieg gegen Polen gewinnen. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt unsere fünf Divisionen. Und die würde ich da hochstellen. Dann können wir nämlich gleich Folgendes machen. Äh, das hätten wir jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen boosten können mit allem möglichen. Oh, egal. Ah, perfekt. Da greifen sie an. Okay, das ist eine Gelegenheit, die kann man nutzen. Wenn die nämlich da angreifen, dann... Wobei... Ne, machen wir nicht. Machen sie es wirklich so, wie ich das geplant habe. Wir greifen quasi mit denen hier allen da auf einen Schlag an. Was wir ja machen müssen, wegen dieser Reinforce Rate. Und die Truppen, die da unten stehen. So, die lassen wir dann stehen. Greifen wir denen woanders an. Damit da einfach nicht die Verstärkung reingeht und da irgendwie hilft. Bei den beiden sollten wir da auch kurz pausieren und warten. Wenn die sich bewegen greifen, wir anwenden sich nicht bewegen, bleiben wir draußen. Wir gehen jetzt mit 120 gegen 32 auf Frontbreite. Das sollte also locker reichen. Alles gut läuft. Ah ja, da oben können wir noch rein. Ich kriege immer Angst, wenn da drüben was rot aufploppt. Ich denke dann immer, dass Polen doch irgendwann mal angreift. Das wäre natürlich nicht so gut. Das sollten wir die jetzt hier machen. Okay, perfekt. Also. Also, nicht so schlau. Die Truppen sind nämlich noch angeschlagen. Das bedeutet, wir können die jetzt einfach überrennen, wenn alles gut läuft. Wäre jetzt tatsächlich die Cavalry-Einheit ganz gut gewesen. Wenn die jetzt gegen mich da anrennen, ist das natürlich ganz nice. Genau, weil jetzt sind die in mehreren Gefechten und wir haben ziemlich überrannt. Das war es also für Sachsen. Na gut. Lol, die Halle. Wieso wird Halle die Halbstadt? Äh, die Halbstadt, ja. Die Hauptstadt, wenn Leipzig noch lebt. Das bin ich persönlich gefrontet. Okay, das war jetzt unnötig, dann diesen Umweg zu nehmen. Als ob die noch leben. Was haben die? Ich dachte, die haben eine Stabilität von... Ja, okay, 60 Prozent immerhin, aber... Das jetzt übertreiben sie, aber... Muss ich jetzt echt auch noch die letzte Provinz oberen? Okay, ich wollte gerade eben sagen. Oh, wir haben Artillerie bekommen. Und Essen. Okay. Ähm. Wenn wir Artillerie bekommen haben, dann können wir... Oh, uns fehlt ein Support-Equipment. Uff. Das ist nicht gut, wenn es uns ein Support-Equipment fehlt. Weil wir haben ja eh das Problem mit, äh, Kleidung. Mh. Wir haben hier welche in der Ostenmark. Wir kriegen da auch nicht so schnell welche her. Sind die, glaube ich, echt anfangen zu produzieren? Road-Network. Okay, okay, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Okay, wir sollten... Moment. Äh, ich habe eine Idee. Wir können das hier auf... Ja, wir können das mal kurz abbrechen. Dann geht so ein bisschen was verloren an Fortschritt. Und wir müssen das wahrscheinlich eh hier bauen, weil wir ja in der Ostenmark überhaupt nur... So. So, kann man das machen. Damit unsere Tugproduktion ein bisschen... verbessern. Ähm, ähm, so. Okay, jetzt haben wir auch keine Feinde mehr irgendwo im Süden oder so. Das bedeutet, wir können tatsächlich sagen, wir nehmen, ähm, den Kollegen hier. Und greifen mal so... Hier an. Das ist doch sehr optimistisch. Aber ich brauche diesen Planungsbonus. Wahrscheinlich Micro, wenn wir später eh es mal selber. Solange bei dieser 40er Kavallerie... Solange... Ach, fuck, wenn ich da jetzt... Okay, die Orga wird nicht besser. Die Orga bleibt ja gleich. Das heißt, wir können das, äh... Einfach schon mal auf... 20 erhöhen. Da sind es halt so ein... So Einheiten, mit denen wir quasi einmal kurz angreifen können, um irgendwo durchzubrechen. Genau, also wir gehen jetzt dann gleich auf Polen drauf. Solange, äh, mir niemand irgendwie in den Rücken fällt, sollte das schon funktionieren irgendwie. Hm. So. Können wir irgendwas irgendwo investieren? Ja, okay. Marine. Naja. Okay, wir haben primär noch Marine übrig. Wir können jetzt, wenn wir wirklich viel zu wenig haben... Ne, inzwischen sieht es gut aus. Und dann können wir das da drauf lassen. Können wir mal... Könnten hier vielleicht mal irgendwas machen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir können jetzt Militärfabriken umwandeln. Ähm. Ne, aber das kostet noch Stabilität. Lassen wir lieber. Ne, ne. Da müssen wir, glaube ich, nichts machen. Können wir Manpower bekommen? 5000. Das ist gar nicht mal so wenig. Und Army Experience 10 ist auch nicht so wenig. Aber dann werden die Aristokraten stärker. Aber aktuell ist das nicht schlimm, weil die Aristokraten kontinuierlich verlieren. Das heißt, wir können... ...tatsächlich mal kurz uns die 10 Army Experience holen. Und ähm. So. Das hier weiter ausbauen. Ach fuck, wir hatten davon ja ist schon zu wenig. Ups. Ganz vergessen. Ah, dann war das jetzt nicht so schlau. Egal. Ähm. Wie viel haben wir? Wie viele Punkte? Okay. Können wir noch irgendwas vergeben? Stimmt. Äh. Ne, nicht unbedingt. Kann aber auch nichts. Ein Planungsbonus. Ne, mir kostet zu viel. Okay. Gut, dann plan mal. in Ruhe kurz fertig. Genau. Unsere normale Infanterie ist soweit ich weiß ja durch. Die passt soweit. Genau. Okay, wir haben echt viel Infanterie. Okay, wir brauchen mehr Support Equipment. Wir haben aber viel Infanterie Equipment und auch viel Artillerie. Also wir können auf jeden Fall mal bei der... Okay, da ist Artillerie drin. Wir haben so viel Artillerie, dass ich mir schon überlegt habe, ob wir vielleicht noch eine 20... Also so eine 7-2-Division bauen. Aber gut. Ziehen wir ja dann. Okay, sieht für mich nach gutem Planungsbonus aus. Dann gehen wir da jetzt direkt rein. Wir haben Winter, oder? Fuck. Sieht gut aus. So, dann lassen wir den hier stehen. Okay, das war vielleicht auch ein bisschen zu früh. Also eine Sekunde länger wäre gut gewesen. So. Und jetzt rücken wir hier rein. Weil da haben wir ja noch Core-Gebiete drauf. Wir können unter Umständen einfach durchlaufen und uns unsere Fabriken zurückholen. So. So. Können wir vielleicht hier angreifen von allen Seiten und dann da mit rein. Und was? Das hat wem den Krieg erklärt? Oh, die den. Okay, Österreich. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir da gleich einen Krieg in Österreich, äh, gegen Österreich rein rufen werden. Ich glaube unser Einheiten-Template ist diesmal deutlich kompetenter als das vorher. Damit kommen wir jetzt übrigens auch irgendwo durch. So 80 gegen 60, äh, gut geht noch. Aber Punkt ist der, dass wir jetzt gleich unsere Truppen hier rüber bringen. Und dann, ähm, optimalerweise, da hält der Feind uns, okay, so. Und jetzt können wir da nämlich voll rein. Ähm, mehr oder weniger voll. So, dann kommen wir hier einmal runter. Das ist mit diesen 2% Reinforcing, das muss ich unbedingt ändern. Ich weiß bloß noch nicht wie. Aber ich glaube wir brennen den Feind eigentlich ziemlich. Wir sind gar nicht so viel Micron. Das ist ja echt richtig nervig. Ich muss immer ein Angriffsbefehl geben, sonst bringt das nix. Okay, mit deren Defense Wert hier wird es natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, wir könnten hier mit angreifen. Ups, machen wir es eigentlich nicht. Mal kurz Stopp. Und Angriff. So, besser. Wenn ich danach wieder normal Heu spiele, dann denken die Leute, ich bin komplett behindert, weil ich da ganz merkwürdiges Zeug mache. Genau, jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Artillerie, bis unsere Panzerdivision fertig ist. Ja, ich will jetzt auch nicht einfach nur mit Angriffsbefehl da reingehen, weil ich glaube, dass wir hier primär den Polen überrennen, weil wir, ja, weil die halt an mehreren Fronten kämpfen. Ich denke, die haben schon in Summe deutlich mehr Truppen als wir. Okay, geht eigentlich. Wir haben halt auch nicht so viel Ressourcen und Männer und so, als dass wir uns da jetzt ganz grobe Schnitz erlauben könnten. Das wird halt zu lange brauchen für die zwei Provinzen. Was ist da schon wieder los? Overcrossing? Okay, ja, ich weiß. Aber da ist die Kali auch ein bisschen dämlich, dass es da nicht rein rennt. Die haben sich auch richtig eingegraben. Ist jetzt echt teuer, das zurückzuholen. Können wir hier supporten? Ja, wir können zumindest supporten. Dann gehen die rein. Ja, okay, eine 4% Chance inzwischen. Wird besser. Genau, das nutze ich jetzt so langsam. Moment, 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 Moment. Kämpfen wir da mit Last, mit Last Stand? Ah, Nils, guten Tag. Infanteriexperte wäre ja gut gewesen, ich habe da Infanteriexperte drin, oder? So, damit haben wir Königsberg wieder. Jetzt noch nicht funktioniert. Es ist genau so, dass State-Owner dann quasi ... Okay, ja genau, es gehört quasi jetzt mir. Und meine Fabriken habe ich mehr oder weniger dann wieder. Hoffentlich funktioniert das auch so. Gut, ähm ... Ja, okay, das ist hauptsächlich Road Network. Okay, damit haben wir Königsberg wieder. Und auch weitere Militärfabriken. Und bauen unser Support Equipment weiter aus. Auch wenn da so ein bisschen Rohstoffe fehlen. Haben jetzt auch nicht so viele Zivilfabriken. Ja, wir verlieren sogar welche. Das ist natürlich die Frage, weil jetzt haben wir theoretisch alles. Wie machen wir weiter? Bilden wir Kessel? Wie wäre so eine Option, Kessel zu bilden? Das ist halt ziemlich schwer, ohne jede Art von Panzer oder so Kessel zu bilden. Wobei, was heißt hier ohne jede Art von Panzer? Wir haben ja Einheiten. Ähm ... Hm ... Wir könnten, wir haben jetzt quasi unser Ziel erreicht. Ich mache jetzt hier noch den Angriff hier oben. Ähm ... Dass ich quasi mit den 24 hier quasi einfach nur die Front halten. Und ähm ... Dann quasi versuchen wir mit der Cavalry so ein bisschen zu kesseln. So im kleineren Stil halt. Ah fuck. Okay, die haben nur Angriff von Soft Attack von wenig. Das ist gut. Äh, kommen wir vielleicht auch kurz so. Zack. Okay, jetzt geht's besser. Ah, da ist sogar eine Einheit rausgerannt. Das ist ja richtig gut. Jetzt gehen wir gleich Overrun mit Infanterie und ich sehe es kommen. Schade, schade, schade. Wäre cool gewesen. Hm ... Okay, machen wir das nämlich jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ... Wir sagen ... Alles mal kurz weg. So. Die hier halten die Front hier, auch wenn es ein bisschen eklig wird. Die hier machen gar nichts. Die machen nämlich jetzt einmal strategische Verlegung hier rüber. Und die Kollegen ... Die kommen auch hier hoch. Machen ... Angriff hier oben hin. Also, dass wir quasi die Nation jetzt mal ausschalten und dann eben auch diesen ... Zugang zu ... Äh, Schweden ausbauen. Währenddessen boosten wir nochmal unsere Artholderie, die eh schon komplett OP ist. Und ... Ähm ... Bauen weiter Support Equipment. Das brauchen wir nämlich am ehesten. Aber ... Dafür lohnt es sich zumindest echt mal wieder eine Runde Tuch einzukaufen. Die haben nur einen Soft Attack von wenig. So, da kann man ... Ah ja, wir sind auf Pause, lol. Okay, da kann man jetzt auch 5 durchlaufen lassen. Ähm ... Hier kann man eh nicht so viel machen. So ... Wie schnell sind die Einheiten eigentlich? Wieso haben die 1 kmh? So, wegen ... Ding. Okay, okay, okay. Wegen ... Gelände. Okay, das sieht ganz gut aus. Ähm ... So. Problem ist schon, wenn wir hier Stärke verlieren, wird das ziemlich eklig, weil wir die quasi nicht nachproduzieren. Beide können wir glaube ich hochgehen, wir werden da jetzt schon nicht gekesselt. Sagt ihr, dann wird der gekesselt. Ne, das sieht glaube ich ganz gut aus. Was für eine Stabilität haben die? 55, ja okay, aber ähm ... Vielleicht können wir Kurland rausnehmen. Jetzt haben wir nicht viele Truppen, aber es ist immer ganz gut, wenn man einzelne Teilnehmer rausnimmt. Ähm ... Ja, die Kavalerie ... Also man darf die schon nicht unterschätzen. Vielleicht hätten wir auch auf Leicht die Kavalerie gehen sollen. So am Anfang vom Spiel. Da spielst du irgendwann mal wieder Rouge. Ja, ja, ich spiel immer wieder Rouge. Also es gab immer mal wieder Phasen, wo ich es ein bisschen weniger gespielt habe. Ähm ... Ich meine ich spiele das Spiel seit 10 Jahren aller Regelmäßigkeit. Da muss man keine Angst haben, dass es ... ... damit auf einmal aufhört oder so. Dann können wir hier auch mal parallel vorrücken, aber es hat immer anbietet. Ähm ... Hier zum Beispiel. Hier gibt es zwar über einen Fluss, aber ... Und damit 120 gegen 20er Frontbreite vorgehen können, dann wird es schon werden. So und jetzt sind sie weg. So. Oh, wir haben gerade sogar ordentlich Fabriken erobert damit. Das ist sehr gut zu sehen. Dann kann man noch ein bisschen da reingehen. Hier fällt gerade immer auf. Ich produzi gar keinen Dock Yards. Ups. Äh ... Gar keine. Ich nutze meinen Dock Yards nicht. Also ... Das eine. Mhm, 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 mhm. Ich bin so schnell, ich kann nicht mal Meta spielen. Also wenn mir jemand erzählt hätte, was hier die Meta ist. Vielleicht hätte ich es hier sogar gespielt. Bevor ... Aber ... Wobei aus der Sicht natürlich überlangweilig. Dann spiele ich sie nicht. Aber in so Mods wäre ich eigentlich schon manchmal ganz froh, wenn ich wüsste, was stark ist. Ich meine, ich kann ja immer noch frei entscheiden, was ich dann tue am Ende vom Tag. Aber äh ... Vorher ... Also die Art, die rauszunehmen, das war vorher echt richtig dumm. Ähm ... Da ging dann gar nichts mehr. So, Coolland. Coolland ist quasi ... Ich wollte gerade sagen, Coolland ist quasi tot. So, damit haben wir jetzt mehr oder weniger eine Landverbindung zu Schweden. Ähm ... Mehr oder weniger zumindest. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn wir hier jetzt eine Front ziehen. Okay, okay. Nur aufpassen. Dass das mit abgedeckt wird. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den klassischen ... ähm ... Den klassischen Move. Was man immer macht. Wobei ... Komm, wir machen ... Ja, machen wir noch ... Machen wir so. Kavalerie nehmen wir auch mit. Ach, Toxisch. Hi. Ich hab dich heute irgendwann mal erwähnt. Oder ich wollt's erwähnen, hab's dann doch nicht getan. Ich glaub, ich wollt's erwähnen. Nee, doch. Es ging darum, dass du dich jedes Mal auf Content Creator bewirbst. Ist eigentlich meine Zuschaueranzeige verpackt oder haben wir wirklich noch 95 Zuschauer? Tatsächlich 23 auf Twitch und ... 70 auf YouTube. Das ist ... Mehr, als ich erwartet hab. Für unangekündigter Sonntags-Livestream. Einfach mal geschwind so nebenher. Bin begeistert. Ähm ... So, dann gehen wir hier kurz auf 5 vor. Ah! Moment, wir können wieder weiter unsere komplett weirde Division bauen, bei der ich nicht so ganz verstehe, was da überhaupt passieren soll. Ähm ... Da packen wir jetzt aber wirklich nur noch ... Alter ... Packt er jetzt echt Infanterie rein? Man ... Komplett bescheuert. Es kostet so viel. Oh, anders geht's nicht. Wieso ist das jetzt zurückgegangen? Als ob ich zu wenig Infanterie-Equipment habe. Moment. Was? Ich hab 23.000 Infanterie-Equipment übrig. Ähm ... Okay. Dann gehen wir damit kurz rein und machen damit auch noch Action und gehen direkt nach Warschau durch. Bin hier auf Force Attack. Einfach so, hauen wir mal die Pferde durch. Okay, das war richtig dumm. Wir haben so wenig Pferde. Aber, ähm ... Ich glaub, wenn hier jetzt gleich Polen tot ist, dann haben wir eh das Wichtigste hinter uns. Die Pferde wollen wir eh nicht weiter benutzen. So produziere ich eine Infanterie-Einheit. Wir haben acht. Wir brauchen noch ... ... 16. Gehen wir das hin? Gerade so. So. Aber es war Polen so schwach. Sachsen ist so stark und Polen so schwach. Das stimmt in dem Spiel nicht. Ich mein, gut. Okay, sie hatten vorher einen Bürgerkrieg. Akzeptiere ich. Aber trotzdem. Military Police. Wobei, die können wir tatsächlich auch mal demnächst auch forschen. Einfach nur, dass wir, ähm ... ... dann die besetzten Gebiete kontrollieren können. Ups. Ups. Okay, jetzt gibt's ganz schön Militärfabriken. Das ist wunderschön. Ähm ... Okay, an was fehlt es uns am meisten? Support-Equipment. Dafür brauchen wir 200 Tage. Eure Cavalier. Weniger. Husan. Komm, wir produzieren jetzt mal noch ein bisschen Husan nach. Allein aus dem Grund, weil, ähm ... ... wir die halt, äh ... ... später auch benutzen werden. Wahrscheinlich um zum Garnisonieren. Nice aus. Okay, lol. Das ... ... habe ich jetzt, äh, kaum kommen sehen. Es ist so weird, wenn man auf einmal gegen KI spielt. Okay, es hat mich halt nicht gewundert, wenn Polen kapituliert hat. Aber die haben noch ein bisschen was, bevor sie kapitulieren. Was ist unser, ähm ... ... unsere Kriegsbeteiligung? Äh ... 65 Prozent? Jawoll. Das bedeutet, wir kriegen richtig Punkte. Weil ich habe leider kein Player-Let-Peace-Conference dabei. Ich denke mal, Polen hat sich wohl im Finlandkrieg aufgerieben. Der Klassiker. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so ganz drin, aber 1700er war der Polen doch ziemlich mächtig, oder? Weil Polen hatte so seine Phasen. Wir hatten alles mal. So, okay. Also. Machen wir dasselbe nochmal. So. Und dann gehen wir hier runter. Und da links eben den Kessel bilden. Ach stimmt, hier sind ja die Frieden so gescriptet. Es kann also sein, wir kriegen von Polen später gar nichts. Oh, ärgerlich. Okay. Und dann gehen wir jetzt da rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber Polen hat eh nicht mehr viel. Und unsere Verluste, ähm ... ... halten sich tatsächlich noch in Grenzen mit 20.000 Mann. Wieso ist die KI eigentlich so schlechteren Dinge anzugreifen? Okay, wieso stelle ich die Frage eigentlich? Boah. Ich glaube, wir kommen jetzt echt einmal so ... ... KI mäßig die ärgern. Ja, wobei ... Ich hätte gestern eine Jacke anziehen sollen. Ähm, wird glaube ich nicht funktionieren so einfach. Wie viel ... Okay, Polen. Ich glaube nicht, dass wir die in dem VP Rush tot kriegen. Ich mein, ihr landst so halb wie das schon mal am Anfang. Das hier wäre übrigens in meinen Multiplayer-Runden verboten, weil wir die damit, äh ... ... glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, von ihrem Nachschub abschneiden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist jetzt quasi deren halbes Land ein Kessel. Ups. Ups. Na, die haben hier auf jeden Fall mal Attrition. Wir haben Juli. Also wird es wohl kaum irgendwie ein Winter-Attrition oder so sein. Da müssen wir jetzt aber echt, äh ... ... diese Situation auch kurz ausnutzen. So ... Stadt, 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 Stadt. So. Und mit der anderen Kavallerie machen wir dasselbe. Stadt, 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 Stadt. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ist ein bisschen riskant, aber ... ... die Einheit wollen wir ja eh nicht arg viel weiter benutzen. Okay, ich gebe der Einheit noch ein paar Sekunden, als sie gekesselt. Ähm, wir sollten überall angreifen. Auf breiter Front. Ich glaube, die Polen haben es verkackt. Das, äh, lasse ich nicht als Kessel zählen. Das ist da drüben schon eher. Aber wir verlaufen mal zurück. Was macht die KI eigentlich mal wieder? Hat die nichts hin? Ich meine, jetzt könnte man bei Polen einmarschieren. So, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, meine Truppen haben sich an komischen Stellen konzentriert. Hm. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar können wir ja theoretisch sagen, okay, wir nehmen die Truppen jetzt und stellen die nur an die Front hier. Und machen da jetzt einmal Grand Battle Ding und ziehen da einmal durch, so. Ähm, und die 8 hier, also die 9, die kann man hier stehen lassen. Ähm, dann bleiben die nämlich nur hier und halten eben den Kessel an der Hauptstadt aufrecht. Und die Einheiten lassen wir mal stehen. Außer natürlich die Einheit hier, die darf kurz ihre Mission mit den Städten fertig machen. Ähm, und wir ziehen natürlich unsere Sachen nicht zurück. So. Die Preußische Disziplin ist natürlich übel krass. Ähm. Und dafür müssen wir das linke auch gemacht haben. Und ich kriege mal einen 100% Bonus für Cavalry Technologie, das ist natürlich nice. Und hier haben wir endlich mal unser Zeug fertig repariert. Ähm. So. Was fehlt uns? Wir haben zu wenig Pferde und zu wenig Holz. Ähm. Ich glaube, Holz können wir selber bauen. Ja, genau. Bauen wir mal zwei und dann bauen wir Militärfabriken weiter. Oder? Ja, okay, wir haben, wir können auch Zivilfabriken eintauschen. Das bedeutet, dass sich einmal Pferd holen, äh, von... Hm, wir haben jetzt keine Verbündeten. Das wäre von Frank... Nee, Frankreich blöd. Österreich eh ganz blöd. Nehmen wir die Schweiz. Wir handeln mit der Schweiz, da macht man nichts falsch. Das ist schon mal nervt, wenn man so ein riesen Land auf einmal überrennen will. Komm. Dann da jetzt reinrennen, das dauert nicht zu lange. Würde jetzt wahrscheinlich von alleine funktionieren. Das hätte ich niemals, wenn ich das Mic schon wollen würde. Äh, es würde... Es wäre nicht schwer oder so. Wäre nur irgendwie anstrengend. Das ist asozial. Wir werden... Macht sowas bitte nicht in meinen Multiplayer-Rund. Was macht, äh, meine Kriegsbeteiligung? Perfekt. Die ist hoch. Boah, die kriegen richtig Attrition. Oh, da sehen wir, wie viel die durch Attrition bekommen. Ne, steht nicht dran. Preußische Husaren, auch gut. So, jetzt müssen wir die Cavalry irgendwie neu machen. Okay, super. Jetzt bringt's halt kaum mehr was. Wir können aber gleich die nächste Cavalry erforschen, tatsächlich. Äh, bei der Artillery kann man auch mal weitermachen. Ja, eben. Haben die irgendwie hohe... Ich mein, kann es sein, dass die normale Infanterie... Eine hohe Orga hat... Ne, die haben auch keine. Okay, ich hab keine Ahnung, wie man hier, äh, Anführungszeichen Panzerdivision bauen sollte. Aber egal. Das nehmen wir jetzt auch. Wollen wir einfach richtig OP sind später. Ja, ich will natürlich Deutschland vereinigen. Wir rennen da jetzt nämlich noch einmal durch. Weil ich glaube, wir sind jetzt gleich ziemlich stark. Sobald wir mal... Die Einheiten so bauen können, wie wir sie haben wollen. Wird da ziemlich viel möglich sein. Dann werden wir gleich über ein deutsches Land nach dem nächsten Mal drüber rennen. Und da kriegen wir ja über Claims drauf. Das bedeutet, wir werden auch ziemlich hard snowballen gleich. Ah, ich hab noch einen Kaffee von... Wie lang streame ich schon? Uff. Ah, der wird kalt sein. So, und das wird jetzt eben sehr wichtig. Wir werden nämlich gleich, äh, auf die Kavallerie... Auf die Kavallerie hier. Boah, das wird teuer. Nehmen wir erstmal die Artillerie raus. Ne, warte mal, Artillerie haben wir mehr. Was kostet dann meistens Support Equipment? 30. 20. Jetzt bitte, wir nehmen das hier raus und packen Military Police rein und machen diese Kavallerie-Division, die wir haben. Ähm. Im P. Okay. Zu, ähm. Okay, Pied Territories. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, ähm, wie weit man die hier nutzen sollte. Ich meine, zählen die normal wie Kavallerie oder nicht? Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber... Was will man machen? Mit einmal da rein, dann gehen. Oh, habe ich eine meiner Haupt... Also meine Kavallerie... Oh mein Gott! Leute, jetzt wird's lustig. Okay, es kann sein, die Einheit enttäuscht mich jetzt massiv. Aber wir gucken mal, was sie anrichtet. Echt jetzt? Ich freue mich so lange, die Einheit einsetzen zu können und jetzt ist der Krieg vorbei. Ah. Wie viele Punkte habe ich denn? 900. Das heißt, ich kann ziemlich viel nehmen, oder? Ah, das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin begeistert. Ähm. Ist jetzt natürlich nur die Frage, wie weit wir irgendwann mal sagen sollten, okay. Ah, okay. Oh, oh. Es gibt ja noch Rohstoffe, ganz vergessen. Wo sind die Pferde? Hier sind die Pferde. Wie hässlich sieht das aus? Okay, gut. Wir können, wir können's, äh... Wir können uns die kompletten Rohstoffe da unten schnappen. Äh, hier gibt's noch was. Hier gibt's noch was. Hier gibt's noch was. Da gibt's noch was. Hier gibt's noch was. Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Und okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Grenzen nicht komplett hässlich aussehen. Scheiße. Scheiße. Oh, oh. Ah, perfekt. Ich habe die KI ganz schön viele Punkte überlassen. Okay, das hat noch nicht funktioniert. Okay. Dann kann ich mich jetzt irgendwie... Okay, okay. Jetzt nehmen wir das Kurland und dann kann ich noch Puppet machen. Perfekt. Okay, jetzt sind wir durch. Wirklich. Ich würde sagen, Preußen ist ein bisschen größer geworden, oder? Wir haben jetzt auch unsere erste Panzerdivision und alles. Ähm. Ich denke, wir sind vorbereitet. Auf alles, was kommt. Wir müssen jetzt halt wirklich nur... Ja. Schauen, dass wir... War für ein paar Minuten weg. Ähm. Ja, jetzt muss man irgendwie schauen, dass wir... Äh. Vielleicht kann man auch mal von Free Trade auf Export focussen. Oder haben wir jetzt genügend Rohstoffe? Ah, ja. Wir haben mehr als genügend Rohstoffe. Wunderbar. Wir können auch nicht so viele Zivilfabriken benutzen. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir so schnell wie möglich die Militärpolizei auf eine Division runterbringen, die irgendwie Sinn ergibt. Ähm. So, dass wir da halt alles gescheit unterdrücken können, dass die so schnell wie möglich zu uns kommen. Jetzt ist auch die Frage, wie viele Zivilfabriken haben wir? 19. Das reicht nicht. Dass wir jetzt hier anfangen. Also, wir könnten theoretisch anfangen. Ähm. Hier diese... Äh. Gab's doch diese Courthouse, oder? Resistance Target. Genau. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das sollte es auch definitiv im normalen Spiel geben. Aber die sind echt richtig teuer. Die kostet doppelt so viel wie eine Zivilfabrik. Und ähm. Hätten wir jetzt zu wenig Rohstoffe, könnten wir das tatsächlich an den Stellen machen, wo die auch fehlen. Aber, ähm. Sehe ich gerade die Notwendigkeit dazu nicht. So. Jetzt ist die Frage. Wem können wir alles in Krieg erklären? Justify Wargo, take Lame States. So. Das könnten wir hier machen. Könnten wir hier. Justify Wargo, take... Ne. Conquer nur. Okay. Also, die Idee wäre quasi folgende. Wir nehmen diese 24 Divisionen, stellen die Grenze zu Österreich. Dann nehmen wir die 3 Divisionen hier. Beziehungsweise die beiden lösen wir jetzt auf. Weil die gehen nämlich in die, ähm, Ding rein. Also, äh. Wir lösen die hier komplett auf. Und diese MP-Einheit bekommt quasi die gesamte leichte Kavallerie hier. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Das benutzen wir nämlich jetzt. Das ist nämlich viel, viel wichtiger. Äh. Um die Leute hier zu unterdrücken. So. Ähm. Dann, äh, haben wir jetzt eben die schwere Kavallerie. Dann machen wir... Dann haben wir die Division noch nicht fertig. Aber das ist egal. Wir benutzen die 13 hier. Um quasi da Stress zu machen. Und eine Einheit hier auch. Weil die... Die macht richtig Stress. So. Dann, äh, justifieren wir jetzt das Wargoal. Und dann haben wir jetzt die nächsten paar, äh, Stunden richtig Action. Hallo Dragon Tank. Es gibt ziemlich viele Kriege auf der Welt tatsächlich. Ähm. Wir können hier mal kurz reinschauen. Es gibt den englisch, äh, französischen Krieg. Äh. Den nächsten englisch-französischen Krieg. Aber der ist gegen Ungarn. Äh. Äh. Die Türken haben auch wieder einen Bürgerkrieg. Ähm. Irgendwelche Kriege in Afrika. Nur mehr in Afrika. Oder sind die überhaupt in Afrika? Ja. Ja. Sind sie. Ähm. Ähm. Ich wollte gerade eben sagen, wir können uns die Zivilfabrik von der Schweiz zurückholen. Da können wir jetzt mal richtige Einheit produzieren. Wegen der Grenze würde ich die Verfassungsgericht verklagen. Äh. Die Grenzziehung erfolgte nach folgender Priorisierung. Äh. Erstens, ich will die Rohstoffe. Zweitens, sieht es gut aus. Und. Sieht es gut aus war eben ihr, du eben rausgehört hast, die zweite Frage. Okay. Wie fehlt es wirklich an Rohstoffeisen? Ach komm. Jetzt blöd. So. ähm, jetzt haben wir, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir von allem genug, jetzt sparen wir uns nämlich auch die die Fabrik hier ein kann nicht sein, dass wir irgendwie Mangel an Ressourcen haben ähm, ah, da fällt mir ein, wir könnten vielleicht schon mal gleich weitermachen da überall, wo wir, ähm Punkte drauf haben oh, das wird ganz lange dauern, oh, ho, 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 ho Alter, wir können die Dragona, wir könnten die theoretisch verbessern lol so verbesserte Pferde stell ich mir irgendwie lustig vor wir müssen die jetzt eh nicht verbessern, weil wir, genau, die oh, die Super Heavy Cavalry, Alter das wär, das wär mal was, was hatten die ey, wär auch immer diese Schrift auf ich muss schon wieder den Namen im Bildschirm ran ja, okay, lohnt sich nicht wirklich es geht schon wieder eher, wenn wir gegen quasi feindliche Cavalry kämpfen würden wäre das vielleicht sinnvoll in irgendeiner Art und Weise und weil wir, glaube ich auch mal unbedingt genau die ähm Doktrin weitermachen sollten hier steht das auf Deutsch dran auf jeden Fall, ähm wir sollten die Doktrin weitermachen, weil er kriegt unsere, unsere Panzerkriegen also unsere Cavalry bekommt noch ein bisschen ähm Orga und die braucht Orga ganz dringend wir könnten jetzt so eine Emergency-Konvertierung ne, wir brauchen ach, wir brüchten irgendwo Stabilität kann man sich nicht irgendwann mal Stabilität kaufen? Navy Experience, ne ne, hier könnten wir Stabilität bekommen dadurch bekommen wir aber ein bisschen ähm ja, okay ja, ist natürlich ärgerlich es kostet uns ein bisschen was aber ich würde sagen, wir machen das jetzt ab und zu mal auch wenn es uns ein bisschen was kostet ähm einfach um die Stabilität langfristig wieder ein bisschen hoch zu bringen da haben wir auch schon die Hälfte lohnt sich die Super-Heavies nicht? ne, also ich würde sagen, die Super-Heavies lohnt sich nicht es sind wie im echten also im richtigen Spiel halt auch eher so ein bisschen superschwere Panzer die du halt primär benutzen kannst wenn du irgendwelche Bunker brechen möchtest oder so ähm okay, wunderbar da können wir jetzt, glaube ich, ziemlich viel machen da bekommen wir Claims of Sex ne mhm, mhm äh, drüben kriegen wir halt auch krasse Boni beides hier ist alles so mäßig gut das hier wäre natürlich halt wieder richtig krass also richtig, richtig krass ähm ich würde sagen, wir brauchen jetzt primär äh wir kriegen wir halt Clay äh, ich brauche halt wirklich, ähm Cores quasi damit kriegen wir die Cores okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall den Fokus runter aber wir brauchen die Cores egal was passiert bitte, ähm Heiko, ganz wichtig, Bayern erobern achso, ja, okay wegen der preußischen Einheit natürlich richtig so ja, das klappt hier alles noch nicht so ganz mit dem besetzten Gebiet haben wir den Compliance, äh, warte mal ah, hier drüben, hier drüben kommt auch Compliance ja, das dauert noch ein bisschen das läuft noch nicht so ganz gut ich denke mal, mit der neuen Einheit könnte das besser werden äh, wie viel fehlt uns denn von den Husaren lol, echt jetzt uns fehlen 9000 Husaren das ist jetzt auch ein bisschen was zerhagelt ja, man sollte das bei konzentrierter Industrie definitiv nicht machen, was ich gerade eben gemacht habe also, uns fehlen 9000 und wir müssen ein wir machen 100, äh, also ein pro Woche äh, ich verstehe das Problem mit, ähm okay da haben wir wohl etwas verbockt ähm, dann machen wir das nämlich jetzt so dass wir da Military Police reinpacken und da haben wir jetzt meiner Meinung nach ziemlich viele Punkte verschenkt das ist tatsächlich sehr schmerzhaft aber da packen wir jetzt, äh die hier rein ähm werfen da mit den nächsten Punkten noch was raus weil dann müssen wir auch die Husaren hier gar nicht mehr produzieren dann können wir uns die Militärfabriken sparen natürlich wären sie 200 Späts aufgehoben gewesen ah, und wir haben da jetzt ziemlich Punkte verloren aber gut wenn man so eine Mod spielt äh w-w-w-was? ach Spanien wirklich ich wundere es, dass die Mod noch so gut läuft bei den ganzen Kriegen die ja gerade eben ablaufen so jetzt, äh, mal kurz schauen also wir können damit auf jeden Fall hier angreifen da kommen wir auf die Frontbreite damit greifen wir hier an und damit greifen wir hier an damit wir da rein können und jetzt gucken wir mal natürlich, ähm dann müssen wir halt mit der Einheit nein, wir machen das anders so greifen hier an und die Einheit greift hier an dass ich eben testen kann, wie gut die ist lol okay krass also das bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir eine Orga von nichts haben aber, ähm ich sag mal, wenn wir damit Force Attack reingehen und die Orga nicht sinkt wir da glaube ich richtig, richtig Action machen ich bin gerade eben zum Roosh-Spielen eingeladen ähm witzige Story also, wobei, hier kommen wir ja durch wir hätten vielleicht nicht im Dezember angreifen sollen sondern im Nachhinein egal als ob meine Panzer-Division da durchkam wie weird ok das war jetzt tatsächlich ziemlich Blitzkrieg mäßig ja, die Preußische Disziplin gibt Orga tatsächlich ähm ok, ich muss mal langsam und sicher schon mal schauen was uns noch fehlt für, äh Niederschlesien, Oberschlesien ok das heißt Österreich muss irgendwann dran glauben ok ähm da müssen wir jetzt halt hoffen, dass wir den Focus Tree irgendwas machen können cool wäre natürlich, wenn wir einfach gleich Krieg gegen Österreich erklären würden aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass Österreich uns den Krieg noch nicht erklärt hat wir sind wahrscheinlich ziemlich tot mhm, 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 mhm wir hätten bessere Infanterie Equipment also wir hätten prinzipiell besseres Infanterie Equipment würde aber tatsächlich für die Panzer, also die die Kavallerie echt krass ist sich da noch ein bisschen was draufsetzen ok, ok, ok ich glaube wir snowballen komplett jetzt das einzige Problem ist tatsächlich überall noch Anspruch drauf zu kriegen aber das werden wir, ähm mit ähm dem Focus Tree bekommen ah, Mecklenburg haben wir jetzt schon, na super Anhalt kriegen wir auch gleich da haben wir definitiv die falschen Sachen gerade eben gefokust die anderen Länder also wir haben die USA und äh Spanien äh Asien siehts ruhig aus so, sieht ruhig aus die Osmanen führen Bürgerkrieg gegen alle anderen und Europa battelt sich halt komplett und zwar alles und jeder so, Gebirgsjäger oder so haben wir in der Form nicht äh das so forschen wir auch könnten oh, hier kriegen wir Research Speed Zeitart der Aufklärung ich glaube irgendwie die Österreicher können nicht mal die Front größtenteils abdecken also sie sollten echt schauen, dass wir da jetzt schnell bis möglich, äh, Krieg gegen erklären können einfach nur, ähm ja ich weiß, dass ich darüber, ähm dann wahrscheinlich, äh, überall Kriegskunde und so bekommen, aber das geht mir jetzt einfach ein bisschen zu langsam ist Valachai nicht Rumänien? Moment, Valachai, ja das ist doch hier so wann ist Rumänien entstanden? fällt mir gerade eben auf waren ja nicht schon immer da, oder? aber gut, was mich interessieren würde, hat irgendwer die Mod jetzt auch ausprobiert? hey lol, wir haben 69 Likes höhö Screenshot Discord Memes so das ist natürlich praktisch, wenn man seine Schüler auf Discord hat ich habe gerade eben gesehen, wann mein Schüler auf, ähm ähm der hat mir geschrieben, wenn er morgen kommen muss zum Unterricht morgen ist schon Montag, oder? ja, ja, morgen ist schon Montag so da können wir jetzt dann hoffentlich auch mal unsere ganz politische Power raushauen und, äh, jetzt haben wir ein Wargoal gegen, ähm, die hier ähm, das war jetzt vielleicht nicht so schlau ähm, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Overkill mit der 24 Division hinstellen, aber offensichtlich brauchen wir das dann doch irgendwie ah, Terror minus 71 Prozent okay, also wir müssen mit den, mit der Covery auf jeden Fall nicht, äh angreifen wo wir wo statt ist wie sieht es hier aus im Terror? Wahrscheinlich auch nicht gut ja, noch schlimmer und River Crossing, okay, okay, okay egal, wir machen jetzt einfach folgendes als ob jetzt dieses eine Land hier noch so Stress macht so, was haben wir hier? Hier für eine Geschwindigkeit 1,5 kmh das ist ja furchtbar haben wir eigentlich die Infrastruktur inzwischen zurück? ja, okay, ne, ne, wir brauchen noch ein bisschen wir haben eindeutig zu wenig Zivilfabriken ich habe auch 69 Prozent auf dem Handy jetzt haben wir 72 Likes also irgendwie das werden jetzt nochmal deutlich mehr oder wir nehmen nochmal 3 zurück nein, alles gut äh, Anhalt take all states okay, aber damit haben wir gesehen, es ist so ein kleines Land darf man auch nicht unterschätzen wir haben ja auch Truppen so ich glaube Infanterie Equipment, prinzipiell kriegen wir ziemlich viel wir sollten jetzt primär auf Panzer setzen Manpower mäßig werden wir wahrscheinlich nicht nochmal 24 Division ausheben können können aber hier mal ähm äh, bei der Infanterie Division jetzt noch das hier rausnehmen so dann haben wir jetzt nämlich die Einheit als Garnisionseinheit das ist nicht optimal, aber ich denke mal das ist schon noch das Sinnvollste was wir machen können naja, gut dachte ich mir, dachte ich mir, danke René für den Hinweis also ich dachte mir schon, dass die nicht so standardmäßig jetzt bekannt sind jetzt mit der Manpower macht mich so nervös, dass ich da so wenig hab ich habe einen Border-Clash ist unwunderbar, auf 5 durch wir streamen tatsächlich seit 3 Stunden, es ist noch einmal was Dummes passiert, ich bin begeistert die anderen Länder hätten sich ruhig auch schon gegenseitig ein bisschen bekämpfen können da hätten wir jetzt nicht so viel zu tun ich sabotieren mir mein ganzes Zeug die ganze Zeit so, das ging jetzt schnell natürlich, weil wir bauen die Infrastruktur tatsächlich relativ schnell fertig ja, wir haben auch ganz gute Boni Production Efficiency, Cap, Cap, Cap ähm, Produktion ja, vor allem bei der Infanterie, bei der Infanteriewaffen wäre das Infanterie aber ich weiß auch nicht, irgendwie einerseits müsste ich ja voll mächtig sein, aber andererseits ist mein Land ich weiß auch nicht, die Mod skaliert glaube ich komisch man fühlt sich irgendwie so, dass man so voll schwach ist, wenn man so wenig bauen kann das ist die Kunden im Streamer das selbste, was man hört, ist Take All States, genau gute Einstellung, hallo Niklas oh man wieso rennen da Österreicher durch mein Land? ich glaube die Österreicher gönnen sich, äh die Portugiesen gönnen sich grad komplett fragt mich, ob mein Herrscher auch irgendwann mal stirbt ja ich weiß, dass mein Widerstand ist schwierig, ich versuch's ja schon abzubauen, aber also, klappt man das mal ein, in Politik ist egal, stärk Absolutismus, oh das hätten wir auch mal zwischendurch machen können, damit können wir uns alles andere überlegen so, Starts, Border, Gott, Echtenburg und Lübeck Braunschweig Bühneburg jetzt machen wir das mal wie folgt wir nehmen die Einheiten hier und stellen die an die Grenze und machen da den hier und jetzt stellen wir hier runter da warten wir kurz bis sie sich da aufgestellt haben, weil wir wollen ja nicht, dass das sowas passiert wie grad eben dann machen wir das hier so und was oder wer kämpft da jetzt? ah ok da oben ist Lübeck lol, natürlich ist da oben Lübeck ich verliere jedes Mal Einheiten, oder? ah ne, die kommen quasi dann wieder ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe so Hamburg, da weiß ich wo es liegt oh das wird jetzt aber tatsächlich nicht so cool zu erobern da wird ja über den Fluss drüber müssen, das könnte tatsächlich kurz dauern aber egal verlieren wir halt auf Dauer vielleicht ein paar Einheiten so, äh, Danzig or War ok, das hat sich schon erledigt Claims gained by Prussia demand Swedish Pomerania warte, create Prussia Achievement ok, warte 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 war den Iron ähm ach so, gehen wir hier auf, also wäre das hier quasi die Creator Prussia und hier wäre aber tatsächlich ganz, äh, hallo Doktor Slime ähm ne sowas wie Bülse habe ich nicht, bin Preußen, brauche ich nicht ähm 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 ich würde jetzt auf jeden Fall mir das von Schweden holen, das Stückchen hier aber ich glaube wir müssen das Rechte nehmen, oder? das sieht für mich so aus, als ob wir hier wirklich ganz Deutschland gehen und das hier ist quasi nur Preußen ok hab ich in Hamburg verloren? ok das ist natürlich ein Problem ähm warte ich braun schweig nicht ach so lol ähm das ist natürlich blöd gelaufen ich hätte mal vielleicht kurz warten müssen so, und jetzt können wir hier braun schweig machen ok 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 so, und das gab jetzt vielleicht auch mal Zivilfabriken, so wie ich das sehe aber wir haben 69 Fabriken, aber heute läuft es ja schon wunderbar ähm Rohstoffe haben wir inzwischen genügend das heißt wir brauchen Militärfabriken so, und da können wir mal schauen wir sind tatsächlich State Owner ok, also wir haben hier tatsächlich auch Claims drauf wunderbar, deswegen gab es auch wieder so viele Sachen machen so jetzt können wir kurz gucken ok, jetzt können wir noch Sachen integrieren prinzipiell, aber ansonsten können wir ja schon noch nichts machen das heißt es ist tatsächlich ein unfassbar guter Zeitpunkt um Polen anzugreifen äh, in Polen sag ich schon Österreich anzugreifen jetzt haben wir da keinen guten ach, keine Ahnung so, Infantry Expert, das sieht doch gut aus so da würde ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz aber abspeichern weil ich nicht weiß, wer mit Österreich verbündet ist und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul nachzuschauen so wir können eigentlich mal Absolutismus ein bisschen weiter fördern also, dann können wir dem mal den Krieg erklären kurz gucken, wer alles mit dabei ist ok, wir sehen uns jetzt noch gut aus jetzt mal schauen was passiert, wenn wir hier jetzt auf Start einfach machen und überrennen ok, ok, ok sieht schlecht aus wenn da Frankreich mit dabei ist müssen wir jetzt echt aufpassen also solange uns hier halt keiner den Krieg erklärt sondern die alle von einer Richtung kommen oh, der hat uns dann über den Krieg erklärt so was habe ich erwartet so, das bedeutet wir nehmen hier mal die Einheiten egal zu welcher Armee, die gehören wir mal kurz eine neue werden die nach Hannover an die Grenze ja, das war klar, das bringt uns jetzt natürlich einen riesen Weltkrieg regelrecht rein was ist noch halb so schlimm können die sich bitte ein bisschen schneller bewegen, danke ok, 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 da müssen wir neu laden das ist keine gute Idee also es ist prinzipiell möglich, dass wir gegen Österreich Krieg führen wir müssen aber dann auf jeden Fall noch andere Sachen garnisoniert haben jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit wir über unseren Focus Tree ähm ich glaube es wäre sinnvoller, dass wir quasi erst wobei, ne wir können quasi erst so einen Focus Tree ausbauen ja ja, das mit England wär mir zu stressig gewesen äh, wir machen jetzt erstmal noch nicht gegen, äh die, wir lassen jetzt noch 5 durchlaufen machen wir quasi unseren Focus Tree durch und ähm ah, hier na, also mit Schweden bin ich so indirekt verbündet wir haben zumindest dieselben Feinde und ich ziehe auch so ein bisschen drauf ab äh, mich mit denen zu verbünden ähm, ja, ähm und sie sehen den Blitzkrieg Preußens ja, es war, äh hat Spaß gemacht, bis dann irgendwie weirdes Zeug passiert ist ähm aber wir können theoretisch auch einfach nochmal ordentlich Truppen rauspumpen also hier nochmal so 12 Divisionen, äh 24 meine ich muss man halt nur irgendwas mit der Manpower machen und die kriegen wir schon irgendwo her so gucken wir erstmal, dass die Truppen rauskommen weil dann können wir hier vier können wir quasi hier alles komplett abdecken und mit den Truppen, die wir gerade eben hatten, da einmarschieren äh, Timur äh, die Mod steht in der Beschreibung so ich will das jetzt abgelehnt, oder? ah, ich kann Thüringen den Krieg erklären, immerhin ah, warte, die steht ja ja schon ganz gut ah, und natürlich, äh, weiter einmal ja, okay, wir müssen jetzt Stanzig oder Warm machen, oder? äh, das ist ja blöd okay, äh, ich glaube der Squad Blitzkrieg hä? haben wir die gerade so schnell überrannt, dass das Spiel noch nicht mal gecheckt hat, dass der Krieg quasi durch ist, ohne, okay, witzig ähm okay, jetzt wählen wir nochmal ein bisschen Infanterie-Equipment aus na, bei der Universität kriegen wir noch mehr politische Power oh, Re.. perfekt, da gibt es noch mehr Forschung, Speed jetzt, ich wollte gerade sagen take all states dann Schritt für Schritt kommen wir näher an Bayern das stimmt wir könnten jetzt natürlich, äh, Hannover einmal boah, 125 Tage und Hamburg auf jeden Fall auch weil Hamburg müssen wir irgendwie manuell den Krieg erklären dann haben wir übrigens was zu tun, während der Fokus hier durchläuft da gab es doch diese eine Möglichkeit, wo wir, äh, Manpower bekommen ja genau, hier okay, da, das war jetzt ein bisschen hat nicht so lange gehalten, aber naja wie viel Manpower fehlt uns denn noch? nicht mehr so viel, geht sogar und lass uns die Geschichte ändern, Münster muss unabhängig bleiben ich weiß gar nicht, wie viel ich unabhängig lassen kann, weil, äh, das Problem ist halt ähm, das Problem ist halt, dass ich ja, alles erobern muss, regelrecht, um, ähm freilteisch gefallen toll, da unten geht es ja direkt weiter lass das Bündnis im Blick ich hab kein Bündnis ich hab kein Bündnis oh, ich sehe aber, dass die ziemlich eskalieren aber das ist ganz cool, vielleicht gibt es so eine Endgame-Mechanik so wir machen, ah, lol, 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 ok, ja, Hannover war da drin, stimmt, stimmt, stimmt das war das Problem aber eigentlich will ich denen ja auch den Krieg erklären ich muss nur mal Schweden mit rein holen wir sind ja dummerweise im Krieg mit Russland ich muss auch ein bisschen blöd, dass Schweden mir meine Gebiete nicht gegeben hat ich meine, Schweden und ich haben ja uns doch ganz doll lieb eigentlich ähm, da, perfekt, genau, darauf wollte ich ja mal hinaus, dass wir jetzt eben die neuen Infantrie-Waffen produzieren also meine ich jetzt ziemlich potschrittlich im Vergleich zum Rest ähm, ah, ja, die kann man auf jeden Fall mal erforschen, definitiv und äh, bessere Artillerie so wie, ich hab ne schlechte Außenpolitik steht im Punkt nicht meine Außenpolitik, gut ähm, oh Österreich frisst Ungarn, das ist schlecht oh, das Bündnis von denen gewinnt quasi alles mhm, das ist schlecht mhm, okay, ich glaube wir hören mal auf, das zu garantieren, äh, das hier zu beanspruchen und machen hier lieber weiter das ist mir dann doch alles ein bisschen zu risky okay pfuh man, ich brauch so lange für meinen Fokus-Stream so, jetzt kommt der unnötigste, äh, Fokus von allen so, Danzig oder Krieg, wenn Danzig schon längst nicht mehr existiert danke, hab ich schon wieder voll ins Mikro für euch, sorry mhm, ich glaub das könnte die Front ein bisschen überdehnen ja, das ist vielleicht nicht optimal naja, ich hab einfach die Hoffnung, dass die sich demnächst auch einfach gegenseitig ein bisschen verprügeln ah, da war's puppeted ok, krass, um die zu legen, die jetzt echt komplett ich verstehe jetzt auch nicht mehr ganz, wieso jetzt wer mit wem verbündet ist das wird, glaub ich, am Ende so ein richtiger Weltkrieg äh, okay jetzt freu mich echt, was die KI macht, wenn sie damit quasi durch ist fangen die an sich, äh, gegenseitig zu verprügeln, oder na, das ist jetzt natürlich nicht so gut am Süden ich mein, witzigerweise, Österreich mag mich ah, ne, oder? ne, die hassen mich, ich mag sie, warum auch immer ich hab grad eben schon gehofft, dass eine weitere Artillerieinheit fertig ist cool, aber ich glaub ich hab jetzt, äh, tatsächlich, äh, Ding bekommen Claims darauf, das bedeutet war nicht ganz umsonst am Königsberg wieder meine Hauptstadt gute Frage, ich glaub, weil ich's verloren hab und dann wiederbekommen hab oder so witzige Story, dass Berlin äh, warte, ah, Berlin ist da drüben, glaub ich mein, dann ich hab ja schon mal ich hab ja schon mal Russland blätten das würde ich wahrscheinlich hinbekommen und dann hätte ich, äh, garantiert das Bündnis mit Schweden und dann könnte Schweden mir helfen in dem Weltkrieg weil Schweden war ja zu der Zeit ziemlich stark zum Beispiel hoff ich das ja, das mit den Kolonien, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, jetzt zu kolonialisieren ähm, ich brauch nämlich tatsächlich die Forschungspunkte gerade ich könnte mir glaub ich nochmal einen Forschungspunkt holen hier, ah ne, den hab ich schon, okay ja, hier krieg ich ja 10% Stabilität, ist ja auch nicht schlecht wie weit sind wir da? 64% Erstockkott da 90%, okay, es war im Nachhinein vielleicht nicht so schlau, ähm so anzugreifen Können's mal mit denen versuchen, äh, Panzer sind dafür zwar nicht geeignet aber wenn wir da mit Force Attack reingehen könnten wir unter Umständen, also ich mein, wir machen da halt pro Frontbreite definitiv den meisten Schaden oh, apropos, da fällt mir ein dann sind die auf 30 und haben eine Orga so langsam aber sicher nähern wir uns mal einer Einheit, die halbwegs vernünftig ist äh, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, du das auf das Spiel bezogen hast ich weiß jetzt nicht, ob, äh, du das auf das Spiel bezogen hast okay, jetzt schauen wir mal, ob wir Hamburg bekommen, ich mein ich kann jetzt Hamburg nicht anklicken, weil die Kabler wieder vorsteht, nice können wir es aber so machen ich jetzt, ich kann das nicht aus, ah, ich kann aber rauszoomen, okay Clear War so und jetzt gehen wir auf Force Attack wo spielt mich die Orga keine Rolle fuck aber unsere Stärke, uff ganz vergessen ja, ja, okay wir sollten die Kavallerie das war ne dumme Idee aber selber zumindest ein bisschen die Gegner schon mal angehittet ach das, ob die da so viel Truppen drin haben okay, 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 okay wir werden Hamburg wir werden Hamburg nicht erobern nicht so schnell zumindest war grad richtig teuer übrigens naja gut, jetzt gibt es ja schon bessere Artillerie das wird auch schon mal viel besser machen und wir müssen sehr viel Produktion auf die Kavallerie legen und wir müssen sehr viel Produktion auf die Kavallerie legen noch so ne Möglichkeit die Truppen zu verbessern so so ich weiß jetzt nicht inwieweit meine Infrastruktur jetzt so großartig wichtig ist ich mein die ist ja meistens ganz gut an den meisten Stellen ich bau die immer dann aus sobald ich keine anderen Fabriken mehr bauen kann vielleicht ein bisschen buggy mit dem aber wir sind ja bei 94% perfekt weil wir müssen nach Hamburg also wir können Hamburg nicht über den Fluss angreifen ich glaub ich nicht viel ich sag grad eben kurz aus ob irgendwer bei mir einmarschiert dann war ich kurz panisch halt warte was uff echt jetzt sind verbündet uff ok 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 Das ist dumm jetzt, weil, ich will ja nicht gegen Schweden Krieg führen, sondern Schweden ist meine einzige Chance, wie ich auf Dauer, boah, echt jetzt, oh nein, ärgerlich, okay, wir lassen schnell auf 5 durchlaufen, das war, es geht nicht darum, dass ich Schweden nicht besiegt bekomme, das wäre nicht das Problem, dafür sind wir definitiv stark genug, es geht primär eigentlich nur darum, dass wir, dass wir Schweden halt als Verbündeten brauchen. Ja, da müssen wir jetzt halt kurz durchziehen, egal, wir müssen auch hier eigentlich gar nicht mehr fabrizieren, genau, das haben wir jetzt an der Stelle eh nicht gemacht, wir machen das jetzt alles über den Focus Tree, Thüringen, Thüringen könnten wir noch machen, das ist der Dinger so alt, Selbststand, egal, können wir hier alles, was wir vorher vergessen haben, gleich nachholen, ich bringe hier die Infanterie rein und hier die Kavallerie, so, aber wenn wir Schweden platt machen, ist wahrscheinlich nicht so gut, also ist nicht gut, dass Schweden hier meine Demands refused, eh, ein bisschen blöd, fuck, 50-50 Chance verkackt, das hat doch vorher so gut geklappt, Ah, warte, wir stehen hier unten noch. So, das war mir. So, das war mir. So, das war mir. So, das war mir. Nämlich die Geschichte, wo wir jetzt einfach durchrennen, ja genau. Äh, das Spiel hat das jetzt aber schon gecheckt, okay, perfekt. So, und jetzt lassen wir es einfach durchlaufen, ohne größeren Stress, einfach nur, wir klicken die Forschung durch, hier, ein bisschen Speed, kriegen noch Zivilfabriken. So. 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 Ha, 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 ha. Nur aufpassen, nicht, dass ich irgendwas gemacht hab vorher, was sich davor ausgeht, dass ich das jetzt hier auch gemacht hab und dabei hab ich's nicht gemacht, versteht, was ich mein. Genau, jetzt haben wir hier die Early-Rifle. Nein, dann kapituliert immer um 14 Uhr, ja okay. Das war jetzt die Geschichte mit der nicht so guten Außenpolitik. Da können wir weiterlaufen, also ich bin so froh mit meinem PC. Aber manche dieser Foki könnten ruhig auch nur 35 Tage dauern. Was natürlich eine Möglichkeit gewesen wäre, wüsste jetzt nicht wie sinnvoll man das nutzen könnte, weil Portugal halt echt richtig schnell gefressen wurde. Da habe ich jetzt vor langer, langer Zeit mal anfangen können, überall Freiwillige hinzuschicken, damit die ein bisschen länger brauchen. Das Aussehen der Truppen habe ich vergessen. Ah, perfekt, danke. Okay. Ja, sehr gut. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört. Ah, guck mal. Hier können wir jetzt diese Clash over Hamburg nochmal machen. Das Problem ist nur, das werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Also wir stellen da wirklich, ups. Wir stellen da wirklich alle Einheiten hin. Klassischen Planungsbonus jemals. Klassische Planungsbonus jemals. So. Dann bin ich hier runter. So. Da haben wir auch nicht alles drin. Ja, okay. Was geht noch? Ich habe mir da vielleicht Military Access, aber nee, kämpfen können wir dann trotzdem nicht. Und was wir hätten machen können, wäre unsere Panzereinheiten zu Schweden schicken und da quasi dann kämpfen. Ach komm, machen wir das jetzt. Weil es wahrscheinlich schief läuft. Wir kriegen jetzt Last Stand, weil bei Last Stand hört man auch nicht auf zu kämpfen. Hm. Okay. Hat nicht funktioniert. Schade. Wer das vorher machen soll mit dem Last Stand wahrscheinlich. Ja, aber es ist Hamburg, also es ist nicht ganz so schlimm. Es gibt Deutsche, die Heu spielen. Dachte ich für die einen Person. Nein. Ich meine, ich will jetzt keine Werbung machen. Aber auf unserem Discount sind über 1000 Leute, wovon mehrere hundert Heu spielen. Ich mache hier regelmäßig, also jetzt neulich hat den Livestream von mir 150 Zuschauer. Auch meine Heu Videos haben immer auch hunderte. Und ich bin jetzt nicht mal der größte Heu Streamer Deutschlands. Also, es gibt schon einige, die das spielen. Ein bisschen langweilig, wenn man den Focustray einfach nur durch macht. Alle meine Freunde sind einfach gerade essen. Ich hätte nicht auf ein Handy gucken sollen, das war keine gute Idee. Hm. Ich glaube, wir hatten noch hier den Bonus, genau, dass wir noch 10% Stabilität bekommen, weil Stabilität ist ein bisschen niedrig. Ich bin echt gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Dieser Rhetorik-Geschichte. Ich erwarte sehr viel. Blei Consumption minus 5% ist bestimmt nicht schlecht, aber... Ah, wir haben noch nicht bessere Artillerie. Können wir vielleicht noch mitnehmen. Endlich können wir mal die Division fertig machen. Was haben wir jetzt von der Orge 28? Das ist, das ist okay. Und dann nehmen wir jetzt die, machen hier eine Fallback-Line. Und sagen, bitte einmal... Okay, Schweden hat wohl keinen Bock mehr auf mich. Ah, okay, kann ich jetzt starten, integrieren. Und... Ah, okay, 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 okay. So. Niederschlesien. Ähm, was passiert, wenn ich sowas mache bei... Ostmark, warte. Da ist die Ostmark, äh... Heißt, wir stellen die Einheiten... da hin. Löschen erstmal alles. Dann stellen wir die... da irgendwo hin. Und die Panzerdivision stellen wir da auch irgendwo hin. Ja, und kriegen wir dann das Gebiet von Österreich, oder wie? Ach... Natürlich. Ähm... Immer dasselbe. So, ich speichere aber vorher auf jeden Fall ab. Nicht, dass wir gleich in den Krieg mit Österreich reingeraten, deswegen. Äh... Wie gewinnt man so einen Border-Clash? Wie kann... Kann man den in irgendeiner Art und Weise beeinflussen? Guck mal, wir können das hier mal kurz rauslöschen, wegen der Null Manpower. Oh, da drüben. Ich meine, das ist ja auch voll blöd, weil ich greife ja quasi über den Fluss an. Ich kann das quasi kaum in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Vielleicht mal kurz alle Frontlinien. Wenn nichts Gescheites mehr dabei. So. Wir könnten quasi alle Einheiten da hinstellen. Die Einheit hier auch noch. Den 24. Division den Angriffsbuffet geben, hier anzugreifen. Warten bis sie da alles voller haben. Noch ihren Planungsbonus von mir aus. Theoretisch kann man auch die Einheit hier troppen und die kann man da auch noch reinziehen. Und jetzt kann ich ja nochmal dieses Clash-Ding machen. Wir greifen immer hier an. Okay. Ich kann da aber wie erwähnt auch nicht irgendwas ändern. So, das sind die Einheiten, die da auf jeden Fall kämpfen. Bist du jetzt sieht es ja gut aus. Wir können ja immer noch dieses Last Stand machen, weil dann kriegen wir auch noch ein bisschen was und gut wäre, wenn jetzt gleich die, ja gut, das ist schon mal eine Einheit weg. Okay, es wird sozusagen schwierig für die 600 Defense-Werte bekommen. Wenn wir da jetzt Last Stand machen, dann kriegen wir, wobei kostet Last Stand auch Angriff. Hier müssen wir auf jeden Fall lang genug die Orga am Leben halten. Okay, da bricht jetzt ganz schön Orga von denen, da hat man gerade einmal Glück. Wieso haben die eigentlich eine breitere Front als wir? Irgendwie können wir das ja gar nicht. Ich verstehe halt wirklich nicht, wie diese Front-Mechanik funktioniert. Wir können jetzt halt hoffen, dass die beiden nochmal ordentlich reinhauen. Das heißt, die Panzerdivision ist quasi im Alleingang gewinnt. Wobei ich glaube, wir hätten es schon gewinnen können, wenn die Panzerdivision von Anfang an drin gewesen wäre, in dem Gefecht. Okay, verstehe ich auch nicht, auf welche Grundlage wir das jetzt gewinnen. Wenn die jetzt gleich... Okay, 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 aber prinzipiell... Ist denn Units dran? Wie soll ich denn da was reinschicken? Ich kann ja nichts manuell machen. Okay, der General ist schon mal ungeeignet. So, der General hier ist deutlich besser. Also, okay. Wir ignorieren jetzt mal alles. Wir durchschauen alle Front-Dinger und wir ignorieren wirklich alles. So, und die ziehen wir jetzt hier mal außen weg. Und da ziehen wir jetzt fünf Einheiten rein. Also, da ziehen wir auch alles weg. Prinzipiell erstmal. So. Und ziehen jetzt so ein paar... ...erfahrene Einheiten. So. Gehen wir genau da hin. Genauso wie die Einheit hier. Und sagen dann erstmal bitte auf Reinforcement, bevor wir... Genau, und das hier lösen wir mal. Das ignorieren wir nämlich komplett. So, und die Einheit droppen wir auch schon mal vorher und schicken die, ähm... ...auch da rein. Äh, Hans Wust. Äh, vielen Dank fürs Followern. So. Und dann warten wir auch noch... Ach, wieso... Wieso bewegen sich die Einheiten standardmäßig eigentlich so langsam? Achso, ja gut. Ich habe jetzt natürlich, ähm... ...als der beste Angriffsgeneral, den wir haben. Der hier. Das heißt, wir löschen hier alles und schicken dann, wie erwähnt, diese sechs Einheiten... ...oder auch so mehr hier hin. ...und Frontabschnitt. Hier lassen wir noch ein bisschen trainieren. Hm, und wir produzieren mal noch keinen dritten, weil wir brauchen nur die beiden. Jetzt warten wir quasi mit dem Border-Konflikt, bis wir hier alles voll haben. Panther, YouTube... ...oder wahrscheinlich YouTube, vielen Dank fürs Followern. So. Ähm... Wir werden ja wohl irgendwie diesen Grenzkonflikt gewinnen können. So. So, wir lassen jetzt trainieren und gleichzeitig produzieren wir die Einheiten nach, sodass es sich quasi optimalerweise ergibt. Ähm... Und wenn das natürlich immer noch nicht funktioniert, habe ich noch die Möglichkeit, äh, dass wir quasi noch Infanterie bauen, die noch stärker ist. Also, wo wir quasi noch Artillerie reinpacken. Aber dafür haben wir zu wenig Army-Experience. Wenn wir woanders das schon machen, dann können wir nicht. Das Problem ist halt auch wirklich, es geht wirklich komplett über den Fluss und alles. Ähm... Das jetzt auch mal hier hinzufügen und die hier, die da nicht dazugehören, die kommen woanders rein. So, dann haben wir die Acht da. Beziehungsweise Acht sind zwei zu viel. Also, wir packen die da auch raus. Okay. Jetzt machen wir mal nochmal einen Test. So, jetzt machen wir den Border-Konflikt nochmal. Bei der Vorhine war es ja schon echt knapp. Und dann hoffen, dass... Okay, die Panzer reinforcen gleich rein. Das ist gut. So, und die, äh, haben bis jetzt alles abbekommen, größtenteils. Ist gut. Okay, wenn da jetzt nochmal einer rausgeht. Wenn der Panzer reingeht. Wir müssen ja beide raus. So, und jetzt machen wir eben diesen Last Stand rein, dass die eben möglichst lange kämpfen. Wobei natürlich besser gewesen wäre, wenn wir erst den Orga-Schaden in Kauf nehmen. Ja, okay, perfekt. Wunderbar. Hat doch funktioniert. So, der Stream ging heute aber früh los. Ja, tatsächlich sehr früh. Ähm, tatsächlich wegen meinem Infovideo. Da habe ich gesehen, dass, äh, Sonntagmittag die Leute am, äh, häufig schon aktiv sind. Warte mal, ich kann bei diesem Grenzkonflikt aktiv irgendwas machen. Weil für mich hat das jetzt so gewirkt, dass ich da nur zugucken kann. Ist ja natürlich sehr praktisch, wenn ich was machen könnte, ja. Okay, ich muss jetzt quasi stärker werden als Österreich. Ich gehe ins Claim, Sachsen. Warte, aber Sachsen habe ich doch schon Claim, oder? Ja, eben. So, Dänemark, Norwegen. Ja, mit denen wollen wir jetzt nicht wirklich Krieg. Das funktioniert nicht. Aber wir können ja uns nochmal eine Region von Österreich holen. Frage ist schon, wo da der Grenzkonflikt startet. Ähm. Niederschlesien. Also hoffentlich hier. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier links auf diese preußischen Truppen. Irgendwie führt so ein bisschen kein Weg dran vorbei, dass wir mit Österreich Krieg führen. Das ist natürlich nicht so gutisch. Oh, wir haben verbessert die Artillerie. Ja, perfekt. Okay, es hat jetzt nur nicht so viel gebracht. Äh, lol, habe ich... Okay. So, wie viele Grenzkonflikte haben wir jetzt noch? Ich glaube, die Kombination an Truppen ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ein höherer Reinforce-Wert ist bei so einem Flash auch kein Fehler. Aber dann kommen die Einheiten deutlich schneller rein. Okay. Okay. Ah, perfekt. Da gibt es nochmal ordentlich was. So, jetzt müssen die mich schnell Reinforcen und dafür ist es eben sehr gut. Weil da haben wir jetzt ziemlich was abbekommen. Auch wenn die mit ihrem Soft-Attack-Wert nicht über meinen... Perfekt. So, jetzt muss eine drüber kommen. Eine Clash-Over-Hamburg. Das ist jetzt halt das Problem. Weil diese halt auch mit Schweden verbündet sind. Ähm, hast du Giant Faction? So, vielleicht können wir... Mhm, ich habe eine Idee. Ah ne, die mögen uns eh schon. Ach fuck, dann ist es natürlich schwierig. Okay, okay, das funktioniert eh nicht. Gut, dann können wir das mit den verbesserten Beziehungen eh lassen. So. So, den Fokus können wir nicht machen, weil unsere Armee kleiner ist als die von Österreich. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal noch eine Agency gründen. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass meine Armee so viel kleiner ist als die von Österreich. Mit wem sind denn die verbündet? Also wir könnten jetzt tatsächlich sagen, okay. Wir machen jetzt folgendes und greifen, ähm, Russland an. Zum einen gibt es nochmal ziemlich viele Gebiete. So. Und zum anderen können wir uns damit bei Schweden so einschleimen, dass die uns gegebenenfalls bei diesem großen Krieg helfen. Und dann wird das Ganze deutlich entspannter und ich hätte vielleicht beim Generälen ein bisschen besser aufpassen sollen. Egal. Ähm, das ist eindeutig der falsche General. Definitiv. Das hier ist der richtige. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Oh, 20 Tage braucht es nur. Leute, wir können, wenn alles gut läuft, da jetzt einfach Russland schön überrennen. Weil ich glaube nicht, dass Russland ein großes Problem sein wird. Okay, wenn ich mir angucke, wie viele Truppen die da stehen haben. Aber die sind ja, so wie es aussieht, schenken die sich ja nicht viel. Mit den Schweden. Und wenn die schon gegen Schweden gerade so durchkommen. Dann wird es schon werden. Oh, fuck. Da haben wir noch eine Fallbackline. Und da auch. Geist der General. Wir nehmen den nochmal und sagen... Okay. Na gut. Der Fokusbaum da drüben ist jetzt wenig beeindruckend. Aber was soll man machen? Ähm. Wir brauchen nicht noch mehr Ressourcen. Wir brauchen bessere Waffen. Supply Consumption minus 5%. Das ist, glaube ich, richtig gut. Wenn wir Russland einmarschieren. Können wir auch noch einiges erforschen. Nicht, dass wir irgendwas... Was wir zu wenig hätten zum erforschen. So. Ich kann leider noch nichts integrieren. Der Mensch wird mir das, glaube ich, angezeigt werden. Ah, wegen der Compliance. Okay, die muss da quasi größer sein. Was es ja auch Sinn ergibt. So. Meist meine Einheiten sind noch nicht, äh, wirklich... ...on Ort und Stelle. So, Armin Departure. Okay, der Russland hat auf jeden Fall mal überall Truppen stehen. Und das dann auch nochmal abspeichern. Aber irgendwie spiel die Mod falsch. Okay, wir könnten hier jetzt quasi in ihre Faction, wenn die das wollen würden. Aber die wollen nicht. Das ist ärgerlich. Okay, wir rücken auf jeden Fall auf relativ breite Front vor. Das ist schon mal gut. Ich glaube, äh, nicht, dass die... ...großartig viel entgegenzusetzen haben. Ja, wir rücken problemlos vor. Wir verlieren wahrscheinlich ziemlich Männer, aber das ist egal. Wir können in dem her mal in Statistiken schauen. Ähm. Okay, wir können den Krieg gerade nicht öffnen. Warum? Keine Ahnung. Das hat ein Rüstern für eine Stabilität. Ja, okay. So, und ich denke mal, wenn wir vorrücken, dann werden nämlich auch die Schweden vorrücken. Dadurch, dass die die schwedische Sphäre wahrscheinlich eröffnet haben, können wir das nicht mehr ändern. Ist natürlich die Frage, ob wir zum Empire hochgehen können. Da brauchen wir mehr als 100 Fabriken. Wobei, das kriegen wir gleich hin. Da brauchen wir nur Stabilität. Und die können wir uns ja, äh, holen, indem wir einfach diese War-Texes runternehmen. Beziehungsweise, sobald wir nicht mehr im Krieg sind, war War-Texes runternehmen. Mal gucken, ob das was ändert. Oh, Forschung. Habe ich was vergessen? Ne, Forschung passt noch. Also, Army Departure. So, und jetzt können wir gleich mal hier schauen, was die haben. Ähm, okay. Da können wir mal kurz ein Spion reinsetzen. Oh, wir haben die bessere Cavalry. Jetzt wird es natürlich richtig entspannt. Wobei, der verbesserten Cavalry. Halt, Moment. Jetzt muss ich aufpassen, welche ich auswähle. Advanced Tribune. Okay, genau. Ja. Können wir jetzt sogar noch einiges verbessern. So, zumindest zwei Sachen. Also, unsere quasi genetisch verbesserten Pferde. Das wird ein Spaß. So. Ich glaube, dass wir hier bei der Artillerie weitermachen. Das könnte auch nochmal richtig viel bringen. Und bei den Doktrinen. Ups, da hätten wir schon längst weiter sein müssen. Okay, wir nähern uns dem September. Äh, es kann sein, dass wir demnächst schon Pause machen müssen bei unserem Vorstoß in Russland. Das sieht jetzt gut aus. Wir haben auch viel Boden gut gemacht. Einige Fabriken bekommen. Ja, dann kriegen wir hier übrigens noch den Doktrinenbonus mit. Dangerous 4. Vielen Dank fürs Followen. Okay. Okay, ich denke, jetzt haben wir, ähm, das Größte hinter uns, was Offensiven betrifft. Dann würde ich jetzt mal die Offensive hier weiter stoppen. Also, da noch vorrücken, wo wir vorrücken können. Dann aber das vielleicht demnächst doch nochmal Micron. Wir haben jetzt ja wirklich auch das Problem, dass wir so wenig Manpower haben. Da müssen wir vielleicht tatsächlich sagen, dass wir jetzt hier auf, äh, das hier gehen. Ich meine, es tut natürlich weh, aber was müssen wir machen. So, dann können sich die Truppen, na, ich würde sagen, lassen wir mal alles stehen. Erstmal nochmal neu sammeln. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen eine weirde Front da dagegen. So, da ist besser. Dann konzentrieren wir uns mal auf das, was wir tatsächlich erobern wollen. Sondern es wäre vielleicht irgendwie so das Gebiet hier. So. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Perfekt. Infantry, Heart Attack und Piercing. Fünf Prozent Soft Attack. Das ist, glaube ich, relevant. In dem dieser Artillery ist sehr wichtig. Aber da haben wir ja das meiste. Landdoktrin haben wir das Wichtigste. Wenn du schon ein Empire sein möchtest, brauchst du auch noch Kolonien. Es gibt auch noch Menschen, die an einem schönen Sonntag arbeiten müssen. Es ist natürlich hart. Ja, gut. Und die Russen haben wirklich viele Truppen, muss man einfach mal sagen. Sie schwehen aber auch nicht vorrücken. Ist ein bisschen verwirrend. Aber wir haben auf jeden Fall Boden gut gemacht. Auch Fabriken, wie ihr hier seht. Die besitzen wir natürlich noch nicht ansatzweise. Das würde mich Stabilität kosten. Das wollen wir nicht. Das Gute ist, wir können ja auch irgendwann mal die ganzen Sachen hier noch koren. Also ich würde sagen, ach verdammt. Weiße. Aber wir haben jetzt hier nicht mehr so viele Möglichkeiten zu kesseln. Doctrine-Effort. Also wir müssen... Auf jeden Fall das hier weiter verbessern. Machen wir den jetzt hier. So. Die sind jetzt losgelöst von der Doctrine. Glaubt mir kurz, bis der da ist. Als ob das elf Tage dauert. Ich meine, der war ja quasi gerade eben... Ja, okay. Die Idee ist nämlich quasi die, dass wir... Jetzt mit der Kavallerie immer mal wieder Gegner kesseln. Quasi. So. Weil das würde wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren. Die Frage ist schon, wo wir jetzt den Kessel zumachen. Ich glaube, hier bietet es sich an. So, das müsste funktionieren. So, genau. Und da können wir jetzt eben immer Kessel für Kessel auflösen und da immer die Truppen auslöschen. Können wir nämlich auch im Winter machen. Und damit werden wir wahrscheinlich auf Dauer... Wir können ja hier echt immer viele Einheiten kesseln. Weil wir da auf Dauer, glaube ich, richtig, denen richtig wehtun. So, das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Müssen wir mal überlegen, wo wir wieder einscheren. Quasi. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen was Größeres. Da wäre es wichtig, dass wir da Einheiten mitziehen. Aber ich denke, das wird schon klappen. Weil die Einheiten an sich, die kommen da easy durch. Nur immer gucken, dass die Infanterie mitgeht. Vielleicht könnte man da auch ein bisschen Infanterie freistellen. Die Einzüge allein dafür da ist, immer die Kessel aufzuhalten. So, ob die Russen wirklich so viele Truppen haben. Moment, wir müssen dieses Supply-Ding... Das ist natürlich ärgerlich. Wenn wir keinen Supply haben, dann können unsere Einheiten kaum was machen. Da kriegen wir jetzt Supply. Das war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, der Kessel. Da gehen wir jetzt rein und da müsste es nicht sein. So. Wichtig ist jetzt, dass wir halt so schnell wie möglich alle Truppen, die in dem Kessel sind, also falls der Kessel nämlich aufgehen sollte, sind die nämlich sofort ausschalten. Schön ist, manchmal kommt die Kaida einfach nicht mit. Also die ist dann überfordert, wenn der Kessel... Okay, das war jetzt nicht... Das war kein schöner Kessel, muss ich zugeben. Jetzt müssen wir aber anfangen, hier noch diese Mortar zu produzieren. Einfach nur, dass wir da die Truppen nochmal ordentlich verbessern können. Da kämpfen noch ein paar nicht. Irgendwie das Gefühl, genau, dass meine Panzer hier nicht in der Ding drin sind. Genau, jetzt sind sie drin. Wir gehen jetzt halt mitten im Winter. Aber... Nicht schlimm. Wir gehen jetzt gleich dem Feind 18 Einheiten wegkesseln. So. Okay, hat doch funktioniert alles. Aber der Gegner ist ja absurd. Die haben 200 Divisionen. Können wir aber trotzdem machen. Wir machen das jetzt einfach wie erwähnt die ganze Zeit und dann läuft es schon irgendwie. Können die da auch hochstellen. Ja, wir haben von allem genug. Perfekt. Ja, wir können das einfach so machen. Oh, ich hab nur eine Einheit reingeschickt. Genau, da kann ich mich jetzt hier dicht machen. So, da kann man mich verhindern, dass die Einheiten sich überall bewegen. Die werden quasi von der anderen Seite angreifen. Da sind die wenigstens mal beschäftigt. So, und wenn wir da von der anderen Seite angreifen, dann müsste es auch sofort zugehen. So, genau. Und jetzt können wir mit den beiden Einheiten hier einfach nur Klick und Klick machen. Ja, Overrun. Overrun. So, und jetzt können wir das Ganze noch hier unten machen. Da können wir nochmal 6 Divisionen ausschalten. Den können wir die Provinz hier... Okay. Ich glaube, da sollten wir jetzt ziemlich schnell auf die bessere Artillerie durchrushen. Und hier können wir auch mal noch Artillerie nehmen. Einfach, dass wir noch krassere Einheiten bekommen. Also, wir müssen halt die krassesten Einheiten da irgendwie zusammenbekommen, die möglich sind. Das ist essentiell. Alles andere ist jetzt egal. So spielt man Mods gegen KI. Okay, nochmal 8 Einheiten ausgeschalten. Ich meine, wir können jetzt also ewig weitermachen, aber ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis es sich wirklich bemerkbar macht, wie viele Einheiten wir vom Feind ausgeschalten haben tatsächlich. Das ist schon mal eine gute Übung für später. Dann würden wir das wahrscheinlich ähnlich machen müssen. Okay, es ist nur die Frage, wo gehen wir hier rein wieder? Ich würde tatsächlich sagen, so. Okay. Ah, fuck. Die sind zwar noch in Bewegung. Also, egal. Da können wir hier schon mal gegenpushen. Hier auch reingehen. Ah, Moment. Da rein. Wobei die jetzt hoffentlich alle nach unten rennen. Ja, I'll run. Mehr Militärfabriken. Weil eigentlich brauchen wir mehr Manpower, aber gut, das können wir tatsächlich auch ein bisschen verbessern, indem wir da quasi die Einheit mal auf 40er wobei, nehmen wir es eigentlich gar nicht. Das bringt gar nicht so viel. Russland-Felszug schon 1700. Was ist das für ein Mod? Der heißt Empire. Wart im Chat nicht los? Doch, war relativ viel los. Ich versuche nicht zu können. Auch bis jetzt geht's eigentlich. Ich meine, es ist jetzt nicht effizient, was ich hier mache, aber es funktioniert. Ist immer wieder schön. Achso, gestern war streng. Ja, okay. So. Wieder tot. Und da kriegen wir jetzt tatsächlich mal die bessere Artillerie und da können wir auch gleich mal noch die bessere Cavalry mitnehmen. Und hier noch den letzten Bonus von Infanterie mitnehmen. Können wir davon eigentlich noch eine raus? Oh, wird schwierig. Wir brauchen halt auch ziemlich viele von denen. Ja, Schweden, die sind noch nicht so ganz dabei. Hm. Moment. Könnte da hin, dann da. Dann hier, hier, hier. Dann rennen wir einfach mal runter und gehen da wieder rein. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das hat die so viele Truppen haben. Das ist doch krank, oder? Oh, fuck, 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 fuck. Okay, das war richtig dumm. Gehst du, was ich gerade eben gemacht habe? Aber ich frage mich auch, was Schweden macht. Ich meine, ich habe jetzt demnächst wahrscheinlich ein Viertel der russischen Armee vernichtet. Hey, wir haben endlich mal dieses Ding offen. Nice. Ja, als ob die Russen immer noch hunderte von Truppen haben. Die haben ja mehr als vorher. Nicht weniger. Wir haben genau hier, das sind schon wieder, weiß Gott, wie viele Visionen, die wir denen da wegnehmen. So. Und das juckt die halt nicht mal. Die haben immer noch, so ein bisschen weniger haben sie jetzt. Super. Ähm. Aber die haben auch nur 500.000 Tote. Achso, Leute, ja, wir spielen mit der Mod 500.000 Tote sind vier, ich habe vergessen. Ähm. Ja, ich frage mich aber langsam, was die für ein Template haben. Aber ich glaube, hier unten anzugreifen war gar nicht so eine schlechte Idee. Nur war es vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, der Weg dorthin. Ah, fuck, jetzt muss ich die ganze Forschung neu machen. Egal, war nur eine Handvoll Tage. Ich glaube, das ist sowas wie moderne Panzer. Da wird es dann natürlich irgendwann mal richtig wild. Ähm. Genau, der mit Zierer. Ja, so, so. Ja, die haben halt echt so viele Truppen, dass sie hinter der Front quasi immer nochmal was stehen haben. So, wir müssen da alles nachziehen, was wir haben. Perfekt, jetzt aber jetzt mal Overrun. Und aufräumen. Nochmal 12. Vision weg. Müsst ihr da nicht irgendwo einen Overrun aufplomben? Okay. So, wie oft machen wir das jetzt noch? So 10 Mal, oder? Dann müsste es skappen. Ähm. Stellen wir die hier hin. Ich weiß auch nicht, was die Russen in ihrem Template haben. Ich kann mal gucken. Ne, die sehen schon normal aus. So, mehr oder weniger normal. Äh, wir können da mal kurz rein. Dann sehen wir es. Äh, 54. Äh, 54 geteilt durch 3. Gibt es überhaupt Sinn? Keine Ahnung. Wir reden mal nicht über meinen, äh, Durchbruch. Der ist, äh. Ja, wobei, ich könnte hier dicht machen. Okay, da sind wir jetzt über einen Fluss drüber. Stimmt, der haben wir also. So, und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Dass die da nicht hier reinlaufen. Ähm, müssen wir das hier machen. Dann ist es besser, weil, genau, wir gehen jetzt hier aufs Flachland. So, und dann haben wir den Kessel wieder zu. Obwohl er quasi gerade aufgemacht worden wäre, theoretisch. Weil wir sind nicht so gut im Angriff, ähm, Angriff in der, fuck, in der Stadt. Sind wir ganz schlecht sogar. Wir sind jetzt hier so schlecht. Achso, weil wir kein Fuel mehr haben. Dann machen wir jetzt das halt mit Infanterie zu. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen stressiger. Aber ich meine, der Russe müsste ja, der müsste ja immer schwächer werden mit der Zeit. Also irgendwann kann es ja echt nicht mehr sein. Der greift jetzt ja auch überall an. Ich meine, was will denn der noch haben? In seinem Stockpile, das muss doch leer sein, oder? Pfff. Okay. Äh, ich wollte auch nicht leer. Boah. Wie viele Divisionen, das ist so krank. Hm. Wie viel Manpower haben die noch? Floyd Army Manpower, okay. Sehen wir nicht. Müssen wir vielleicht bei der Agency mal noch. Na. Okay, aber wir forschen halt primär bei den. Wie viele Truppen haben die? Boah, die haben auch deutlich mehr Division als wir. Moment, haben wir hier kein Fuel mehr? Die Osmanen haben kapituliert. Lol. Das ist schlecht. Die haben echt in jeder Provinz Einheiten. Ist doch krass, oder? Ja, der Kessel wird nix. Das habe ich schon gesehen. Muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gekesselt werde. Ja, dachte ich es mir. Hey. Okay. Ne, das, das Hey war jetzt überflüssig. Ich wusste, wo es lag. Ich wusste auch nicht. Ähm. Es kann doch nicht sein, dass das eigene Land quasi, man wird nur noch überrannt und, äh. Gut, müssen wir kleinere Häppchen machen. Hier jetzt mal so vier Divisionen oder so. Wenn sich das halt kaum lohnt, wenn wir da ganz blöd über alles angreifen müssen, um da reinzukommen. Fluss und alles. Äh, Wälder, Fluss. Drei Divisionen. Es lohnt sich kaum zu klicken dafür. Egal, lieber sichere drei Divisionen jedes Mal. Das übel den Stress wegen, wegen irgendwas. Ja, weil eigentlich können wir die Infanterie-Divisionen immer mitziehen. Weil die Infanterie-Divisionen an sich sind ja nicht mal langsamer als die Kavalerie. Weil die Kavalerie ja eh limitiert ist durch die Infanterie in der Division. Also, es sieht nur so schnell aus, wenn wir auf fünf spielen. Aber eigentlich bewegen die sich übel langsam. So. Ah, ich hab ne, ich sehe eine Möglichkeit vom Kessel. Für einen größeren Mal. Ah, ich muss mir mal die Division anschauen, wenn die wirklich kämpft. Das würde mich mal interessieren. Warte mal, haben die mich gerade eben zurückgedrängt? Hm. Ich glaube, es können wir auch neu laden. Okay, okay. Es ist halt so weird, wenn man 50 Divisionen weggekesselt hat. Ich glaube, die lehre doch du, what the fuck. Ähm. Ja, ich weiß, dass wir in der gedaupten Pferde im Kessel sind. Machen wir das eben so. Mal kurz reingehen. Ja, worum unsere Soft-Attack geht eigentlich? Wir kommen nicht mal auf 1000. Ja, okay, doch. Wenn keine Nacht ist, dann schon. Was machen denn die... Weißt, Schweden? Naja. Ups. Ah, perfekt. Preußte Disziplin. 15% Orga. Das ist natürlich richtig gut. Komm mal, anfangen die hier noch zu erforschen. Weiß auch nicht, was die Russen gemacht haben. Oder sind sie komplett eskaliert. Also da hat irgendjemand, der die Mod entwickelt hat, irgendwo einen Komma-Fehler gemacht, glaube ich. Also irgendwas berechnet hat. So. Wäre ja nicht Russland, wenn die nicht, ähm... Es ist nämlich ein bisschen ein Paper-Io, wer das kennt. Da macht man auch immer sowas hier. So. Diese Kessel-mäßig. Sachen hier. Natürlich blöd, dass das hier alles so geländetechnisch ein bisschen schwierig ist. Na, dann haben wir jetzt Low Supply. Können wir hier helfen. Ja, da haben wir einen dummen Fehler gemacht. Da konnten wir den... Den Feind nicht effektiv genug davon abhalten. Quasi, äh... Unseren Angriff zu verlangsamen. Aber egal, nochmal Kessel tot. So. Ähm... Würde ich sagen, machen wir dasselbe hier nochmal. Oh, Panzer-Experte. So. Das lief jetzt tatsächlich ganz gut, weil meine Einheiten da von alleine quasi den Kessel gemacht haben. Und nochmal neue Division weg. Das würde schon sehr helfen, wenn meine Einheiten ein bisschen schneller wären. Uff. Was habe ich denn da für Mali? Oh, die haben Festung und alles da drin. Scheiße. Kann jetzt schief gehen. Okay, bräuchte Disziplin. Bonus kriegt hoffentlich direkt. Was haben die hier in der Festung? Egal. Dann vergessen wir halt nicht, sondern schieben sie einfach ein bisschen zurück. Wobei, ich spiele gerade im Singleplay, oder? Eigentlich können wir mal, äh... Also, ich... Moment. Können wir einfach mal bei den Russen reinschauen, wie das bei dem ausschaut, was mich schlicht und ergreifend interessiert. Äh... Sofisch. Okay. Tech-Sof. Wo auch immer der noch Sowjet hat. Ah, der hat einen Angriffsplan gegen mich laufen. Was hat der für Divisionen? Natürlich. KI-mäßig. Alles mit... Der hat die Standard-Division. Die haben natürlich keine Chance. Normale Kabarett. Okay, er hat keine guten Divisionen. Aber wie viele Truppen hat er... Wobei, so viele Truppen hat der gar nicht. Der hat die auch nicht im Hinterland stehen, oder so. Also, da jetzt nur eine Handvoll. Aber so krass ist das eigentlich nicht. Der hat die meisten auch da oben stehen. Hm. Weird. Oder droppt der die immer, sobald ich irgendwo durchbrech? Interessant. Naja. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel spickeln. So. Lass mich einfach nicht über die... Provinz rüber. Scheint dem Brusten echt wichtig zu sein, was wir hier machen. Ähm. Ganz wenig Gunpowder. Witzige Story. Hm. Tadadu. Ah, HLZ kann man auch mal produzieren. Jetzt nur die Frage, wie viel haben wir eigentlich von der Artillerie? Können wir die mal in die normale Infanterie reinpacken? Nämlich deren Soft-Attack-Wert minimal erhöhen. Okay, wir haben sogar ziemlich viel davon. Hm, haben wir so viel davon, dass wir einfach normale Support-Artillerie da reinpacken können, bis zum Umfallen. Dann können wir daraus denen einfach 40er-breite Einheiten machen. Ähm. Wie weit geht die Orga runter? Okay, okay. Ja, blöd. Da ist noch eine Infanterie rein. So. Mal schauen, was jetzt passiert. Okay, jetzt haben wir 4.000 zu wenig. Ist aber nicht schlimm. Ähm. Weil davon produzieren wir ja jede Menge, oder? Okay, wir produzieren nicht so viel. Dann stellen wir das nochmal um. Wir haben ja ein bisschen was. So, es kostet ja nicht mal was. Ja, jetzt haben wir 200 zu wenig. Das sieht doch gut aus. Ah ne, lol. Okay, wir haben 8.000. Ähm. War vielleicht ein bisschen optimistisch, was ich gerade eben gemacht habe. Egal, das sehen wir klar. Ja, okay, eben. Jetzt hat sich's, jetzt hat sich's auch holt. Sieht ganz gut aus. Haben wir eigentlich ganz gut kalkuliert. So. Und jetzt machen wir das einfach wie folgt. Ähm. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückgedrängt. Ist aber nicht schlimm. Moment. Ich glaube, wir werden hier gekesselt. Ups. Scheiße. Ist schlecht. Ist ganz schlecht. Äh. Das ist jetzt katastrophal schlecht. Weil jetzt verlieren wir die Einheiten. Und ich hab auch keinen Selbststand mehr. Hm. Egal, wir können neue produzieren. Ach, fuck. Ich hab jetzt... Ah, ich hab keine Manpower mehr. Egal, wir machen das jetzt eh so, wie ich das geplant hab. Also, die haben jetzt alle ihr Equipment. Ähm. Hier kriegen wir nochmal 10% über den Feldmarschall oben drauf. Und jetzt ist Firearm. Jetzt machen wir einfach den Russen tot. Wird's blöd jetzt. Wir haben jetzt 300 Divisionen. Aber der hat halt 300 Drecksdivisionen. Das heißt, wenn wir da... unsere Einheiten, wie wir es jetzt eben machen, mit Artillerie ausstatten. Werden wir da halt einfach komplett drüber. Kriegen wir auch Overrun Boni? Ah, wir hätten vielleicht nicht im Dezember angreifen sollen. Das war jetzt nicht so schlau. Aber egal. Haben wir die eigentlich schon gerufen? Ne, machen wir jetzt. Die haben 1,2 Millionen Mann Verlust. Ich mein, wie ist das überhaupt noch möglich? Da werden keine Grenzen überdehnt. Okay, ich wollte jetzt eigentlich mit meiner, ähm... Mit meiner Cavalry eigentlich da unten das hier dicht machen. Weil dann ist die Grenze ja wieder relativ klein. Ja, wir, wir kriegen hier... Wir machen hier richtig Damage. Also meine normale Infanterie läuft da einfach drüber. So, da brauchen wir... Okay, die brauchen Manpower. Heißt, da führt kein Weg dran vorbei. Müssen wir halt jetzt einfach machen. Müssen jetzt halt einfach alles reinziehen, was wir reinziehen können. Und demnächst müssen wir mal koren, was wir koren können. Ja, wir können nix koren. Blöd. Ach fuck, wir können die hier ja gar nicht kesseln, weil das gehört ja noch zu denen. Atmeidig ist es gleich der Winter vorbei. Hm. Was auch immer das jetzt noch bringt. Na, mir steht da eine schwedische Grenze. Oh, ich seh's. Danke. Wir kriegen uns auch einen Infantry-Expert rein. Überall. Ja, jetzt lassen wir das kurz durchlaufen. Ist schon mal ein bisschen blöd, dass er die Grenze da nicht anpasst. Ja, wir haben ja gesehen... Okay, da habe ich jetzt dann doch ein bisschen mehr das Wissen genutzt, das ich hatte, als mir lieb war. Wir haben ja gesehen, dass der Russe quasi kaum mehr wirklich Truppen hat. Also wir können da einfach drüber rennen. Problem ist schon, dass ich halt Russland, das bringt halt nicht viel. Oh, Tim, vielen Dank. Äh, für die zwei Euro. Ich bin wieder weg. Sehr freundlich, sehr freundlich. Das freut mich jetzt. Doch, jetzt bin ich wieder glücklich. Ja, dann schließen wir mal die Franzosen einfach so. Ist einfach absurd, dass die Russen immer noch... Naja, wenigstens gab es jetzt recht viel, dass wir deren Hauptstadt erobert haben. Oh, wir haben frühe Granaten. Ja gut, warst du im Urlaub, oder? Ich war von den vier Wochen nämlich auch zwei nicht da, deswegen kann sein, ich habe das nicht mitbekommen. Hm, wir sollten auf jeden Fall mal Field Hospital erforschen. Das hätten wir vor langer, langer Zeit machen sollen. Sie haben das eigentlich nicht gemacht. Okay, wir müssen jetzt den Russen sowas wie P-Rushen, sonst wird das heute nichts mehr. Macht Schwien auch mal was, oder chillen die einfach in der Zeit? Okay, wir haben ja politische Power übrig ohne Ende, bevor die jetzt streiken. Die Meme-Page wird wieder auferlebt. Das ist sehr gut, das ist sehr schön. Wenn die Meme-Page lebt, dann bin ich glücklich. Heute wurden wir erst irgendwie gefragt, ob wir so eine, ob wir eine Instagram-Seite haben. Und ich habe nicht darauf geantwortet, aber hätte ich darauf geantwortet, ich hätte keine Zeit, dann hätte ich gesagt, jo, mehr oder weniger. Also wir haben eine Meme-Page. Meme-Page, toll. Okay, wir können tatsächlich, äh... Ah, die sind nicht mehr am Krieg mit denen, schade. Das war auf jeden Fall die dümmste Idee des heutigen Projekts, dass ich Russland den Krieg erkläre. Ich habe ja, ich war die modernen, ne, die haben wir noch nicht, okay. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine neue Frontlinie. Oh, cool, da können wir die Hälfte da reinschieben. So, erstmal kurz neu organisieren. Optimalerweise vorm Winter dann rein starten. Komm, ist jetzt alles egal, ich brauche eigentlich nur Meme-Power. Äh, was geht mit Construction, Speed Factory, Output, ja, das ist eh alles egal. Wir haben eh genügend, äh, von allem. Wir haben nur keine Meme-Power. So, die Truppen, die jetzt noch unterwegs sind, sollen sich bitte beeilen, danke. So, was sagt der Plan? Der Plan sagt wunderbar. Jetzt gehen wir mal bitte durch, danke. Wir haben 145 Fabriken. Können nur noch nicht scoren. Warum eigentlich? Ich meine, wir besetzen die jetzt schon eine Weile. Wieso haben die jetzt einen weißen Frieden? Okay, wir müssen jetzt ganz schnell da rein. Was ist denn mit Novgorod? Okay, das ist schwedische Sphäre. Okay, gut. Die haben das mal ein Leben wieder? Kommen die jetzt her? Okay, ich glaube, jetzt haben die, jetzt haben die, äh, wirklich ein Problem. Die Russen. Okay, da drüben haben wir jetzt so einen Riesenkessel. Vielleicht auch mal einen, den, der gewisse Auswirkungen hat auf den Russen oder so. Dann können wir jetzt hier kurz alles wegmachen. Schöne ist, dadurch, dass wir mit dem Russen jetzt noch alleine im Krieg sind. Ähm. Boah, ich glaube, wir müssen eh noch die Stadt da oben erobern. Und nein, nein, unsere Front ist nicht überdehnt oder so. Verdammt. Was habt ihr, was wir noch? Kasaren brauchen. Ah. Ich möchte einmal eine Mod spielen, die nicht so komplett eskaliert gegen Ende. Hallo, wie heißt der Mod? Da ist einfach nur Empire. Ja, jetzt kommt die Mongolei. Jetzt macht sie mit, oder wie? Hm. Bauen wir aber noch eine Navy auf, so nebenher. Wir können ja keine Luftlandung machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt rein schützen, ist das ein Mod, oder wie? Also vermutlich ist es einer, so wie du das formuliert hast. Gott sei Dank. Echt jetzt? Oh nein. Egal, die kriegen so langsam Punkte. Ich kann mich da hochpassen. So. Take all states. Perfekt. Hm. Wer kennt sie nicht? Feldhospital und wie das Feldhospital jetzt bei der Infanterie reinkommt. Und wie das Feldhospital jetzt bei der Infanterie reinkommt. Und wie tot sind die? Nein, noch nicht ganz. Echt der ist? Ich muss da hinten hin. Endlich. Jetzt nochmal. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt wird es richtig unschön. Modern Tank. Ich habe bestimmt irgendwo irgendwas vergessen. So. Also wir brauchen jetzt noch. Genau, davon. So. Die haben wir natürlich nicht. Aber das ist egal. Ähm. Können wir jetzt inzwischen eigentlich mal irgendwas, Mobile Bataillon, irgendwas reinmachen, was Orga hat und sich bewegen kann normal? Nee, natürlich nicht. Trickleback. Wobei Trickleback ist bei solchen Einheiten immer ein bisschen schlecht. So. Ähm. Jetzt müssen wir aufhören, die hier zu produzieren und müssen die Revolutionären produzieren. Da kann man jetzt auch wieder immer alles rein, so. Na, England vielleicht nicht. Peru. Peru ist gut. Okay. Moment, 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 was? Ach cool, ich habe noch eine Zivilfabrik. Das ist aber schlecht. Wieso habe ich nur noch eine Zivilfabrik? Also ich kann es mir schon vorstellen, woran es liegt. Wir müssen ja gleich was ändern. Der Krieg war jetzt wirklich definitiv aufreiben, da es er jetzt sein müssen. Ah, der Klassiker. Wir haben nicht mal mehr eine Provinz oder so, aber... Ich liebe es, wenn Länder nicht mal kapitulieren, obwohl sie keine einzige Stadt mehr haben. Was soll ich denn da noch erobern? Ich meine, niemand kann mir sagen, dass dieses Land... Ich meine, die haben eine Stabilität von 27 und kapitulieren nicht. Obwohl sie keine steht. Ah, doch, da unten haben sie eine Stadt. Okay, never mind. Aber trotzdem ist es ein bisschen spät mit der Kapitulation. Ah, lol. Das habe ich mal bei irgendeinem Neuladen mal nicht weiter überarbeitet. Äh, wieder gemacht, meine ich. Ja, aber wir hätten das mit dem 4. Hospital definitiv sehr viel früher machen müssen. Also viel, viel früher. Ach so. So, das komplette Land gehört mir. Die haben keine Stadt mehr. 20% Stabilität. Oh nein, sie kapitulieren nicht. Es wird nicht weniger absurd. Äh, äh. Okay. Wird. Ich habe das Gefühl, dass es sich hier irgendwie so um einen leichten Bug oder so handelt. Und die einfach, ähm... Auf dem Papier noch irgendwelche Provinzen besitzen, die sie gar nicht besitzen. Und, äh, deswegen führt das zu Problemen oder so. Also, das sind schwedische Truppen. Ich kämpfe gegen schwedische Truppen. Die schicken denen Freiwillige? Wir sind bei 96% nach wie vor. Liebe Heumats. Können wir noch Logistik Company definitiv erforschen. Das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich. Dann wird es langsam aber sicher enger. Immer 99%. Wir machen einen Fortschritt. Ich weiß noch nicht wo und wie. Danke. So, wir gehen auf die 5% zurück. Wir haben eh zu wenig Manpower. Wir können spät im Nachhinein, äh, immer noch Truppen auflösen. Und so. Das war jetzt eigentlich nur so ein kurzer Ausflug, äh, nach, äh, ja, Russland. Und deshalb habe ich auch wenigstens wieder genügend Fabriken. Jetzt nicht genügend, um meine Pferde einzuhandeln, aber immerhin. Kann man ja aber auch selber herstellen, glaube ich. Oder auch nicht. So, wir können zum Empire aufsteigen. Weiß noch nicht genau, was es für uns bringt, aber bestimmt irgendwas. Nee, nee, hat wenig gebracht, hat wenig gebracht. Ich kann ganz so viel Volunteers schicken. Cool, wir haben immer noch nicht mehr Truppen als, äh, Österreich-Ungarn. Und so, das bedeutet, wir machen einfach folgendes. Wir versuchen jetzt noch ganz schnell Österreich zu überrennen. Und das würde ich so machen, dass ich, äh, 24 Divisionen hierhin stelle. Nicht 24, sag mal, sag mal, 12. 12 Divisionen stelle ich da drüben hin. Dann vernichte ich Österreich einfach. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das Problem wird nur sein, dass ich dafür wahrscheinlich, ah, fuck, auch wieder das gesamte Land einnehmen muss. Ich kann mich mal ganz kurz weg. Ich kann mich mal ganz kurz weg. Ich kann mich mal ganz kurz weg. Auch, ich kann mich mal ganz kurz weg. Russland habe ich erobert. Ich darf nicht mal mehr in die Uni wegen Corona. Also wenn ich wegen Corona nicht mehr in die Uni darf, weiß ich nicht, dann gehe ich glaube ich einfach vor die Tür und verprügel Menschen, die nicht geimpft sind. Und das jeden Tag. Ist ja so mein Vorschlag. So, justify wargurl, take claims, dead, 10 Tage, perfekt. Mit denen auch verbündet? Ne, die stehen denen nur gut gegenüber. Die werden so sterben. Wieso habe ich eigentlich Schweden geholfen? Ich helfe da Schweden und tue und mache und die, ähm, machen sowas. So, der Österreicher zieht Truppen an die Front. Warte mal, hat der bei mir? Truppen im Land, was ein Kick. So, und es geht jetzt richtig flott, wenn es gut läuft. Genau. So, wenn es halt jemand bei mir landet, dann wird es unschön. Ich denke mal, meine Division sind prinzipiell so stark, dass sie den Gegner einfach überrennen. Ich meine, die sind halt schon strong, so vom Prinzip her. Ah, lol. Nicht so gut, aber egal. Ah, noch nichts Unvorhergesehenes passiert. Fuck. Passt noch nichts Unvorhergesehenes passiert. Schwierig, 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 schwierig. Ich kann mal kurz meine Allies reinrufen. Also, Kulat. Ach, das ist der allseits beliebte Eu4-Bug, dass die Truppen, ja, jetzt macht er natürlich dummes Zeug. Dass die Truppen, äh, sobald das Ziel, in das sie reinlaufen, nicht mehr kontrolliert ist, hören die auf, sich strategisch zu verlegen. Und das kann natürlich sehr problematisch sein, wenn, ähm... Ich produziere nur eine Einheit. Es kann sehr problematisch sein, wenn da noch Kilometer Strecke inzwischen liegt, also richtig viel. Okay, es sieht gut aus. Guten Abend, Germanius. Habe ich was verpasst? Nee. Nee, ich spiele nur Heu, wie man es halt macht, so. Mir egal, ich mache jetzt eine Frontlinie und drücke drauf, ob das wird was oder nicht. Meistens wird es dann nix. Aber ich habe die Vision gebaut, mit der, mit der die KI nicht klarkommt. Nur keine Manpower, aber da ist mir irgendwann mal aufgefallen, ja gut, ich kann hier einfach hingehen und, ähm... dieses Field-Lazarett, äh, Field-Hospital machen und dann kriegen wir so viele Truppen zurück beim Angreifen, dass ich quasi durch meine Offensive die Manpower bekomme. Das hätte ich aber auch machen sollen, bevor ich, äh, dem Russen 1,5 Millionen Mann getötet habe vielleicht, naja. Generell hätte ich da irgendwie deutlich früher auf Forschen sein, das ganze Zeug. Fuck. Fuck. Ach komm schon, das Spiel hasst mich doch vollständig, oder? Richtig jetzt, die brechen bei mir durch. Ich habe 2.000 Defense und, weiß glaube ich, für 100 Soft-Attack und die brechen bei mir durch. Okay, das ist dann wahrscheinlich demnächst GG. Der Österreich hat halt auch schon wieder hunderte von Divisionen. Oh ja, ich hätte vor langer, langer Zeit, äh, ein bisschen ein paar Sachen anders machen müssen. Wäre das richtig gut geworden hier. Naja, die haben jetzt halt Krieg gegen mich. Ich habe das richtig gut gemacht. So, können wir die 6 Division nehmen, aber wobei, ne, können wir noch nicht, hm, wir müssen das jetzt irgendwie 6 Provinzen breit bekommen, das Ganze hier, klappt das irgendwie. Hm, vielleicht können wir das noch tatsächlich, die notwendigen paar Sekunden rauszögern. Um Österreich-Ungarn zum Kapitulieren zu bringen. Also Österreich tatsächlich nur. Ob wir immer noch, ja okay, natürlich haben wir ja, fuck, die landen auch da drüben. Ich hätte die Front hier nicht nehmen sollen, das war komplett dumm, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich nehme das hier, weil dadurch habe ich jetzt einfach eine viel zu breite Front, die ich abdecken muss. Weil prinzipiell hätten wir wiegen demnächst der O-Wort. Wenn man da ein bisschen Fokus drauf legt, sind wir gleich da. Und zwar jetzt vielleicht ein bisschen Kamikaze-Style, aber egal. Muss man jetzt echt, äh, ein bisschen beeilen. Ah ja, klar. Kann ich mich aus Wien rausholen. Soll ich doch extra eine Einheit stehen lassen. Ja, okay, das war's. Ich frage mich, ob ich überhaupt eine Art WP-Rush hinbekommen. Es musste ja auch nicht sein, dass England quasi jetzt kapituliert. War ja auch ein bisschen weird, oder? Eigentlich wollte ich nur Deutschland gründen. Mehr wollte ich gar nicht. Egal, ich glaube, ich krieg's jetzt bewacht hier drüben. Da gibt's ein paar tote Öschte-Reiche. Die sind nicht dabei, nice. Also müssen wir nur hier rein. Okay, das war nicht so gut. Ah, sehe, ich sehe, ich habe, äh, tatsächlich Wien nicht verteidigt. Wart mal, die haben da Panzer? Moment, das stimmt ja nicht, die dürfen keine Panzer haben. Jetzt fehlt die Kavallerie und die wird auch sehr langsam produziert. Okay, wir müssen auf jeden Fall alles in Kavallerie einkaufen, was wir kaufen können. So. Dann kriegen wir noch einmal so eine richtig krasse Einheit raus. Ah lol, okay, sie sind im Laun durchgebrochen. Okay, GG, das war's. Okay. Ja, ja, das ist, das war halt, äh, wie viele Divisionen habe ich jetzt gehabt? Gut, ich hatte ja auch die übelst teuren Divisionen, so ist es nicht. Ähm, ich hatte, ich hatte 61 Divisionen und ja mal 1500 Divisionen, so. Naja, was will ich machen? Okay, damit ist es GG. Äh, damit habe ich verloren. Ich würde aber tatsächlich noch schauen, ob es überhaupt was gebracht hätte, wenn ich Österreich quasi besiegt hätte. Ähm, ob ich dann diesen Fokus hätte machen können. so. Ja, jetzt kann ich den machen, tatsächlich. Ja, wir machen jetzt, also wie event, das ist jetzt durch, ich will nur noch gucken. So, ich glaube, jetzt kriege ich mich noch verteidigt. So. 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 So, jetzt ist, äh, das Ganze begrenzt, wo noch Truppen sein könnten. Glücklicherweise. Uff. Okay, die Franzosen. Naja, verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich die Franzosen noch am Leben lassen, tatsächlich. So, eigentlich, ich kenne nur leider den Command nicht, um, ähm, hey, wieso laden die mich jetzt ein? So. 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 So, so, ich meine, okay, verstehe es zum höchsten Punkt natürlich schon, aber. So, noch eine Runde. Äh, mal schauen. Ich meine, die Runde war jetzt schon ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Wieso bin ich mit dem Osmanen im Krieg? Na gut, aber unser Land hält jetzt erst mal. Wir müssen einfach nur die 70 Tage hier durchhalten. Ich hatte es so krank. Wie viele Divisionen haben die jetzt noch? Jetzt ist es ausgeglichen. Jetzt haben wir gleich viele Divisionen, nachdem ich alle Großmächte annektiert habe. Das war ein bisschen irgendwas. Ich hätte wahrscheinlich auch so stark sein können. Ich habe irgendwas verbockt wahrscheinlich am gewissen Punkt. Habe ich hier zum Mod reinnehmen müssen, dass ich das irgendwie koren kann. Wäre echt cool gewesen wahrscheinlich. So, da hält die Wacht am Rhein mit 5. Division. Gegen die Niederlande natürlich. So, ich bin jetzt der Anführer der schwedischen Sphäre. Find ich gut. Oh, vielen Dank fürs Followen. Ich will jetzt eigentlich auch nur noch eine Division von denen rauspumpen. Also A will ich, wie wir wissen, wie der Focustree weitergeht. Und B will ich äh... Haben die inzwischen eigentlich auch gerade... Okay, wenn die meinen, die wollen dagegen anrennen, dann können sie es ja mal versuchen. Oh Gott. He lost! Oof. Jetzt habe ich irgendwas bekommen. Das ändert wohl nahezu nichts. Ah, okay, 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 okay. Die nehmen jetzt alle das Event an. Okay, ich verstehe. Okay, also damit hätte ich dann tatsächlich die deutschen Gebiete bekommen. Na gut, jetzt muss ich halt... Sind es deren Kolonien? Ah, Belgien. Belgien heißt einfach Südniederlande. Wie vernichtend. Ich will die einfach nicht annexen. Weiß jemand, wie man die auch aus dem Ding rausbekommt? Einfach. We're back, lol. Problem ist, ich kann auch nicht alle rausnehmen, weil dann funktioniert das alles nicht mehr. Mal, was? Okay, um den Fokus hier auszuwählen, müsste ich jetzt noch haben, over Bayern. Okay, die Bayern haben das quasi nicht angenommen. Gegen die hätten wir dann quasi noch kämpfen müssen. So, kein Problem. Und gegen hier, äh... Wobei das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn wir gegen die kleineren starten. Aber es gibt auf jeden Fall nicht die Mö... lol, Ulm natürlich. Ulm ist das erste Land, das ist ein kompletter Name, wenn der Buffet reinpasst. Interessant wäre es jetzt aber geworden, wie ich Vorpommern hätte bekommen sollen. Das hätte ich mir ja irgendwie von Schweden holen müssen. Aber ich habe das, glaube ich, eh ein bisschen fehlverstanden. Ich dachte, ich kann mit Schweden in ein Bündnis gehen. Naja. Ah, okay, die haben also die... okay, jetzt kommt auch die Meldung mit dem Refusen und so weiter. Okay, 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 okay. Und die Musik ist tatsächlich sehr entspannend und ist sehr freundlich. Rogers Buster, das hätte ich mal vorher haben müssen. Jetzt habe ich auch genügend Fabriken langsam sicher. So, nachdem ich jetzt auch mal die ganze Welt besitze, habe ich auch genügend Manpower. 64.000 Gibt es überhaupt noch was, der uns was verkaufen kann? Die Schweiz können uns noch ein bisschen was verkaufen. Venedig kann uns noch ein bisschen was verkaufen. Ah, und da jetzt habe ich zu viel. Okay, ups. Egal. Ah, ich kontrolliere Oberbayern nicht mehr. Boah. Was hat Milan für... Ja, Milan existiert nicht. Also habe ich den Debugmodus jetzt ausgeschaltet. Ah, okay, okay, lol. So, können wir jetzt wieder weiter? Ne, ne, also wie erwähnt, ich habe aufgegeben, weil die Gegner hatten 1200 Divisionen und ich hatte halt ein Zehntel. Nein, weniger als ein Zehntel. Ich wollte jetzt nur noch kurz gucken, was bei dem Focus Tree passiert, wenn man eben hier Kingdom of Germany proklamiert, also ja. Und ich will noch die Einheit hier ausprobieren. Das sind so die einzigen Dinge, die ich noch machen wollte. Jetzt bin ich glücklich, weil das dann durchläuft. Wobei, komm, die geht hier rein. Den Kollegen. So, also wir haben jetzt quasi Modern Tanks, so ungefähr. Also de facto. Wir haben hier schon einen Soft Attack von 700. Und da will ich jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir die benutzen. Geht eigentlich. Was haben wir da? Ja, okay, wir haben 75% Malus oder so. Kommen trotzdem noch durch. Sieht okay aus. Wie viel Orga haben wir eigentlich inzwischen? 41. Also wir haben ziemlich viel Orga Boost. Zum Glück, sonst könnten wir die Einheiten nicht ansatzweise bauen. Ah, okay. Na gut, das war jetzt in der Stadt wahrscheinlich. Besuchen wir mal der Klassiker. Ah, 600 Soft Attack. Nice. Ah, die KI flieht vorm Kessel. Fragisch. Dann schreibt, glaube ich, jetzt kann er mehr in mein Land rein. Aber die Einheit hätte ich tatsächlich, wenn es noch so halbwegs fair gewesen wäre, hätte ich die Einheit wirklich gerne gehabt. Oh, bitte nicht. Wie lange braucht der Fokus noch? Noch 7 Tage? Es wäre cool, wenn jetzt jemand bei mir einmarschiert. Okay, über den Fluss in die Stadt. Okay, wir haben immer noch 200 Soft Attack. Nice. Okay, ich habe irgendwie gehofft, da passiert noch ein bisschen mehr. Können wir immer noch keine Staaten integrieren. Ich finde es interessant. Okay, ähm... Sonst gibt es hier nichts mehr, was man großartig machen könnte. Ich meine, ich habe jetzt ja eh alles annektiert, was man annektieren konnte. Ähm, wir hätten noch kolonialisieren können. Das wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Weiß jetzt noch nicht. Vielleicht kann man sich das mal noch kurz anschauen. Ah, 300 Tage. Okay, das ist mir ein bisschen... Ähm... Ganz zu lang. Außer man kennt den, den, äh... Kommand um die Forschung instant zu beenden. Können wir uns vielleicht noch kurz anschauen, wie man in der Mod kolonialisiert. Ah, jetzt habe ich 3,5 Millionen mein Manpower. Ja, okay, immerhin. Wir sind jetzt sowas von Empire... Oh, ich glaube da war irgendwas drin, was ich noch ändern wollte zwischendurch. Ähm... Keine Ahnung. Aber ich glaube, es passt jetzt auch. Da sind wir durch. Da haben wir auch alles... Okay, ich habe jetzt tatsächlich einen Unterschied von diesen Artillerieeinheiten und nicht ganz... Ach, warum das gelb gemacht hat. Ich drücke aber dann. Keine Ahnung, was die machen. So, die könnten wir uns mal noch kurz anschauen können, nebeneinander. Okay, also, ich muss wieder näher ran. Okay, die Raketenartillerie hat definitiv die höchste Soft-Attack, aber nicht krass viel. Dafür gar keine Hard-Attack. Und die rechte ziemlich viel Hard-Attack, also Falten ist mäßig, also die hätten sich... äh, primär gelohnt gegen ähm... wahrscheinlich... härtere Einheiten. ...mhm... 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 ...Perteidigung, schenken sie sich nicht so viel. Ähm... ...durchbruch ist bei allen höher als bei der normalen Artillerie, die hat Achterisch zwölf. Research All, danke. Ja, ich glaube, die schenken sich alle nicht so krass viel. Ah, da hätte ich noch Siege Artillerie bauen können. Oh, die hat nicht mal ne Beschreibung. Research... Warte, und dann All, oder... Ups. Oder Unterstrich All, oder... Ah, danke. Ah, okay, ich hab jetzt All, All. Okay, das geht natürlich auch. Ähm... Okay, es gibt so nix mehr zu kolonialisieren. Was ist das denn für ein Land? Ah, nee, das ist quasi... ...Alaska. Colonize. Colonize State cost 50 political power. Also need two civilian manufacturers. Okay, ich brauch nur zwei Zivilfabriken übrig. Hey, ich hab doch... ...ungefähr 200 Zivilfabriken übrig. Ähm... Also, ich brauch 50 political power. 1000 man power. Oh, das kann ich nicht kolonialisieren, weil das schon jemand gehört wahrscheinlich. Ah, nee, das ist... ...nicht kolonialisiertes Gebiet. No Fiction, okay. Was haben wir denn genau erforscht? Also, da können wir kolonialisieren. Ähm... Haben wir vielleicht keine Flotte oder so einen Spaß? Oh, Heavy Battleships. Keine Ahnung. Ähm... Konvois haben wir prinzipiell. Wir haben jetzt irgendwas und bauen wir noch eine Handvoll Schiffe. Vielleicht braucht man die einfach dafür. Vielleicht braucht man die einfach dafür. Oh, ich hab nukleare... Okay, ich glaub ich hab ein bisschen zu viel erforscht. Ich hab auch Zeug erforscht, dass es in der Mod gar nicht gibt. Natürlich schlecht. Hm... Australien ist auch nicht kolonialisiert. Das ist schade. Naja, auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich liegt's da, weil wir ein bisschen zu viel gecheatet haben, aber unter normalen Umständen, wenn man das erforscht hätte, könnte man hier mit politischer Power und Manpower, äh, wahrscheinlich das Gebiet dann einfach kolonialisieren. Wir können ja mal schauen, ob irgendwer Kolonien hat. Und können einfach zu dem Land umswitchen. Ich glaube, wir haben alle Länder, äh, erobert, die prinzipiell Kolonien gehabt hätten. Zum Beispiel Großbritannien. Hm... 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 Wir können jetzt mal in die USA übergehen. Ah, und die haben das wahrscheinlich... Nicht... Erforscht, oder... Lol. Aha, okay, okay, ich kann da quasi, äh, die 1 auswählen, und dann... Aha, okay, okay, ich kann da quasi, äh, die 1 auswählen, und dann... Genau. Ну... UD- UD- UI D AtBA Das müssen wir ja prinzipiell kognitalisieren können, ohne dass wir alles kaputt gemacht haben. Theoretisch. Oder geht's auch nicht? Warum? Kann sein wir um die politische Power nicht übrig tatsächlich. Deswegen warten wir da jetzt einfach mal. Die bekommen. Ey, kann man sich bestimmt auch cheaten aber ich weiß nicht wie. Solid colonizing. Ah, perfekt. Habe ich jetzt draufgeklickt und... Multiplierliche Power. Und zwei Zivilfabriken übrig. Okay, wir haben ja welche prinzipiell, aber die müssen also übrig zählen. Oh, vielen Dank fürs Followern. Wir haben heute echt einige Follower dazu bekommen. Das freut mich sehr. Obwohl ziemlich viel ziemlich schief lief. Aber naja, was müssen wir machen. Okay, wir haben da jetzt angefangen das zu kolonialisieren. So, wir müssen die 100 Punkte wieder haben, aber das müsste eigentlich nicht landlocked sein. Naja, auf jeden Fall, irgendwas hat funktioniert gerade eben. Da brauchen wir die Fabriken so übrig. Also im Sinne von übrig übrig, dass wir nirgendwo anders benutzen. Ne, wahrscheinlich auch nicht. Manpower haben wir auch. Okay. Dann schauen wir uns jetzt noch kurz an, was die KI angerichtet hat. Achso. So. Was passiert, wenn die KI für eine Sekunde in deinem Land ist? Ja. Ja. Genau das. Genau das passiert. Die Bess. Aber immerhin hat sie den Krieg weitergekämpft. Wahrscheinlich besser als ich. Was hat sie aus meinen Templates gemacht? Perfekt. Perfekt. Er hat sie zerstört. Oh, wunderbar. Aber gut. Dann würde ich tatsächlich das an der Stelle wenden. Also die Mord ist schon noch nicht ganz ausgereift, aber die Idee ist prinzipiell gut. Kann man machen. Ähm. So. Schauen wir uns noch die Statistiken vom Livestream an. Das mache ich ja traditionell immer am Schluss. Und übrigens danke noch an alle, die da waren, jetzt gegen Ende. Obwohl es dann echt stressig wurde. Und ich will gar nicht Moderationsansicht haben. Wenn ich will. Genau. Ähm. Stream Summary. Perfekt. Was haben wir denn hier? Maximal Zuschauer 31. Das ist erstaunlich viel. Es gibt einen Clip. 12 neue Follower. Ähm. 26 Leute, die geschrieben haben. 5,5 Stunden streamen. Und 21. Das ist durchschnittlich. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich muss, ich glaube öfter Sonntagmittag streamen. Nächste Woche ist am Sonntagmittag übrigens ein Livestream. Und hier haben wir 1400 Views insgesamt gehabt. 12,5 Minuten Watchtime. 85 Likes. Äh. Das ist auch ebenfalls sehr gut. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen. Ich hoffe es war noch erträglich am Ende. Äh. Das ist beim Mods immer ein bisschen schwierig. Ich finde es selber nicht gut, wenn man rumcheaten muss. Aber. Naja. Gut. Dann war es jetzt soweit von mir. Am Dienstag ist wieder ein Livestream. Deswegen dauert es eigentlich gar nicht so lange. Und bis dahin.